So. Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GDR Roleplay auf dem besten GDR IP Server der Welt am 28. Dezember 2023. Natürlich reden wir von Lucky5.de. Jupp jupp. Gestern hatte Walter Weiß einen großen Auftritt und hat euch am Schluss des VUDs nochmal das FireScript gezeigt. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, könnt ihr die natürlich komplett kostenlos auf meinem YouTube-Kanal Heidel Traut nachgucken. Und wir haben auf Twitch auf dem Kanal Heidel Traut eine kleine besondere Aktion gemacht. Die ist allerdings Twitch-exklusiv. Die könnt ihr allerdings im VUD vom 28. Dezember nachgucken. Und zwar sind wir mal über die Map geflogen, haben uns ein paar neue Mappings angeguckt und so weiter und so fort. War sehr, 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 sehr witzig. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, gerne reinziehen. Und genau. Liebe Community, noch kurz eine Information. Wir haben aktuell drei Subgoals, die aktuell angesetzt sind. Unter anderem, wenn wir 6000 Subs erreichen, gibt es morgen am 29. Dezember einen 12 Stunden langen GTA-Royplay-Stream. Bei 6666 Subs gibt es einen 24-Stunden-Stream mit Rainbow Six Siege und der BV zusammen. Und bei 7777 Subs gibt es am 10. auf den 11. Januar einen 24-Stunden-Stream-GTA-Royplay. Okay, das sind die drei Subgoals, die wir aktuell offen haben. Falls ihr Bock habt, supportet gerne das Sub-Gift. Und das Sub selber ist aktuell 25% reduziert. Und enjoy the stream. Habt viel Spaß im Leben von Wally Weiss, Commissioner der San Andreas State Police. Und ja, wir gucken mal, was uns der Abend heute so bringt. Und ja, da begrüße ich auch Cara für zwölf Monate. Danke, danke, danke. Nochmal ein großes Dankeschön. Nochmal ein großes Dankeschön an Mel, an... Gott, warte, warte, warte. Ich will die Namen richtig vorlesen, bevor ich hier was Falsches sage. Also vielen Dank an Donnerbalken. Vielen Dank an Marios, an Mel, an jeden Einzelnen heute. Denn heute hat die Community schon wieder absolute Eskalation bewiesen. Und wir haben schon über 300 Subs, wie es hier oben steht. Danke, 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 danke. Dankeschön an jeden Einzelnen auch, an Georgi, an jeden, der da mitgemacht hat. Dankeschön, dass ihr mir tagtäglich diesen geilen Job gebt und diesen Stream hier supportet. Und das Krasse ist, Leute, es ist der vierte Monat. Einfach der vierte Monat, wo wir über 5000 Subs sind. Danke, 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 danke. Und Bodo, Dankeschön für vier Monate mit deinem Prime Sub. Okay, let's go. Mal gucken, was wir so schönes am VPD heute erleben. Habe ich schon Danke gesagt, Leute? Habt ihr eigentlich, Chat, mein neues Instagram-Bild gesehen? Nicht? Dann sucht mal Dennis Webb bei Instagram, Leute. Trotz gone out, fünf Sub gibt drei. Liebe Christina und auch nochmal ein Sub gibt drei. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön an diese wunderbare Community. Wir werden uns den beiden, den dreistabkurs immer der. Dankeschön. Guten Abend. Hallo. Hallo. Dankeschön, Leute. Ey, ihr seid eine Ehren-Community, Mann. Mir fällt da nichts mehr zu ein, ne? Ey. Heftig, Leute. Und ich hab's geschafft, Leute. Ich hab die Rainbow Six Challenge geschafft. Man hat mich herausgefordert. Dennis, wenn du Platin 1 wirst, gebe ich dir 20 Sub gibt's, hat mir einer gesagt. Und wir haben die 20 Sub gibt's erreicht. Also der Platin 1. Jetzt sind wir auf dem Regen nach Emerald. In SMS gucken wir erst, wenn wir im Dienst sind, weil, Leute, ihr kennt Walters weise Regel. Die lautet wie Chat. Wie lautet Walter weiß seine weise Regel? Da. Ich hab mir eine neue Maus besorgt. Endlich. Nichts ist umsonst. Genau, Leute. So. Man arbeitet nicht umsonst. Genau. Das, was Mel sagt. Wer seine Freizeit liebt, scheißt im Betrieb. Okay, das ist geil. Ich hab's nicht umsonst. Ich hab's nicht umsonst. Dann mal erst ins Office. Gucken, was wir so schönes alles zu erledigen haben. Wobei, das können wir auch unten machen. Dann kriegen wir ein bisschen mit, was im PD los ist. Waschi, was geht. Ist gar nicht so viel los. Aber egal, können wir trotzdem mal nachgucken. So, wir haben ein paar SMS. Wir haben ein bisschen Geldprobleme, mehr Rechnungen als... Ich mache das in der Nacht... Tage in Ruhe. 3.37 Punkt, check. Check. Am 30.01 um 19 Uhr wird das Chief-Meeting auf die Etage 5 stattfinden. Herr Müller, wie kann ich Ihnen helfen? Komisch. Sie hatten am 21.12 versucht, mich zu erreichen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wo sind Sie denn gerade? Gerade in den Vespucci-Kanälen. Was machen Sie dort? Ich bin mit meiner Streife da. Okay. Fahren Sie mal das VPD an und bringen Sie den Herrn Koriame mit. Und genau, wir müssen mal etwas klären. Alles klar. Ich bin gleich da. Ich sage Herrn Koriame Bescheid. Danke. So, unangenehmes Gespräch. Tag 1 beginnt. So. Kennt ihr den Charakter... Also wenn ihr Rookie geguckt habt, Leute, ne? Bezüglich der ersten SMS wegen Stellenausschreibung und... Kennt ihr den Charakter Bradford? So ist eigentlich Wall-E. So ist eigentlich Wall-E. Natürlich der ersten SMS wegen Stellenausschreibung und Infoseite der Marshals. Am schwarzen Brett habe ich auch hier go. Nein. Gleich. Gleich. Wie bitte Rookie. Gleich meine ich in einer halben Stunde. Ich muss ein paar Sachen erledigen, Herr Finch. Ich melde mich gleich bei Ihnen. Alles gut. Check. Der will eine Infoseite an, der soll mir mal erklären, wie er es meint. Dann haben wir hier. Guten Abend. Und er weiß, ich müsste mit Ihnen wegen einer Superakte sprechen und meine Zeugin bezüglich Emma Anderson möchten. Die ist ungehend über Telefon tun. Ich bin in meinem Büro. Sind Sie da? So. Wenn Frau Cortez erneut gegen ihre Auflage verstoßt, werden 100.000 Dollar fällig, da die Bewährung, also der Hausarrest, rechtlich angeordnet wurde. Frau Cortez darf ohne die Genehmigung der State Police eigentlich gar nichts. Genaue Spezifikation können Sie und Herr Kukum entscheiden. Es gelten die allgemeinen Auflagen bei der kleinsten Ovi beendet. Danke Ihnen für die Funktion. Guten Abend. Ist das hier bei Etage 5? Nee, aber ich habe es hier gerade stehen sehen. Ja, gehen Sie direkt weiter. Alles klar. Hallo Herr Hand, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Herr Weiß. Ich dachte mir, ich sage, oder ich rede einfach kurz mit ihm, bevor ich wieder ein SMS schreibe. Ja, wäre besser. Und zwar geht es mir im Endeffekt einfach nur darum, quasi eine kleine Seite, wo sich die Division vorstellt, mit den Aufgaben, was sie macht und so weiter und so fort. Quasi als Art Info-Beitrag. Aber intern oder öffentlich? Intern. Ach so, okay, ich habe gedacht, okay, okay, dann verstehe ich es. Also, dass die Kollegen ihr Aufgabenbereich besser verstehen. Genau, dass man einfach nachlesen kann, was machen die Marshals überhaupt. Ja. Und das zweite war, wie gesagt, so eine Art Stellenausschreibung, wirklich für eine konkrete Verwendung einfach, um es interessanter zu machen. Ja, finde ich in Ordnung, finde ich gut. Gut, dann setze ich das jetzt zeitnah mal so um. Alles klar, Herr Hand. Gut, wunderbar. Nein. Tschüss. Ich finde, Walter ist wie Officer Smitty. Nee. Tramplay ist Officer Smitty. Aller Commissioner weiß, Chief Davis hat mich gebeten, dass ich mich nochmals direkt mit Ihnen bezüglich dem Thema Werkstatt in Verbindung setze. Ich, äh, hallo, Mr. Brenner, sind Sie heute im Dienst? Es wäre natürlich gut, wenn wir den Kollegen für die Werkstatt jetzt auch einstellen würden. Tramplay ist Officer Smitty, aber sowas von. Eine E-Mail. Check. Aber das ist nichts Wichtiges, das hatten wir schon. Okay. Gucken, was heute in der Stadt los ist. Café El Salvat auf. Bei mir mit uns die ganze guckte Party des Jahres, 28. ab 21 Uhr. Okay. Was, Brause? Aha. Ist das Wallis Brause? Nee. Oh. Das ist ja Konkurrenz zu Wallis Brause. Gut, dass ich es verkauft habe. So. Okay. Ich muss Nachi anrufen, wenn er da ist. Okay. Okay. Hallo, Chef. Hallo, Herr Kuckum. Ich habe gestern, äh, anders gesagt, warst du bei der ganzen Gerichtsverhandlung dabei? Ja, klar. Klar, klar. Die Auflagen sind 100.000 Dollar, wenn sie eine Kleinigkeit falsch macht, ne? Mhm. Das schon... Und natürlich alles Abbruch und so weiter. Das weiß sie auch. Und ja. Es läuft jetzt alles. Es hat alles gut funktioniert. Das war super schnell. Die Nachbesprechung danach hat länger gedauert als die Verhandlung. Wir müssen, ah, okay, wir müssen mal dringend aber dann, wir müssen dann dringend mal mit Herrn Kowalski reden. Nicht, dass er dann wieder sagt, dass wenn die bei Ovis fährt, dass das halt so wild ist. Ja, also das geht nicht. Darf sie nicht. Sie darf nicht, nicht auffällig werden. Und das hat sie so 100% akzeptiert und angenommen? Ja. Auch nochmal vorm Richter bestätigt und so weiter. Und sie hat nochmal irgendwas zugeschickt bekommen, das hat sie auch unterschrieben. Also das ist alles, äh, das ist alles so. 100.000 ist schon... Tja. Schon heftig, ne? Ja, klar. Wie gesagt, das sollte aber das unterstreichen, dass wenn sie irgendeinen Scheiß baut, dass das alles hinfällig ist und sie eigentlich am Arsch ist, ne? Wenn die zum Beispiel dann, wenn das hinfällig wird, dann hat sie ja, wenn sie das nicht bezahlen kann, 50.000 Hafteinheiten auf dem Buckel, ne? Ja, klar. Und dann ist sie im Knast, sie kriegt ihre alte Identität zurück und ist damit dann im Gefängnis, dass es nicht gut ging. Also sie weiß, was da auf dem Spiel steht, glaube ich. Also ist sie 100% in ihren Gedanken auch so gefasst, dass sie das verstanden hat? Vielleicht... Das ist ja ein Prozess, ne? Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen, aber es läuft ja jetzt schon eine Weile. Ich glaube schon, dass sie in die Richtung geht. Sie hat bei Internaka gestern ganz klar gesagt, dass sie weiß das und sie hält sich auch dran und sie verspricht es auch und so weiter. Hey. Hoffenbar. Also wissen wir, du machst ja nicht, ob sie das alles macht, aber hoffenbar einfach. Ich versuche gleich nochmal den Herrn Kowalski zu erreichen und ihn zu briefen, dass er bitte Leute nicht anstiften sollte, Straftaten zu begehen. Auch über einen Verkehrsschild zu fahren ist eine Straftat. Ja, also wir müssen ja mal ein bisschen rigoroser unterwegs sein. Gibt es sonst was Neues? Ähm, nee. Okay. Soweit. Okay. Neue Officer gemacht, alles gut. Ich werde jetzt mit Herrn Koriame und mit Herrn Miller das Gespräch führen bezüglich das Lamesa-Department. Eventuell werde ich Herrn Lamesa, sage ich schon, den Herrn Miller sagen, dass wir da einen Switch machen. Wobei ich immer noch glaube, dass Herr Koriame meiner Meinung nach die falsche Besetzung ist und dass ich da eher einen Mr. Foley zum Beispiel sehe. Herr Dings ist die falsche Besetzung? Herr Koriame, ja. Okay. Aber vielleicht kriegt er mich ja gleich überzeugt. Da kann man nicht zuhören, ne? Nee. Ich kann aber hinterher das Ergebnis geben, was, äh, sagen, was da rausgekommen ist. Ja, klar. Okay. Dann, äh, bis nachher. Wie lange bist du heute im Dienst? Ich habe, ich habe um 21.30 Uhr, habe ich das Date heute, ne? Das Date? Was, wenn, was macht... Ach, das Date mit Schneemobil. Oh, ist das das Schneemobil-Date? Ah, okay. Das ist das Schneemobil-Date. Auf dem Berg fahre ich auch mit dem Schneemobil-Date. Mit den Katzen muss ich auch noch das alles irgendwie... Ach Gott. Ich habe überlegt, ich lüge weiter, ne? Du fährst auf... Du fährst mit ein... Also derjenige, der einen Helikopter versenkt hat, wäre mit einem Schneemobil auf einem Berg. Bist du wirklich sicher, dass du... Wer wäre deine Alternative, die folgen würde, wenn du sterben würdest im Department? Wen soll ich dann auswählen? Das ist gerade schwierig. Oh, Louis. Weiß du nicht. Foley. Foley. Oh je. Okay. Alles klar. Dann viel Spaß, Natschi. Ey, danke. Da hin, ne? Tschüssi. Komisch, aber wie kann ich Ihnen helfen? Herr Kowalski, was... Haben Sie einen Film gedreht und sind jetzt Mitglied einer Mafia? Oder warum reden Sie so komisch? Check. Ich mache Ihnen ein Angebot, was Sie nicht ablehnen können. Ne, also meine Stimme ist irgendwie kaputt. Gott. Wo sind Sie denn gerade, Herr Kowalski? Ich bin gerade in Davis. Haben Sie meine E-Mail gelesen? Können Sie mal kurz ins VPD auf die 5 kommen, weil ich muss mit Ihnen über etwas sprechen und dann können wir auf Ihre E-Mail eingehen, ja? Frau Persell auch? Direkt? Null. Frau Persell können Sie auch mitbringen, aber der erste Punkt betrifft nur Sie. Aber dann können wir die E-Mail direkt auch abarbeiten. Okay, das wäre super. Wir kommen gleich vorbei, ja? Alles gleich. Check. Dann korrigieren Sie das mit dem Streifenblatt. Check. Wird gemacht. Komm. Zeitstelle End. 519, selbst über Führung zu fahren, der Mafia. Das war ein Zapp. Check. Ich bin in einem Minute bei Ihnen. Leute, ich bin mal ganz kurz... Ich habe nichts mehr zu trinken. Ähm, mein Hals brennt gerade ein bisschen. Äh, ich behufe mir eben noch, ähm... Achso. Das ist der Schreibtisch hier. Äh, ich hole noch ganz kurz, ähm, mir was zu trinken. Ja, ich bin sofort da, Leute. Ich bin sofort da. Ich bin sofort da, ich bin sofort. Check. Dankeschön. Tschöne. Tschöne. Danke. 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 Schöne. Danke. 4, 2, 2, 120 kmh. Check. 6, 04, 10, 20, KPL-Salver, Community-Policing. Check. 4, 2, 2, aktiv. Check. 4, 1, 2 für die Leitstelle kommen. 4, 2, herkommen. Mal das VPD anfahren und sich um Frankenbricks und in den Zellen kümmern kommen. 4, 1, 2, auf Antwort VPD kommen. Leitstelle Ende. 4, 4, 1, 10, 20, La Puerta Tankstelle. Check. 5, 1, 9, aktiv. Check. Leitstelle für die U-31 kommen. Leitstelle hört, sie kommen. Die U-31 ist jetzt Standort Chamberlain Health Observation. Kommen. Check hat die Leitstelle somit. U-31 Ende. 4, 1, 10, 20, La Puerta Tankstelle. Ja. Leitstelle 4, 4, 13, Kommen. 4, 2, Kommen. Achten Sie auf das 60-40 Verhältnis mit Norden und Süden. Zusätzlich räumen Sie einmal das Leitstellenblatt bitte auf, Kommen. Ja, wird gleich böse, Kommen. Check. 4, 13, Ende. 4, 1, 7, Überführungspfad. Davis. Leitstelle im Zusammenhang. Check. So. Zoschi! Wie viel waren das? Leck mir am Arsch. Das war ein Fab. Jo, Matzi, danke für 20 Monate. Danke dir für die tolle Möte in deinem Stream. Zehn Sub-Gifts. Michael Schmidt, danke schön. Denkt dran, Leute, der Sub ist aktuell 25% reduziert. Dankeschön. Christopher, danke schön für zehn Sub-Gifts. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ihr wollt wahrscheinlich morgen, dass wir in zwei Stunden GTA-RP-Stream machen und wenn ihr so weiter macht, erreichen wir das Sub-Golau gleich. 4, 2, 2, 10, 30, Pro-Labs. Dankeschön, 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 Dankeschön. Christopher, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Leute, meine Tante, ne? Die hat mir Toplarone-Creme gemacht. Zu Weihnachten. Voll geil. Selbst gemacht. So. Geht jetzt los. Ich bin mal gespannt, wie dieses Gespräch jetzt wird. So. Gut. Fangen wir mit Ihnen beiden mal an. Okay, ich muss auflegen. Also. Sind Sie beide aufnahmefähig? Warten Sie mal kurz. Ich habe irgendwie Kowalski noch. 4, 4, 1 zur Leitstelle, komm. Mal Kowalski, noch auf der Anfang stehen. 4, 1, 30, komm. So. Nachfragekennung 4, 4, 1, komm. Okay, voll aufmerksam. Gut. 4, 4, 1, 30, komm. Also. Kowalski, geh aus der... Okay, check. Ihr neues Streifengebiet ist in den Norden, komm. Ja, ich höre Ihnen zu, Mr. Weiß. Wie habe ich das Gefühl? Ich höre Kowalski. Klären Sie das erst. Gehen Sie beide wieder raus und klären Sie das. Okay. 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 Ich glaube, das Problem hat sich hier übrigt. So. Haben Sie sich jetzt... Sind Sie jetzt bereit? Ja, ja. Können Sie sich vorstellen, warum Sie beide jetzt hier stehen? Wurde bereits zugetragen, betreffende Operations, dass der Schreifendienst nicht läuft, etc. pp. Ja, da läuft noch mehr nichts. Dann erklären Sie mich gerne mal auf. Nee, Sie sollen mal reflektieren. Ich höre Ihnen zu. Nun mal davon angefangen, dass wir froh sein können, dass unser Officer vielleicht mal morgens ihre Schuhe zu binden können und Atmen in ein Reflex ist. Das ist dann aber ja ein Fehler, der schon bei Ihnen anfängt. Was ist das Problem, warum Sie jetzt hier stehen? Nun, letztlich, wenn was in der Abteilung nicht läuft, wir wissen alle, die Scheiße läuft von unten nach oben. Das heißt, dementsprechend, die Leute an der Spitze kriegen es halt rechtmäßig auch ab, da es ja ohne zur Verantwortung ist. Aber was machen Sie denn falsch? Nun, ich habe es mit verschiedenen Ansätzen, also zumindest kann ich hier von meinem Personal sprechen, ich habe es mit verschiedenen Ansätzen probiert. Zum einen natürlich die Leute halt strikt an die Hand zu nehmen, zum eigenen Mitdenken zu ermutigen, etc. Und bei allen Dingen fruchtet es beim Großteil leider nicht. Aber die Frage, ob man jetzt jeden Officer strikt an die Hand nehmen muss, Personal aufstocken muss, welche sie halt per se noch nicht haben und auch keine Kandidaten per se aktuell in Aussicht haben. Ja, es gibt viele Baustellen, die man potenziell in den Angriff nehmen sollte für 2024. Und die wären? Nun, zum einen Aufstockung des Personals, dass halt wirklich die Leute aufgefangen werden, diesen ganzen Kindergarten entweder unterbinden oder outsourcen, weil es gibt Abende, da stehen, sag ich mal, Vorgesetzte wirklich wegen sinnloser Scheiße über Stunden im Büro, also noch schlimmer als die Fälle, die wir damals hier schon im VPD hatten. Wirklich wegen Dingen, wo man sich fragt, wieso, weshalb, warum überhaupt und auch wieder meiner Meinung nach zumindest strickte aussortieren. Das sind ja teilweise Leute im aktiven Polizeidienst, wo man sich vielleicht die Frage stellen sollte, nach gewisser Zeit X, ob die Personalien geeignet sind für den Polizeidienst, weil Quantität geht immer noch nicht vor Qualität. Also sagen Sie, die Ausbildung lässt so viele Leute durch? Das per se nicht. Ich denke, wir tun uns schwer darin, gewisse Schritte zu gehen, weil wir merken, okay, die Personalien funktionieren für uns nicht. Sei es jetzt Leute, die vielleicht Anweisungen missachten, Dienstanweisungen in Frage stellen, Rangvorschriften etc. Also ich denke, da wären wir früher weitaus rigoroser und hatten dann nicht per se solche problematischen Personalien drin. Allerdings haben wir auch momentan das Problem, aufgrund der Größe der Behörde, meiner Meinung nach, dass halt das alles nicht mehr aufgefangen werden kann. Wenn Sie zurückdenken, im VPD hatten wir eine kleinere Belegschaft. Das heißt, die starken Officer haben die schwächeren Officer besser durchgetragen. Momentan haben wir aber, glaube ich, ein Ungleichgewicht zwischen den starken und den schwachen Officern, dass es eben nicht mehr möglich ist, diese wie früher einfach durchzuschleifen. Und darum fällt es halt auch umso mehr jetzt noch ins Gewicht. Weil ich sage Ihnen, wie es ist, momentan haben wir von den Officer 3en, zumindest in der Mesa keinen, oder keinen, den ich Assagen sehen würde, um eben was aufzufangen. Und auch so, denke ich, tun sich viele Officer schwer damit, sowohl Rekunden wie auch Officer, die in der Ränge unter sich sind, an die Hand zu nehmen und aktiv halt auch zu fordern, weil sie selber vielleicht auch mit Situationen überfordert sind, aber wiederum nicht trauen, den Mund aufzumachen, obwohl das halt schon seit Monaten gepredigt wird. Ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass wir in einer Behörde arbeiten, die mit erwachsenen Menschen gefüllt ist, sondern es fühlt sich manchmal an wie Teilzeitkindergärtner, weil sie dann das Problem selber zu genüge. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Assistant hinter Ihnen steht, Herr Miller? Ich sage Ihnen ehrlich, aufgrund meiner, zum einen Abwesenheit im August wegen dem Urlaub, jetzt der Krankheit und so weiter, habe ich das Gefühl, dass mein Assistant Chief das Department trägt und sich vielleicht auch ein bisschen zu viel aufs Brot schmiert, also dass ich manchmal eingestehen werde. Das beantwortet nicht meine Frage. Ja, definitiv. Ist das so, Herr Coriame? Stehen Sie 100 Prozent hinter Miller, dessen Entscheidungen und wie er das Department fühlt? Aktuell prackelt das in der Hinsicht, da muss ich auch drüber unterhalten und ich weiß auch, worauf Sie hinaus wollen. Das habe ich aber auch hier schon angedeutet und angesprochen. Worauf möchte ich denn hinaus? Das letzten Endes, ich gesagt habe, dass es gerade schwierig findet, dass ich allein tragend für viele Entscheidungen bin, und bei den schwierigsten Entscheidungen meist alleine stehe und mich damit sehr schwer tue, mein Chief zu übergehen, weil eigentlich ich lieber mit ihm zusammen kommunizieren möchte, als hier auf verschiedenen Wegen zu kommunizieren. Aber stehen Sie nun hinter Ihrem Chief oder nicht? Ich stehe trotz alledem zu meinem Chief, weil ich ihn respektiere. Was heißt denn trotz alledem? Sie fühlen sich also im Stich gelassen? Stich gelassen ist ein hartes Wort, aber zwischenzeitlich fühle ich mich sehr alleingelassen, im regulären Sinne auch. Miller, das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage. Ja, und warum bedarf es dann erst so ein Gespräch, um mir das zu sagen, frage ich mich jetzt gerade. Also klar, wie gesagt, ich bin die letzte Zeit leider nicht so oft im Dienst gewesen, wie ich vielleicht gerne gehabt hätte. Aber auch da, ich habe dir auch x-mal gesagt, zur Not, delegiere Sachen entweder an mich weiter, wenn das halt Dinge sind. Und wenn das ein Tag liegen bleibt, dann ist das so, dann müssen die Leute mit leben. Wir sind immer noch eine Behörde. Ich weiß, das kannst du nicht und das willst du nicht, aber das musst du halt tun. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Nein, ich habe Sachen an dich delegiert, MPU, ASU-Thema und es ist nichts passiert. Und letzten Endes musste ich wieder kurz vor knapp, vom 1. Dezember, das in die Hände nehmen und zum Commissioner gehen und sagen, ist das für ihn okay? Und das habe ich sehr oft erwähnt, das Thema und das weißt du. Ich wollte unbedingt, dass du die ASU abgibst, weil ich weiß, dass du a, auch viel eingesponnen bist und b, dass du das Swap leitest und das mit Herz leiten willst. Da kannst du nicht noch parallel die ASU-Thema leiten. Leute, nicht Flame, weil er nicht da ist, das ist wichtig. Ich bin manchmal auch nicht da, darum geht es gar nicht. Und du kamst, die Scherben aufzuräumen. Und das weißt du. Und ich habe mir einfach das angesprochen. Es gab bis zum Schluss, also ne, abgesehen von Finch, die dann zum Schluss kamen, gab es keinen, der die MPU übernehmen konnte, um Guattier daraus zu nehmen, das weißt du auch. Ja, ich würde gerne eigentlich auch aussprechen wollen, eigentlich. Und das ist das Thema. MPU das Gleiche, dass ich da irgendjemanden suchen muss und ich halt ne Entscheidung treffen muss, Finch als MPU zu machen, wo ich sehr Bauchschmerzen hatte. Aber mittlerweile, ich tatsächlich überrascht bin, dass er das gut macht. Das sind halt immer so Sachen, genauso wie Kündigungen oder sonstiges. Vieles ist halt, dass ich das halt machen muss. Ich habe doch kein Problem mit der Buhmann zu sein. Bin ich eh bei den meisten. Ist mir auch scheißegal mittlerweile. Aber es ist halt schon so, ja, wie gesagt, ich stehe trotz alledem hinter dir und das solltest du wissen. Tun Sie nichts. Das ist halt schwierig für mich. Tun Sie nichts. Das ist der entscheidende Punkt. Das tun Sie eben nicht, Herr Koriame. Sie stehen nicht 100 Prozent hinter Ihrem Chief. Sie zweifeln ihn sogar an. Das tun Sie die ganze Zeit. Und ich verstehe das sogar, warum Sie das tun. Das hat nichts mit Respekt zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass Sie den Herrn Müller nicht respektieren und auch nicht seine Aufgaben schätzen. Ich kann verstehen, Sie sind ausgebrannt, der Bogen ist überspannt, Sie übernimmt die Aufgaben dort alleine und fühlen sich alleine gelassen. So schätze ich Sie inzwischen ein. So schätzen viele Kollegen Sie hier ein. Und deswegen stehen wir hier. Wir müssen etwas ändern. Weil dieses Thema geht schon länger. Und Herr Müller, Sie sind ein sehr fähiger Kopf. Ja, und ich habe Sie damals auf diese Position gesetzt, weil ich würde behaupten, von allen Mitarbeitern, die hier bei uns im Dienst sind, sind Sie bei weitem einer Herr Kowalski, können Sie einmal bitte Ihr Hemd richten? Danke. Sie sind bei weitem einer der kompetentesten, was strategische Ausrichtung und Einsatzfähigkeit betrifft. Einsatzfähigkeit betrifft. Aber würden Sie auch sagen, Sie sind ein guter Leiter? Wir machen das so. Ich werde das hier nicht bewerten. Ich frage Sie, wie Sie sich selber sehen. Nun, ich sage mal, wie es ist, so die letzten, ja, ein, zwei Monate tue ich mich schwer damit. Aufgrund der Thematen, die halt immer wieder hochkochen, das ist halt, wie sagt man so schön, ein Broken Record. Ja, man wiederholt immer und immer wieder das Gleiche. Und nicht den Eindruck, dass was davon hängen bleibt. Aber da machen Sie was falsch. Das kann durchaus sein, ja. Es ist ein schlechtes, also vielleicht für Sie jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber wissen Sie, das Department im Mission Row, das funktioniert. Wissen Sie warum? Weil der Herr Kukum übernimmt die leitende Funktion und delegiert nach unten. Es ist einer der wenigen, der verstanden hat, wie es funktioniert. Ich würde auch wunderbar gerne nach unten delegieren. Das Problem ist nur, wir haben einen Gautier, der kurz vorm Burnout steht. Wir haben einen Mr. Barnes, der sich dorthin bewegt. Wir haben einen Herrn Koryame, der sowieso auch schon überladen ist mit Arbeit. Sie haben mir drei starke, hochrangige Mitarbeiter gesagt. Genau. Und jetzt gebe ich einen vierten. Und das wird Mr. Foley sein. Mr. Foley wird sich darauf fokussieren, mit Ihnen gemeinsam Officer vorzubilden. So. Das heißt, Sie haben vier Leute jetzt. Aber jetzt müssen Sie sich selber die Frage stellen in Ihrem Department, warum sind meine Mitarbeiter ausgebrannt? Lasse ich meine Mitarbeiter zu sehr im Stich? Übernehme ich viel zu viel? Gebe ich zu wenig Verantwortung ab? Sie müssen das selber für sich reflektieren. Und ich sage Ihnen, das Problem ist, dass Sie beide absolut eine Fehlbesetzung für die Führung sind. Nicht, weil Sie es nicht können, sondern weil Sie beide nicht das Rückgrat dafür haben. Als Sie hier reingekommen sind, ich habe Sie die ganze Zeit reden lassen. Sie beide. Ist Ihnen da was aufgefallen? Am Anfang haben Sie sich mit breiter Brust hingestellt und haben mir erzählt, dass Sie doch so hintereinander stehen. Dass Sie auf sich aufpassen, dass Sie ja jeden gegenseitig respektieren. Herr Miller, Sie lassen den Herrn Koriame, der Ihr Assistant Chief ist, nicht ausreden. Herr Koriame läuft durch die Weltgeschichte und erzählt, dass er eigentlich der Chief of Department in La Mesa ist. Sie beide sind nicht im Einklang, Ihre Arbeit richtig miteinander zu machen und arbeiten eher gegeneinander anstatt miteinander. Weil Sie, Herr Koriame, und ich, nochmal, verstehen Sie mich nicht falsch, ich kann Ihren Frust sogar verstehen. Sie fühlen sich alleingelassen. Aber Sie, Herr Miller, sind halt krank. Das ist eine Bedingung, die Sie sich ja nicht aussuchen. Und Sie müssen jetzt einen Weg für sich finden, darüber nachzudenken, was Sie tun und was Sie machen, damit es besser wird. Wir haben jetzt verschiedene Optionen. Sie müssen erstmal sich im Klaren sein. Passen Sie auf, ich habe eine Frage an Sie beide. Okay? Ich will Ihnen nur eine Sache sagen. Ich respektiere Sie beide sehr. Sie sind beide da, wo Sie eigentlich aus meiner Perspektive sind, bis vor der Entscheidung, die ich nachher treffen werde. Sehr gute Mitarbeiter. Sie sind sehr konzentriert, sehr straight. Sie sprechen Sachen an. Nur, merken Sie es, nicht gegenseitig. Herr Miller, Sie sagten gerade eben, warum kommt das erst jetzt zustande, das Gespräch? Wir haben doch miteinander gesprochen. Die beide sind nicht im Einklang und Sie müssen im Einklang sein. Sie beide müssen im Einklang sein. Wissen Sie warum? Sie beide, nur Sie beide haben das wichtigste Department. Und Sie haben Ihre Aufgabe nicht verstanden. Aber was ist denn Ihre Aufgabe? Herr Kuriam, erklären Sie mir doch mal, was ist die Aufgabe des Lameser Police Departments? Ja. Das Lameser Police Department ist halt die erweiterte Academy, die taktische Hauptzentrale sowie, jetzt nicht mehr, aber damals halt das Wort, sowie High Speed Unit. Im Prinzip sorgen wir dafür, dass die Officer auf Kurs sind, in einem Zeitraum zu weiteren Departments geschickt werden sollen. Verteiler. Das heißt, nachjustieren, weiterschicken, nachjustieren, weiterschicken, die ganze Zeit. Zusätzlich ist das Department Lameser für zuständig, die Operations zu führen und somit halt auch Einsätze dementsprechend vorzuplanen, beziehungsweise zu verteilen, dass diese durch Targen aufwärts durchgeführt werden, damit das auch dementsprechend umgesetzt wird. Entschuldigen Sie. Okay, Sie haben das, was ich hören will, schon gesagt. Es passt. Aber Sie haben eine Sache vergessen. Warum ist Ihr Department, Herr Müller, denn so wichtig? Normalerweise der Streifendienst auch entsprechend auf Kurs bringen, Leitstelle nachjustieren. Nein. Die Officer auf den Dienst, sag ich mal, als Officer 2 aufwärts, beziehungsweise als Officer 1 auch in anderen Departments entsprechend einsteigen und weiterschicken. Richtig. Das ist der Knackpunkt. Schauen Sie. Wegen Ihrer Arbeit, die Sie gerade an den Tag legen, stagnieren andere Departments, weil Sie nicht greifbar sind. Was aber okay ist, das kann passieren. Da machen wir Ihnen auch keinen Vorwurf. Aber, Herr Coriame, Sie fokussieren sich komplett in Ihrer Arbeit auf absolut andere Dinge, die Sie nicht tun sollten. Die ASU und die MPU, ja, das sind Themen, aber lassen Sie doch erstmal beiseite, auch wenn wir Sie brauchen. Die Priorität hat immer Folgendes. Ich sag Ihnen die Laufbahn, ja. Ein Rekrut kommt ins Mission Road Department, macht dort seine Ausbildung, dann wird er Ihnen übergeben. Ich bin ehrlich, viele von denen sind manchmal sehr fragwürdig, weil ich kenne die Ausbildung, die drückt manchmal ein Auge zu. Da müssen Sie tatsächlich die Scheiße auffangen, okay? Aber Ihre Aufgabe ist jetzt folgendermaßen. Wir haben ein kleines Feedback eingeholt und einige Mitarbeiter im Lamesa-Departement und auch Officer kritisieren bei Ihnen, auch bei Herrn Cotier und Mr. Barnes, dass die Führung immer zu seinem Büro steht oder miteinander rausfährt. Ihre Aufgabe ist es, Herr Miller, Sie müssen eigentlich mit einem Officer 1 Streifen fahren. Herr Coriame, Sie müssen mit einem Officer 1 Streifen fahren, neben den Sergeant-Prüfungen. Und dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie dieses Personal besser kennenlernen und formen können. Und wenn Sie der Meinung sind, sind wir zwei, dreimal mit diesem Officer gefahren, steht Ihnen aufgrund Ihrer Erfahrung so viel Macht und Vertrauen von mir entgegen, dass Sie eine Kündigung in meiner Anwesenheit ruhig auch ansprechen und auch ausführen können. Bedeutet, Sie haben dort einen Officer und sagen, ich kann biegen und brechen, machen, was ich will. Es funktioniert nicht. Sie suspendieren ihn erstmal, weil Sie sagen, ist für mich vielleicht nicht dienstauglich. Und dann kommen Sie mit dem zu mir und sprechen Ihre Empfehlung für eine Kündigung aus, wie bei Mr. Friedrichson zum Beispiel, der ein Ultimatum bekommen hat. Ja, und was machen wir dann? Wir nehmen einen anderen hochrangigen Officer aus einem anderen Department und sagen, passen Sie auf, Sie schreiben ein Gutachten über diesen Officer. Sie fahren eine Woche lang nur mit dem Streife und am Ende bewerten Sie seine Arbeit. Und wenn Sie der Meinung sind, das ist nichts, fliegt diese Person aufgrund dieser Art und Weise raus. Ja, und damit will ich Ihnen sagen, Sie müssen mehr Ihr Kernproblem oder Ihr Kernfokus finden. Ja, also wirklich den Fokus finden. Und wenn Sie das hinbekommen, dann sage ich Ihnen, dann läuft es auch wieder besser. Sie konzentrieren sich zu sehr, zu sehr auf verschiedene Bereiche. SWOT haben wir, dann haben wir die Air Support Unit. Wir haben die, Sie sind einfach überlastet. Ja, und ich kann das verstehen, wir haben eine Polizei, die sehr aufgeblasen ist, das weiß ich auch. Aber wo schlägt Ihr Herz als Polizist? Wo möchten Sie, was möchten Sie tun? Herr Koryam, ich glaube, Sie wären sogar ein sehr guter Ausbilder. Wissen Sie? Und ich glaube, wenn Sie diese Kernkompetenz nehmen, als führende Ausbildungskraft von Officer 1 bis Officer 3 oder Officer 1 bis Officer 2 im Lamesa-Department, Sie fokussieren sich nur darauf. Und dann nehmen Sie den Folie noch. Und der Folie und Sie beide, Ihre Aufgabe ist es, nur Officer 1 und 2 zu formen und diesen zu verteilen. Das ist Ihr Steckenpferd. Ich sage Ihnen, Sie gehen leichter durchs Leben und Sie haben einen Sinn in Ihrer Arbeit wiedergefunden. Sie stehen weniger im Büro. Herr Miller, Sie sind eher das taktische Alphatier. Sie wollen das SWOT aufbauen. Sie wollen, dass die Air Support Unit und die MPU weiterläuft. Warum konzentrieren Sie sich nicht auf den taktischen Teil? Und somit haben Sie zwei Säulen, worauf Sie arbeiten können. Zwei Personen, die eine Aufgabe haben in der Führung. Und dann gehen Sie, Herr Koryame, mit Herrn Miller zu mir oder Sie machen das untereinander, treffen sich mit den anderen Departmentleitern und verteilen das neue Personal auf die Departments. Und wenn Sie das hinbekommen, haben Sie den Weg gefunden. Und wenn Sie merken, okay, die Air Support Unit oder die Marine Patrol Unit funktioniert nicht, dann können Sie wiederum sagen, okay, das ist gerade ein Problem, aber wir fokussieren uns erstmal auf die Erweiterung der einzelnen Departments. Denn Davis braucht Leute und der Peru braucht Leute und der Norden braucht Leute. Und wenn die Leute, die Officer zu Ihnen kommen, dann müssen Sie, diese Officer, mit Ihrem starken Know-how, was Sie haben, nehmen und weiter, weiter pushen, pushen, pushen. Das sind nicht alle solche talentierten Leute wie Sie, die das jahrelang auf dem Buckel haben. Wir alle sehen das anders. Und das ist ein Problem, wissen Sie. Wir haben eine falsche Sichtweise darauf, auch ich. Wir haben einen Einsatz, wir sagen dann, warum macht der Officer das denn nicht? Denkt doch einfach mit. Ja, wissen Sie warum? Weil er nicht die Erfahrung hat. Und das müssen wir alle lernen. Das müssen wir alle, alle, alle lernen. Ja, und ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise. Also, Herr Miller, wie sieht es denn jetzt bei Ihnen aus, so arbeitsbedingt? Also ich habe es nicht vor, nochmal krankheitsbedingt. Nein, nein, das lassen wir mal weg, aber ich meine Urlaub und sowas alles. Wenn Sie krank sind, sind Sie krank, da können Sie nichts für. Ja, der nächste Urlaub steht im April an. Okay. Nein, das ist erst mal drei- bis viermal die Woche, regulär wie gehabt. Okay. Viermal die Woche vermutlich. Okay. So, gut. Jetzt ist meine Frage an Sie. Herr Kuriam, ich frage Sie jetzt ganz offen und ehrlich hier. Ja? Bitte nutzen Sie diese Chance. Ich will sonst kein Gejammer bei irgendjemandem hören. Ich frage Sie jetzt ganz offen und ehrlich hier. Sehen Sie Herr Miller weiterhin als Ihren Chief, der das Lamesa-Department leiten kann, oder wünschen Sie sich jemand anderen? Ich erwarte von Ihnen jetzt die Größe, dass Sie das selber entscheiden, was Sie hier sagen, und nicht, weil Herr Miller in der Anwesenheit ist. Ich würde sagen, Herr Miller ist so ein professioneller Mitarbeiter, dass der das selber gut bewerten kann und das nicht persönlich nimmt. Aktuell tue ich mich damit schwierig. Nennt Sie die Gründe? In den letzten zwei Monaten, eigentlich haben wir immer eine sehr gute Kommunikationsflow. Die Sache ist nur, in letzter Zeit, in den letzten zwei Monaten habe ich mich, ich weiß, dass ich viel an mich reiße. Klar, weiß ich, ist korrekt, weil ich halt möchte, dass es passiert. Zeitnah passiert, nicht später, aber manchmal fühle ich mich halt wie ein Sekretär. Und dass er ich immer die unangenehmen Aufgaben machen muss. Ich weiß, das ist teilweise meine eigene Schuld, dessen bin ich mir bewusst, aber ich bin halt kein Fan davon, Sachen halt aufzuschieben, in keinster Weise. Und ich glaube, dass Mr. Miller ein Vollblut-Officer ist, welcher, wie Sie schon sagten, in den taktischen Bereich gehört, das Wort zu leiten und mehr im Außendienst unterwegs sein sollte. Deutlich mehr. Also würden Sie sagen, dass Herr Miller eher ein erweiteter, er ist ein Herr Pearson, sagen wir es mal so. Er ist eine, 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 kann man das, wie habe ich Herr Pearson immer beschrieben? Herr Pearson wäre die absolute Fehlbesetzung für eine leitende Position, da man ihn in ein Büro stellen würde, während so eine starke Einheit auf der Straße fehlen würde, der die Leute anleitet. Ist er sowas für Sie, der Herr Miller? Mr. Miller ist für mich damals ein sehr, sehr starker Commander gewesen, der sich auch sehr fokussieren konnte, darauf rauszufahren und den Streifendienst zu leiten und zu führen. Ich finde das Gespräch gerade sehr gut, Leute. Wie sehen Sie das, Herr Miller? Ja, ich verstehe das. Wie sehen Sie das, Herr Miller? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Klar, zum einen sehe ich das ähnlich mit der Kompetenz auf der Straße. Zum anderen ist es aber halt auch natürlich gut, die Erfahrung, die man jetzt in den, naja, mittlerweile fast drei Jahren gesammelt hat, eben im Zuge der Mitarbeiterbewertung, Ausbildung, Weiterbildung, auch in diesen ganzen, also den ganzen leidigen Bürothemen natürlich mit einfließen zu lassen, da man eine gewisse fundierte Meinung mitbringen kann, die vielleicht anderen Kollegen fehlt, die noch nicht so lange Teil dieser ganzen Behörde sind. Also man kann es so oder so sehen, würde ich jetzt mal sagen. Herr Miller, würden Sie es schaffen, den Herrn Kuryamme wieder zu überzeugen, dass Sie sein Chief sind? Dass er das Gefühl hat, dass er, ich will nur kurz sagen, er hat nie an Ihren Stuhl gesägt oder ähnliches, hat er nie getan. Er hat einfach nur, und das kann ich auch verstehen, das müssen Sie auch verstehen, er hat einfach, er ist einfach ausgebrannt. Gut, ich meine, jetzt hat er auch noch eine Dame an der Seite, die noch mehr ausbringt, aber am Ende des Tages, allein wegen der Stimme, aber am Ende des Tages ist es aber so, dass, wenn wir uns auf die Polizeiarbeit konzentrieren, ich mit, dass der Kuryamme da, 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 da ist. Deshalb müssen Sie den Herrn Kuryamme auch verstehen, dass er Sie jetzt umso mehr braucht, dass Sie mit einem geraten Schritt nach vorne gehen und sagen, ja, vielleicht war ich etwas rar, vielleicht habe ich euch nicht richtig angeleitet, aber ihr habt das aus dem Gespräch mitgenommen und ich versuche es jetzt besser zu machen. Oder sagen Sie, es gibt jetzt drei Optionen. Oder Sie sagen, Sie fühlen sich ein bisschen verraten, weil das hätten Sie selber klären müssen, das hätte man besprechen müssen. Oder Sie sagen, dass der Kuryamme den Laden leiten soll und Sie sich unterordnen und einer anderen Aufgabe nachgehen. Sie haben diese drei Optionen. Ich lege es, passen Sie auf, ich hätte eine Entscheidung für mich, aber die lassen wir außen vor, weil es geht darum, wie Sie sich selber reflektieren. Dieses Gespräch ist nur eine Selbstreflektion. Also per se, dass er nicht an meinem Schuh gesägt hat, das würde ich mir auch nie unterstellen. Also dafür kenne ich ihn mittlerweile schon zu lange. Ja, also ich kann es verstehen, dass vielleicht auch ein gewisser Impuls benötigt wurde, um dieses Gespräch ins Rollen zu bringen. Ich finde es auch gut, dass dieses Gespräch ins Rollen gekommen ist. Und ich würde auch alles daran setzen, eben dieses Feedback, das ich jetzt bekommen habe, umzusetzen, dass der Laden halt wieder, wie sagt man so schön salopp, läuft. Sie haben es ja gesagt, das ist unser aller Interesse. Ist mit das wichtigste Department. Wir halten den anderen den Rücken frei und stärken sie mit neuem. Nicht mit das wichtigste Department. Es ist das wichtigste Department. Aber dann hätte ich jetzt tatsächlich zum einen die Bitte an Herrn Kuryamme, wo das halt auch Dinge, die vielleicht jetzt zu viel wären, einfach, blöd gesagt, hoch eskaliert, weil das steht auch ihm als Assistant Chief frei. Welche Aufgabe haben Sie, Herr Miller? Bitte? Welche Aufgabe, welchen Rang haben Sie? Nein, 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 welchen Rang haben Sie? Welchen Rang hat Herr Kuryamme? Assistant Chief auf die Department. Sie bitten Ihren Assistant Chief, der unter Ihnen geordnet ist, etwas. Sie befehlen Ihnen das. Eben die Anweisung, das entsprechend dann hoch zu eskalieren, weil es bringt auch nichts, wenn ihm das dann zu viel wird, zu seinem Tisch aufläuft. Ich verstehe die Intention, dass man Dinge halt schnell abarbeiten will, definitiv. Aber genau sowas bringt uns halt in die Bredouille, dass die Leute reihenweise ausbrennen, weil sie halt immer denken, okay, ich muss das noch, nur noch schnell das, nur noch schnell das, nur noch schnell das. Ich meine, wir kennen es alle, da ist man nur zwei Uhr morgens außer Dienst. Und das ist kein gesundes Verhältnis dazu. Dann bleibt das Ding halt mal nach einem Tag oder einem Tag liegen. Und ich meine, letztlich in der letzten Zeit, wenn ich in den Dienst komme, wir haben ja gewisse Überschneidungszeiten, da muss ich auch definitiv an die eigene Nase fassen mit den Briefings, gebe ich dir vollkommen recht. Aber da wäre jetzt halt auch die Frage für mich an ihn, weil letztlich eine Führungskraft ist ja so gut, wie die Leute, die dem stehen, die Frage, ob er mich da noch sehen würde, wenn ich jetzt halt entsprechend die Punkte umsetze. Und da frage ich jetzt einmal ganz frei heraus, Correa, aber siehst du mich da noch erst dann schief, wenn ich jetzt die Punkte aus diesem Gespräch mitnehme und umsetze? Legt mir mal, das war ein Zap! Wie sollte es so passieren? Ja, natürlich, wenn es so läuft wie am Anfang, ja, natürlich. Deswegen ist es überzeugend. Ich denke, ist der Vollfokus dann noch da, dass im Prinzip, wenn es um ein wichtiges Gespräch geht, und es gehört nur mal dazu, zur Führung, unabhängig davon, zu welcher Abteilung man gehört, dass wichtige Gespräche geführt werden müssen, dass der Vollfokus da ist und nicht eine 1060 mit irgendeinem Fahrzeug, was nicht mal relevant klingt, sage ich das mal, nicht falsch verstehen, wie ich jetzt das gerade meine, dass man trotzdem den Fokus auf das Gespräch hat, weil oft Gespräche deswegen untergegangen sind. Und das weißt du auch. Ich weiß, klar, es ist wichtig zu unterstützen, aber manche wichtigen Entscheidungen, Personalentscheidungen, müssen halt auch zeitnah getroffen werden. Und nicht, was sich hingeschoben werden. Zum Beispiel. Ich hoffe, Sie beide verstehen mich. Ich verstehe das. Aber Sie haben ja immer die Möglichkeit, Leute zu suspendieren, bis sie die Sache geklärt haben, ne? Wenn etwas ganz slick ist. Okay, also, wir machen folgendes. Den März sehen wir als goldenen Schnitt in diesem Department, also in der Polizeibehörde, auch was die Gangunit betrifft. Das Projekt Gangunit wird dann auf den Prüfstand gestellt. Entweder sagen wir ja oder wir sagen nein und das Ganze wird eingestellt. Aktuell ist es so. Das Gleiche würde ich auch bei Ihnen machen. Ich werde am 15. März Ihre Abteilung nochmal auf links drehen. Und damit meine ich, ich möchte Ihre Bilanz von Ihnen vorgetragen bekommen, mündlich. Ich möchte, dass die Departments gefüllt werden, ohne dass die Qualität runterleidet. Und ich möchte, dass Sie endlich die goldene Mitte finden. Und die goldene Mitte ist das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Wir haben zwei Menschen, die eine sehr starke Expertise haben. Wenn man diese Expertise richtig einsetzt, so wie ich Ihnen das gerade erklärt habe, dann werden Sie merken, dass Sie Ihren Job besser machen können. Der eine kümmert sich um die anderen Abteilungen wie SWOT, ASU, MPU und den Streifendienst. Alles taktische. Die andere Person, die auch das Händchen dafür hat, meiner Meinung nach, kümmert sich um die Fortbildung der Officer, eins bis zwei, um die Verteilung der Officer und dafür, dass tatsächlich alles reibungslos mit den anderen Departments läuft. Sie müssen mehr miteinander kommunizieren. Am Ende des Tages müssen Sie aber auch beide es hinkriegen, mehr Leute auf die Straße zu bekommen und den Bürokratieanteil zu senken. Wie ist Ihr Ding? Aber schauen Sie, ich habe jahrelang diese Aufgabe alleine geführt, die Sie jetzt gerade machen. Und ich habe es dann bekommen. Und ich war auf der Straße. Sie stehen sich einfach gegenwärtig selber im Weg. Nutzen Sie die Leute. So, wir gehen jetzt mal Ihr Department durch. Also, Herr Miller, Sie bleiben Chief of Department. Herr Kuriame, Sie bleiben Assistant Chief of Department. Bis März. Dann kommt ein Herr Foley, den würde ich befördern, genau wie ein... Welchen Rang hat Foley gerade? Was ist er? Er hat zwei. Gut. Ich würde, Gauthier hat welchen Rang? Commander. Gut, den würde ich da lassen. Barnes hat welchen Rang? Captain. Würde ich auch da lassen. Ich würde Mr. Foley ebenfalls auf den Commander setzen, der gemeinsam mit Mr. Gauthier, um ihn zu entlasten, das durchführt, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Ich habe Ihnen jetzt Ihr Aufgabenfeld genau erklärt. Genau Ihre Aufgabe. Haben Sie verstanden, was Sie tun sollen? Ja, im Grundtäner, Mr. Miller soll den taktischen Bereich übernehmen und nicht den Personalbereich. Richtig. Herr Kuriame, setzen Sie sich mit Officer 1 und 2 im Streifenwagen, gerne auch mit Rekruten. Wenn das jemand kann, dann haben Sie das richtige Händchen dafür. Herr Miller ist zu ungeduldig dafür. Der schlägt alles kurz und klein, wenn es nicht läuft. So, ich meine das nicht böse. Ich kann es auch so verstehen. Ja, aber dadurch haben Sie den Vorteil, Herr Miller, dass Sie sich auf das konzentrieren können. Aber Sie leiten ein Department. Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter zufrieden sind. Okay? Alles klar. Und wenn Sie hier stehen, beide zusammen, dann haben Sie eigentlich schon ein Problem. Aber das kriegen Sie hin. Gut. Ist das Gespräch für Sie produktiv verlaufen oder möchten Sie noch etwas sagen? Positiv. Es gibt nur zwei Anmerkungen, die ich noch habe. Dass ich von Ihnen noch ein Video bekomme, wie mein Auftritt gestern war? Das ist kein dienstliches Thema. Okay, was wollen Sie denn sagen? Mr. Gauthier ist nicht nur kurz davor ein Burner zusammen. Er hat einen Burner, glaube ich schon. Ich weiß nicht, wie Miller das sieht, wie das Gespräch mit Gauthier wahrgenommen hat. Aber bei ihm ist es gerade echt, weiß ich nicht. Er soll seinen Rang behalten. Er soll seinen Rang behalten. Aber er soll dann einfach zurücktreten und wir nehmen vor die dazu und der unterstützt ihn dann. Also Sie meinen das ein bisschen, das jetzt wie jetzt schon macht. Der aktuell sagt er, er ist halt nur bis World Call da und danach geht er halt auch sein Dienst, weil er es gerade nicht packt. Und ich finde, das ist eine kluge Entscheidung, wie er das macht. Da noch anzuknüpfen. Ich habe natürlich mit Mr. Gauthier vorhin noch mal gesprochen, auch so über die Gesamtsituation. Er hat ein ähnliches Problem, wie ich gerade geäußert habe, dass man so ein bisschen, wenn Sie kennen es auch, Kommissioner gegen die Wand redet, aber gleich zu hören bekommt, es läuft halt nicht. Er quasi die Scheiße auf einen reinprasselt. Man hat auch irgendwie das Gefühl, nach vorne zu kommen. Ja, weil die entscheidenden Personen, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, die entscheidenden Personen, schauen Sie, nehmen Sie das Kukum-Prinzip und er macht es leider richtig, auch wenn Sie, wenn ich ihn nicht so gerne als Beispiel nehmen, weil das ein Laberkopf ist, aber Natschi setzt sich mit Mitarbeitern, ich warte kurz, bis er da das Bild umarmt hat. Ist aber ein schönes Bild. Kann man nicht anders sagen. Also ich verstehe jetzt nicht, warum einer im Chat schreibt, ich vergraue um die Mitarbeiter. Ich finde, das war ein sehr gutes Gespräch. Wir haben ihnen einfach nur nochmal erklärt, was sie zu tun haben und wo deren... Schönes Bild zu sein. Ja, vielleicht schweift er auch ab und überlegt schon, wo er mit Frau Bahnsmann hinreisen kann. Ach so. Irgendwas mit Palmen. Ja, das Bild aus der Stadt. Ja, ein kurzer Trip. Das wäre ein kurzer Trip, ja, das stimmt. Das wäre... Teil aufs Flug. Ja. Dann sind es schöne Feiertage. Natürlich. Und Sie? Fantastisch. Es ist wie sich... Du bist hier auch gut erholt. Schön. Gut. Zurück zum Thema. Sie müssen es machen, wie der Herr Kukum es macht, wie ich das schon gesagt habe. Und auch wenn ich ihn nicht immer gerne als Beispiel nehme, aber er ist... In der Hinsicht hat er es einfach perfektioniert. Er kennt all seine Mitarbeiter mit Vornamen. Alle Leute respektieren ihn und lieben ihn in seinem Department. Er kann mit jedem gut. Das ist seine Art und Weise, wie er es macht. Aber am Ende des Tages ist es so, dass er mit den Leuten wirklich ganz... Also, so habe ich es jetzt auch mitbekommen, faire Gespräche führt, im Streifenwagen sitzt und die Leute auch kennenlernt. Und da müssen Sie hinkommen. Sie müssen dort hinkommen. Sie müssen... Fragen Sie Herr Kukum meine Wege nach Tipps, aber weil er ist, nun mal was das geht, hat er es hinbekommen. Und wenn Sie davon sich eine Scheibe abschneiden, wie er das macht, ich glaube... Also menschlich gesehen ist das ein bisschen anders immer natürlich, aber es geht mir einfach nur um sein persönliches Auftreten. Und ich glaube, bei Ihnen, Herr Kuryama, wenn Sie sich sowas ähnlich aneignen würden... Herr Miller, bei Ihnen ist der Zug abgefahren, dafür sind Sie viel zu starisch. Sie können das nicht. Sie sind eher so ein Typ, der... Wenn der Rekrut da dumm rumsteht, dann schicken Sie den Auspuff, weil Sie durchdrehen. Ich kenne Ihnen das ja auch. Das kann ich Ihnen ja auch nie übernehmen. Sie sind einfach jemand, der will Ergebnisse sehen. Und das ist auch gut. Sie brauchen jemanden und Japaner haben ja bekanntlicherweise Geduld auch und sind diszipliniert. Und deswegen erwarte ich von Ihnen, Herr Kuryama, gehen Sie zu Herrn Kukum, reden Sie mit ihm mal, wie er das handhabt. Und dann eignen Sie sich das an und setzen Sie sich mit Officer 1 und 2 im Streifenwagen. Fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie unterschiedlich. Lernen Sie die Leute kennen und hören Sie wirklich darauf, wo brauchen die Hilfe. Denn schauen Sie, ich nenne Ihnen noch einen letzten Punkt. Wir haben einen aktuellen Fall in einer Situation, dass wir ein Zeugenschutzprogramm haben. Okay, Miss Cortez. Und wissen Sie, was unser Problem ist? Wir verstehen diese Miss Cortez gar nicht. Weil wir sagen, ja, die hat jetzt eine Staatsanwalt in einem Fitt raus mit der. Aber man muss den Ansatz finden, warum hat sie das getan? Und warum ist die Dame kriminell geworden? Und dann therapiert man diese Leute. Verstehen Sie? Wenn Sie einen Herrn Friedrichson haben, der schlechte Arbeit macht, dann müssen Sie nicht sagen, der macht schlechte Arbeit, sondern müssen sagen, warum macht der schlechte Arbeit? Was muss er denn lernen, damit es besser wird? Was habe ich gelernt, damit ich es weitergeben kann? Und wenn Sie dann merken, es ruchtet immer noch nicht, dann können Sie immer noch sagen, okay, raus. Aber Sie müssen viel, viel, viel mehr auf die Leute zugehen. War doch richtig, dass Sie Japaner sind, oder? Ich bin Japaner, das ist richtig. Ich werde aber nicht meine ganze Charakteristik ändern. Nein, Sie sollen nicht Ihre Charakteristik ändern. Sie haben ja nicht zugehört. Sie sollen nicht jetzt mit jedem... Ich weiß, was Sie meint. Ich werde versuchen, das auf meine Art zu machen. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Das ist so ungefähr, wie ich zu meiner Detective-Zeit die informanten Arbeit gemacht habe. Ich verstehe schon, was Sie machen. Sie sollen präsent bei den Leuten sein, die Ihre Hilfe brauchen. Sie sind das Vorbild. Ja. Wenn ich mit manchen Rekruten streife, ich kann das nicht mehr machen. Hören Sie, wenn ich da jedes Mal höre, ja, Sir! Dann würde ich dem am liebsten eine Backpfeife geben, damit er aufhört. Aber... Ja, das haben wir es mit mir auch gemacht. Mich zusammengeschlagen, weil ich es ja gesagt habe. Ja, also dieses, ja, Sir! Machen wir es, Sir! Die wollen halt alles korrekt machen, aber das ist... nicht zu viel. Ist doch der falsche Reingehensweise. Ja, man sollte schon Respekt des Ranges haben, aber man sollte auch nicht, äh... Ja, Sir! Richtig. Gut. Also Sie zwei, ja? Wir haben jetzt das Gespräch geführt. Sie sind beide sehr... Bitte verstehen Sie es nicht falsch, dass ich Sie irgendwie hier abwerten möchte oder sonst was. Sie beide sind sehr, sehr gute Mitarbeiter und ich schätze Sie beide sehr und ich würde Sie auch niemals gehen lassen. Wir müssen den Weg finden, dass Sie am Ende des Tages Ihren Platz richtig definiert bekommen, okay? Und das hoffe ich, haben wir jetzt aus dem Gespräch herausbekommen. Ich hoffe, dass wir es jetzt so ansetzen können. Sollte das nicht klappen, Herr Miller, werde ich Sie bei Herr Hill in den Trailer ziehen lassen und Herr Corujame, Sie versetze ich nach Mexiko, ja? Ja, Sir! Dann haben Sie eine Fernbeziehung. So, also, dann machen Sie jetzt Ihren Job. Gehen Sie das an, bitte ab sofort. Und dann kriegen Sie das auch hin. Arbeiten Sie beide zusammen. Okay? Das sollten wir hinbekommen. Zwei kleine Sachen hätte ich noch, dann bin ich aus Ihrem Büro verschwunden. Zum einen betreffend der Rekrutenprüfung. Da kam jetzt von Käpt'n Barnes noch die Anregung, ob man nicht vielleicht... Schon der Fehler. Schon, da haben wir schon den ersten Fehler der Geschichte. Wiederholen Sie mal... Nein, 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 nein. Wiederholen Sie mal den Satz nochmal. Da kam von Käpt'n Barnes die Anregung. Bei was? Was ist mit welcher Ausbildungsprüfung? Der Rekrutenprüfung. Was hat Ihnen das zu interessieren? Es geht darum, um den Kenntnisstand der ausgebildeten Officer 1, die frisch bei uns ankommen. Fragen Sie die ab. Es war nur die Idee, mehr Praxis mit in die Prüfung mit einfließen zu lassen. Lassen Sie die Finger von der Prüfung. Alles klar. Ist nicht Ihr Aufgabenbereich. Wenn Sie da Defizite sehen, rufen Sie Herrn Kuckum an, teilen Sie es Ihnen mit. Nicht die Aufgabe. Da haben wir diese Probleme. Genau das ist es. Jeder mischt sich da und da ein und hat da Vorschläge. Arbeiten Sie mit dem, was Sie haben und worauf Sie sich konzentrieren sollen. Ich sage Ihnen, Sie würden sich so viel Leid ersparen. Vertrauen Sie mir doch. Zweiter Punkt. Mr. Tramble möchte ja die Internal Affairs aufbauen. Können wir potenziell dann Fälle für die Internal Affairs an ihn weiterverweisen, dass wir nicht mehr stundenlang im Büro stehen mit genau solchen Thematiken? Noch nicht. Ich muss auch mit ihm reden. Er will eigentlich ein zweiter Commissioner werden. Das müssen wir ein bisschen... Oh, hohe Ambitionen, der Mann. Hohe Ambitionen. Ja. Ansonsten potenziell würde ich es dann in Hand haben, wenn wir wirklich solche Dinge haben, wie Dienstanweisungsverstöße etc., dass wir dann auch eher mal das Gespräch mit Ihnen suchen, dass da wirklich Konsequenzen folgen, weil ich glaube, momentan haben die Leute ein bisschen, wie soll man sagen, immer so das Gefühl, dass... Ich will nicht sagen, mit allem durchzukommen, aber Sie verstehen, glaube ich, was ich meine. Sie sind Departmentleiter. Sie können die Leute sanktionieren. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten. Also Sie wollten alle mehr Macht haben über all die Jahre. Jetzt gebe ich Ihnen die und Sie nutzen sie nicht. Nur halten Sie sich aus anderen Behörden, aus anderen Departments raus. Vertrauen Sie mir. Sie können mit manchen Sachen nicht konform sein. Ich verstehe das. Aber dann kommen Sie hierher, bringen Sie den Herrn Kuckuck mit. Wir führen ein Gespräch darüber. Nicht, dass wir dort hingehen und sagen, das sollten wir ändern, das sollten wir ändern, das sollten wir ändern. Ich verstehe das, aber konzentrieren Sie sich einfach auf Ihr Department erstmal. Alles klar. Okay? Herr Kuryama, haben Sie das verstanden? Ja, positiv. Gut. Riechen Sie ja gut hier, wenn Sie ihn sehen, liebe Grüße aus. Er soll auch mal ein bisschen durchatmen, sich vielleicht in ein, zwei Wochen Zeit nehmen. Weil er hat sehr viel für uns getan und ich würde es versuchen hinzubekommen, dass er es auch bezahlt bekommt, wenn er die zwei Wochen Pause macht. Dass er da von uns eben eine Bonuszahlung bekommt. Und ich werde mit Herrn Foley reden. Ja, der wird als Commander bei Ihnen im Department eingesetzt. Weil seine Aufgabe ist, Sie zu unterstützen, Herr Kuryama. Der muss auf die Straße, der muss auf die Straße, der muss mit den Leuten mitfahren, 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 beibringen, beibringen, beibringen. Der hat das Händchen dafür, weil er aus der Ausbildung kommt. Im Prinzip soll er mal eine direkte Vertretung werden. Ja, aber Sie beide sitzen trotzdem in unterschiedlichen Fahrzeugen. Es sei denn, Sie müssen es so machen oder wir fahren eine Dreierstreife aus Gründen. Okay? Aber bitte versuchen Sie, nutzen Sie Ihr Wissen und Ihr Potenzial. Okay. Alles klar. Gut. Ich danke Ihnen. Es hat trotzdem das Thema noch kurz. Ja. Alles weiter ist ja wie gehabt. Wie sieht das Thema der QM bei Sergeants jetzt aus oder aufwärts? Soll ich das jetzt durchführen oder nicht? Parallel noch. Wie meinen Sie das? Bei Qualitätsmanagement, naja, es wurden ja vor kurzem bei einer Sergeant ja massive Probleme aufgedeckt. Und im Prinzip könnte man das vermeiden, indem ich mir zwischendurch die Leute halt dementsprechend anschaue. Ja, ja, wenn Sie einen Officer 1 haben, nehmen Sie doch einen Sergeant einfach mit. Das mache ich die ganze Zeit schon, tatsächlich. Ja, dann machen Sie es weiterhin. Ja gut, weil meistens teste ich somit auch meine Vorgesetzten, ob die wirklich ihren Aufgaben nachgehen als QM. Ja, ist eine gute Idee. Okay, dann behalte ich das so bei. Gut, dann noch eine Anmerkung und dann bin ich raus. Operation-seitig möchte ich einmal hier in den Raum stellen, dass wenn die Operations doch Anweisungen gibt für den Streifendienst, dass doch bitte Leute sich nicht über unsere Anweisungen hinwegsetzen. Aber wer sind denn diese Leute? Ne, Namen werden mir nie genannt. Das ist das Problem. Es gibt manchmal Anweise, die wir machen und dann heißt es plötzlich bei mir im Streifenwagen, ja nö, das macht der und der und so und so und dann habe ich das so und so übernommen. Dann sagen Sie folgendes, jub mich gar nicht, entweder nennen Sie mir Namen oder hören Sie auf zu labern. Okay. Wie sollen Sie denn damit arbeiten, Herr Kuriame? Sie können ja nicht mal, das ist verschwindet das Zeit, Sie machen sich dann Gedanken und sind dann wieder mit den Gedanken woanders. Sagen Sie direkt von vornherein, entweder nennen Sie mir Namen oder ich brauche mir das gar nicht mehr anhören und wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit jetzt. Weil, Sie können ja nicht ins Blaue hineinraten, welcher Officer hat jetzt wieder falsch gemacht. Sollen wir generell bei Einzelpreiser-Fällen so handhaben. Dann sollte, wenn ich einen Namen habe, werde ich dann direkt zu Ihnen kommen. Okay. Check. Alles klar. Vergessen Sie nicht mit First Day in die Gruppe hinzuzufügen. Ja, ich muss jetzt mit der sowieso reden. Okay. Matane. Matane. Sie sagen Mr. Folli jetzt gleich auch Bescheid. Ist er im Dienst? Er ist immer im Dienst. Er ist im Dienst, also hätte ich Ihnen das jetzt gesagt gerade, tatsächlich. Ich muss mit dem reden, ich hole den her, okay? Okay. Alles klar. Ich danke Ihnen. Warten wir eben hier noch. Nein. Wir brauchen Leute draußen. Fahren Sie raus, Koriame. Folli. Wo sind Sie gerade? Kroniowellen. Nee. Nicht was, womit Sie spielen, wo Sie sind? Ich bin beim Laden Kroniowellen Community Policing und der Koskela muss dringend auf Toilette. Ist das da bei Anna Rex in der Nähe? Ja, hier ist wohl irgendwo Anna Rex in der Nähe. Kommen Sie mal auf die 5 im VPD gleich, ja? Ja, klar. Kann aber auch um 21.45 Uhr so sein. Ja, dann ist das halt so. Ja, ja. Kein Stress. Bis gleich. Bis gleich, ne? Ja. So. Er ist Kowalski. Ich habe gehört, dass der Hill im Funk ist. Holen Sie den auch her, ja? Ja, der ist schon auf dem Weg. Wo war es nie? Ich muss dir jetzt, also ich rede jetzt als Vorgesetzter und nicht als Freund zu dir. Natürlich. Sollte ich nochmal hören von dir, dass du zu einer Straftäterin sagst, über das Stoppschild fahren ist keine Straftat und das ist nicht so schlimm, nehme ich dich und stecke dich in den Schredder. Also es ist keine Straftat, es ist eine Ordnungswidrigkeit. Es spielt keine Rolle. Es ist trotzdem ein Vergehen. Eine Ordnungswidrigkeit. Ja, es ist ein Vergehen. Man vergeht. Ja, aber ein Vergehen ist ein Vergehen tatsächlich. Kowalski, es ist, du machst etwas falsch. Du hältst dich nicht an die Regeln. Und es ist unsere Aufgabe, die Leute daran zu erinnern, dass sie sich an ihre Regeln halten müssen, egal was es ist. Nee, denn Miss Cortez hat gestern einen Deal unterschrieben. Weißt du das schon von? Herr Kukum hat mich vorhin am Telefon darüber informiert. Auch mit den 100.000 Dollar? Das hat er mir auch gesagt, ja. Dass sie dann ins Gefängnis einwandert und 100.000. Wenn die über ein Stoppschild fährt, war es das, ne? Ja. Ich kommentiere das nicht, ich werde das einfach hinnehmen, weil ich da eh nichts zu melden habe. Also Kowalski, nochmal. Immer es korrekt machen, wir sind als Vorbilder, müssen wir agieren, okay? Das ist so korrekt und ich versuche natürlich immer als Vorbild, aber... Ja, aber du würdest auch die menschliche Art und Weise rausnehmen lassen. Nein, 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 es geht. So, die Straßen sind mit Schnee voll. Jetzt kommt, jetzt stellen Sie sich mal vor, es kommt jemand und sagt, die hat mich beleidigt. Der hat das gehört. Wir nehmen eine Anzeige auf, die kann nichts gegen sagen. Ja, gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Und tschüss. Da brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt sind die Straßen verschneit. Die fährt über ein Stoppschild, weil sie es nicht gesehen hat. So, dann soll sie ins Gefängnis. Das ist ja auch hirnrissig. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Sie soll sich absolut an alles halten, so gut es geht. Aber Kowalski, so kommunizierst du es dir einfach nicht. Sag einfach zu ihr... Wissen Sie, was ich hier gesagt habe? Ich habe gesagt, solltest du querfurzen oder es soll irgendwas passiert sein, du rufst direkt die Staatsanwaltschaft oder die Leute an, mit denen du zu tun hast. Solltest du am Stoppschild vorbeifahren, sollte dich jemand anmachen und irgendwas ist dir rausgerutscht, du rufst die sofort an. Ich möchte sagen, was gestern passiert ist. Die hat in der Gegenwart von Herrn Tanaka, dem leitenden Staatsanwalt in diesem Staat geäußert, dass du gesagt hast, dass sie über Stoppschilder fahren kann. Ja, klingt logisch. Das hat sie wirklich gesagt. Darf sie machen. Die darf alles machen. Moment, 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 Kowalski, guck mal. Dass die das nicht machen darf, ist ja logisch. Aber sie hat das geäußert, dass du gesagt hast, das wäre halb so wild. Das ist der Knackpunkt, verstehst du? Weil wir können, ich muss Herrn Tanaka, musste ich gestern überzeugen, dass er dieses ganze Programm überhaupt nochmal nutzt nach dem, was sie da gemacht hat. Und dann kann ich sowas nicht gebrauchen. Ich glaube, sie ist nicht so stark in den Wörtern, aber auf jeden Fall habe ich das nicht so gesagt. Das glaube ich dir, aber du weißt schon, was ich meine, ne? Absolut. Ich verstehe die Dringlichkeit und natürlich die Notwendigkeit und die Ernsthaftigkeit bei der ganzen Geschichte, ganz klar. Okay. So, pass auf. Wir machen jetzt eine kleine Änderung. Also, der Herr Fohle, der wird jetzt wechseln gleich ins Lamesa-Department, dort wird er befördert als Commander, ja? Ich habe das Lamesa-Department jetzt instruiert, was nochmal deren Aufgaben sind. Chief Miller bleibt Chief Miller und Koryame bleibt Assistant Chief. Beide haben aber einen Schwerpunkt bekommen, ja? Koryame konzentriert sich auf die Fortbildung der Officer. Das heißt, der sitzt mit Officer 1 und 2 in Autos drin, in unterschiedlichen Autos, während der Fohle das auch macht, ja? Die fahren aktiv unterschiedliche Streife, okay? Ja. Und dann müssen die es hinbekommen, die Officer auf eure Departments zu verteilen, damit es bei euch auch vorwärts geht. Delpero braucht es schon. Hm? Was? Wurde schon tatsächlich geklärt, wir kriegen drei neue Officer jetzt zum ersten Ersten. Ja, ja, aber das muss schneller gehen. Guck mal, das waren jetzt wieder zwei Monate, die vergangen sind. Ja, nach der Umstrukturierung, jetzt mit der Gangunit, ging das ja auch viel fixer. Muss man einfach sagen. Wir haben gute Absprachen, wir haben mit den Leuten gesprochen, so wie sie gesagt haben. Ja. Wir gehen jetzt auf die Leute zu, wir reden mit denen, wir gucken, dass wir genau die richtigen Leute an die richtigen Positionen setzen und das haben wir auch gemacht. Gerade die Leute, die jetzt auch Interesse an der Gangunit, werde ich die Frau Percel gleich mit reinholen. Wir haben uns da schon ordentlich Gedanken gemacht, darum auch die E-Mail mit der Erhöhung von den zehn Platzen, weil wir sind jetzt vorher. Okay Leute, der Sub-Drop ist da, wir aktualisieren das. Bei 5300 Subs gibt es morgen eine 12 Stunden GTA-RPS. Okay. Also klar, es muss auf jeden Fall 4 und Foley ist halt, der ist schon sehr, sehr stark. Ja. Sehr, sehr, sehr stark. Ähm, ja natürlich, natürlich, also wie gesagt, sie haben da meine volle Unterstützung, genauso wie die, wie La Mesa, wenn die uns brauchen oder sonst was, sind wir auf jeden Fall dabei. Ja. Okay. Gut. Haben noch ein paar andere Punkte. Ja, gehen Sie doch mal raus. Genau. Warten Sie, Mr. Hill, ach da kommt der doch. Der kommt jetzt, genau, ja. Okay, tun Sie mir einen Gefallen. Ich gebe Ihnen drei, vier Minuten, besprechen Sie es doch mal miteinander und dann rufe ich Sie rein. Um 21 Uhr 37 und dann machen wir das klärende Gespräch, okay? Alles klar. Bei 6.000 Subs machen wir einen 24 Stunden Stream Rainbow Six und bei 7.000 Subs machen wir den 24er am 10. auf den 11. mit GTA Roleplay. Ist das ein Deal? Aktualisiert mal eben. Die sollen aber vorher nochmal sprechen. Ich fand das Gespräch mit Kuryame und Miller eigentlich sehr, sehr gut. Gut, ich weiß gar nicht, äh, oh. Bei 7.000. Wir müssen die 5.000 halten, Chat. Er ist aktualisiert. Schreibt mal Ausrufezeiten 24er rein, Leute. Jan, wir werden geschütteln für 20 Sub-Gifts. Danke, 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 danke. So. Bei 6.000 Subs gibt es einen erneuten 24 Stunden Stream mit Rainbow Six Siege und der Vivi. Bei 7.000 Subs gibt es einen 24 Stunden GTA Roleplay Stream am 10. auf den 11. Januar in meinen Geburtstag. Das Beste daran ist, Twitch hat bis zum 2.1. die Subs reduziert. Auch die Sub-Gifts, alle Infos hier. Ich habe das Oma gefleckt, damit ihr bescheiden bist. Und bei 5.300 Subs morgen 12 Stunden. Get happy! Ich wollte es nochmal ganz kurz. Gucken, ob jemand auf diesen Pressartikel reagiert hat. Leute, wir fahren auch gleich Streifen, ne? Aber wir müssen das ganz kurz alles erklären. Und ich finde, das ist auch wichtig. Okay, man kann keine Videohlen an. Esma! Dankeschön, Esma, Dankeschön. So, Leute. Jeder ein Sub-Gift und ihr habt beide Streams, äh, ne. Jeder zwei Sub-Gifts und wir haben beide... Ich glaube, wenn jeder zwei Sub-Gifts da ist, haben wir... Und morgen gibt es übrigens auch einen Stream dann. So oder so. Ich wollte mal gucken, ob irgendjemand... Wie viele Spieler waren heute auf dem Server? Was war der Peak, Leute? Ah, hier. Tragisch, dieser Vorfall und den Angehörigen gilt, tiefstes Mitgefühl auszusprechen. Und dennoch stelle ich mir die Frage, wie es sein kann, dass man bewaffnete Gesetzeshüter vorsätzlich angreift. Und sich dann konkret über was wundert. Beinahe täglich muss man auf Venture lesen, dass Officer bei ihren Pflichtausführungen ergo zum Schutze der Bevölkerung angegriffen werden. Was ja völlig als normal angesehen wird. Das kann ich mal liken, endlich mal jemand, der das sieht. Dadurch mit schweren Verletzungen behandelt werden müssen und wenn es dumm läuft, sogar sterben. Natürlich ist es wichtig, dass dieser Fall aufgeklärt wird und entsprechend geahndet wird. Jeder Bürger und jeder Bürger sagt, hm, 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 okay. Oh, oh, ey. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Kennzeichen 7BJ0Q ist zugelassen auf Adrian Hale mit der Erzugehörigkeit zur IMG. Dann das andere Kennzeichen bräuchten wir nochmal ganz kurz. Bitte nochmal durchgeben. Ja, das Kennzeichen ist Otto Richard Düsselon Philophon Emil. Eventuell ist das Otto am Anfang auch nicht cool, konnte ich nicht genau erkennen. Check, vielleicht schläfst du das dann bei. Keine Treffer gefunden bei diesem Fahrzeug. Ja, check, da steht dann jetzt Puchidinko, ein Fahrzeug im Satz zu gelassen ist. So, kommen Sie mal mit. Check hat die Leitstelle so nett. Kommen Sie bitte mit. Ja. Alle drei. So, Sie waren ja gerade in einem Gespräch vertieft. Sie können das gerne fortsetzen. Ja, also ich habe gerade die Frage gestellt, ob Kowalski mir einen Haufen Scheiße als Gold verkaufen möchte. Ja, ganz bestimmt. Wenn du das so wertest, ja, ich möchte dir einen Haufen Scheiße als Gold verkaufen. Bitte schön, friss es oder stört. Was ist denn der Haufen Scheiße, den Sie jetzt hier sehen? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Naja, also... Dürfte ich einen Moment, stopp. Nee, nee, die Frage war an Herrn Kowalski. Was hat der Herr Kowalski Ihnen, Herr Kowalski, was haben Sie denn gesagt? Frau Persell, wiederholen Sie es bitte, weil meine Stimme ist... Ja, ich verstehe. Ja, es wäre nett, wenn Sie das all so neutral einfach wiedergeben. Das wäre ganz gut. Natürlich sprechen. Also wir haben Mr. Hill einmal über die Entwicklung der letzten Woche aufgeklärt, eben, dass ein Gespräch mit Mr. Dupont stattfand. Und wir dann quasi einen Weg finden mussten, das Department sowie die Gang Unit in eine andere Richtung zu lenken, dass wir bis zum 15. März dafür Zeit haben. Und, ja, genau. Genau, dass wir jetzt vor der Frage stehen, wie wir die Ränge im Department verteilen. Das heißt, ob Mr. Hill sich auf die Gang Unit fokussieren möchte als Commander oder Assistant Chief mit Mr. Kowalski sein möchte. Also ich habe das so erklärt, oder zumindest halt die Absicht war, dass man die Gang Unit im Davis Department hat unabhängig, dass die Gang Unit sich unabhängig von allen anderen aufbauen kann, ja, ohne dass man das okay gibt, ohne dass man die Kapazitäten irgendwie ranholen muss oder verteilen muss, mit anderen Aufgaben noch belastet wird oder sonst was, sodass die Gang Unit eigenständig agieren kann. In der South, in Wespucci und, und, und. Da ich dieses Fachverständnis für die Gang Unit nicht habe, habe ich sie ja dabei. Ich weiß, wie man ein Department leitet, Sie wissen es auch, ja, Herr Hill. Sie sind auch schon lange dabei gewesen und Sie wissen ja, ich habe auch ein Department aufgebaut und ich versuche mit dieser Erfahrung dazu zu steuern und die andere Erfahrung hat Frau Purcell und sie. Ja, ich sehe mich nicht hier als Gang Unit-Mitglied, das habe ich auch bei der Frau Purcell gesagt, sondern ich arbeite mich in die Gang Unit auch ganz normal ein oder habe ja auch gesagt, ich möchte eine ganz normale Aufnahme, wenn ich in diese Sachen involviert sein soll, dann will ich auch den normalen Ablauf haben. Aber was wir eigentlich machen wollen, ist, dass wir das unabhängig von allen anderen aufbauen können. Ja, unabhängig von dem Detektor. Ich weiß nicht, ob das als scheiße gewertet, ich weiß ja nicht, was Sie für Wünsche hatten, das Konzept, was Sie mir geschickt haben, ist eigentlich genau das, was wir eigentlich durchziehen wollen. Ich weiß ja nicht, was du dir da so vorgestellt hast oder was jetzt zum Beispiel das Problem ist. Denkst du, dass ich da jetzt die Hand drüber habe, dass ich ein machgeiles Arschloch bin oder was? Ganz ehrlich, ich bin diese Machtspielchen und nehme ich leid. Mach doch einen Scheiß selber? Ja, ganz genau. Was ist dein Problem? Willst du es alleine führen? Willst du es mit zwei Mann führen oder was? Das grundsätzliche Problem der Gang-Unit war, dass wir keine Leute hatten. Das war das größte Problem, was wir hatten. Und alles andere hätte sich ja irgendwie klären lassen können. Das Problem, was ich habe, ist, dass seit Anfang an, seitdem du den Posten in Davis bekommen hast, hast du versucht, da was umzudrehen, dich da reinzuwieseln, was auch immer und hast dagegen geredet, wie die Gang-Unit aufgebaut ist. Das hast du zweimal gemacht. Und jetzt, wo ich nicht da war, hast du das dann durchgesetzt. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig. Was soll ich sagen? Ich habe mir das jetzt auch, seit September haben wir das Davis-Department. Seit September ist das Hell mit dir und du warst jetzt krank, okay. Aber Saul war dabei, der wurde abgeworben von den Detectives. So, und er sollte auch. Damit kriegen wir keine Leute zusammen. So, wie lange willst du dir jetzt noch angucken? Noch weitere drei Monate? Wir haben, und das muss man anerkennen, Personalprobleme in mehreren Abteilungen und auch in mehreren PDs. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich werde nicht anfangen und irgendwem das Personal streitig machen, anfangen, da in anderen Gewässern zu fischen. Und ich werde auch nicht anfangen, irgendwelche High-O-Pies in die Gang-Unit zu holen, weil wir Personal brauchen. Ich habe auf Qualität statt auf Quantität gesetzt. Und das war die ganze Zeit das einzige Problem, was wir in der Gang-Unit hatten. Aber es ist ja okay. Es sind jetzt ja Tatsachen geschaffen worden und die sind auch in Ordnung. Und ich finde, Frau Pesel hat sich diesen Assistant-Chief-Post noch mehr als zu Recht verdient. Und die sollen ihn auch haben, klar. Aber ich würde mich dann da rausziehen. Dann können Sie Ihr Konzept ausprobieren, Herr Kowalski, aber es ist nicht mehr meins und dann bin ich nicht mehr dabei. Ja, aber was ist dein Problem? Dass du dich jetzt nicht vor Depont rechtfertigen musst oder anfangen musst, sondern dass du das bei Pesel machen musst, oder was? Ist das jetzt dein Problem? Ich wusste mich noch nie bei Depont rechtfertigen. Ja, aber was ist dein Konzept? Einfach warten, bis die Leute einfach auf dich weiter... Oder was ist das Ziel dann weiter gewesen? Wir haben jetzt versucht halt... Wir haben jetzt zwei Tegelsergeants. Wir haben Sterling und wir haben Creamer. Und Sterling hat sogar aufgrund des Konzeptes oder zumindest aufgrund der Umstrukturierung von Ausbildung komplett abgesehen. Und der fokussiert sich jetzt auf das Department und auf die Gangunit. Wir haben Leute, die Bock drauf haben. Ja, dann muss ich wohl einsehen, dass ich da am falschen Posten gewesen bin. Und dann übernehmen Sie den doch. Nein, also Sie waren zu keinem Zeitpunkt am falschen Posten. Sie haben das alles sehr... Das wirkt für mich gerade so. Nein, so solltest du... Ich habe doch keine Ahnung von der Gangunit. Ich weiß nicht, kommt das in deinen Schädel rein, oder was? Dann finde ich nicht, warum du dich von Anfang an da so... Es ist ein Department, es ist nicht nur die Gangunit. Es ist nicht nur die Gangunit. Es ist ein ganzes Department, so färblich. Das ist korrekt. Und dann kannst du dich doch darum kümmern, um das Department und die Leute da reinzukriegen. Das wäre doch die Aufgabe gewesen. Oder sehe ich das falsch? Nein, weil mit der Gangunit warst du dafür verantwortlich, um die Leute reinzubekommen. Ins Department? Nein, das ist doch ein ganz normales Department. Entschuldigung, Deporn war dafür verantwortlich. Bei dem musstest du das ja auch anfragen. Warum war denn Deporn dafür verantwortlich, Leute ins Damage Department zu kriegen? Weil der der Verantwortliche für die Gangunit war. Ich glaube, in dem Punkt reden sie aneinander vorbei. Ich glaube nicht, dass es um das Department ging, sondern in die Gangunit Leute zu bekommen. Richtig. Und das haben wir gemacht. Ja, also wir sind jetzt an Kapazitäten voll. Was ich Sie bitte, ist, dass Sie da nicht direkt abspringen, sondern dass Sie sich das Ganze mal ansehen. Dass Sie das in der Praxis erleben. Dass Sie sich mehr angucken als ein zehnminütiges Gespräch und dann eine Entscheidung fällen. Wissen Sie, Frau Purcell, der Punkt und das große Problem, was ich gerade habe, ist, dass für mich mein Vertrauen in Herrn Kowalski sehr zerstört ist gerade. Also ich fühle mehrere Messer im Rücken und Dolche. Ich wiederhole nochmal von Anfang an, ich erinnere mich an das lange Gespräch, was wir auch mit Herrn Weiß im Streifenwagen hatten über die Gangunit, über meine Pläne, wie ich mir das vorstelle. Popcorn in den Chat, GZSZ-Logo, Leute. GZSZ-Logo im Chat. Dann hatten wir dieses Gespräch später noch einmal. Wir hatten ständig diese Reibereien. Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich da komplett rausgehalten. Ich würde gerne ausreden. Wir hatten ständig diese Reibereien untereinander. Wir beiden, Herr Kowalski, nicht ich und irgendwelche anderen Leute. Und dann bin ich krank, liege im Bett und was passiert? Es wird genau so umgesetzt, wie Sie das von Anfang an wollten. Und das fühlt sich sehr schlecht an. Und ich muss sagen, da, wenn ich gleich fertig bin, dürfen Sie sehr gerne antworten. Aber ich muss sagen, da ist in mir schon Vertrauen zerbrochen und ich würde so ungern arbeiten. Also ich finde es auch schade, dass du das so sagst, dass wir danach im Anschluss, wir hatten das Gespräch gehabt. Und danach habe ich mich aus der Gang-Unit komplett rausgehalten. Und ich glaube, ich kann es behaupten, dass ich mich auch komplett rausgehalten habe und nichts dazu gesagt habe. Und wir hatten kein einziges Wort später darüber verloren, über die Gang-Unit und irgendwas. Und du kannst mir nicht sagen, dass wir irgendwelche Reibereien hatten, bis du krank geworden bist, weil das einfach nicht richtig ist. Soll ich dich erinnern? Bitte. Ja, war Purcell, glaube ich, auch dabei. Da standen wir auf dem Dach, haben eine Gang-Unit-Besprechung gemacht und sie waren angefressen, dass sie nicht eingeladen sind. Und im Anschluss dessen mussten wir wieder ein Gespräch führen. Es war stimmlich Thema. Ich hätte mir gewünscht, dass ich dabei sein könnte, um einfach zuzuhören, was die Pläne der Gang-Unit sind. Klar, als Departmentleiter. Ich hatte da kein Mitsprachrecht und das habe ich dir gesagt. Ich wollte ja nicht mitsprechen, ich wollte nur dabei sein. Mehr nicht. Ich hatte kein einziges Mal meinen Maul dazu aufgemacht. Es wäre aber schön, wenn man als Departmentleiter mit dabei gewesen wäre. Fände ich, hat er einen guten Punkt. Das ist so, dass Vertrauen auch noch irgendwo entgegengibt und ich einen ausschließt. Hat er einen guten Punkt. Sehe ich, Kowalski auch. Aber wenn du das als Angriff siehst, okay. Ich habe es gesagt, es wäre schön und du hast gesagt, klar, okay, wenn ich mich da komplett raushalten soll, ist okay. Aber ich hätte auch gerne über die Ziele und die Möglichkeiten, um vielleicht mich für euch und eure Sache einzusetzen, wäre ich sehr, sehr gerne involviert gewesen, einfach mitzuhören, was ihr für Wünsche und für Träume und für Ziele für die nächste Zeit habt. Ja, gerne, klar. Ja, das hast du in dem Moment aber nicht so ausgedrückt. Nee, ja, ich kann mich aber so, vielleicht nicht in dem Moment, aber in dem zweiten Gespräch, was wir geführt haben. Genau, in dem zweiten Gespräch dann. Aber es gab immer wieder Reibereien. Immer wieder. Das habe ich so empfangen. Okay, was die zweite Reiberei? Du sagst ja immer wieder. Wo war das zweite? Dieses Thema mit Gangunit und wie das alles funktionieren soll, wiederholt angesprochen und wiederholt gesagt, dass dir das nicht schmeckt, wie sie ist. Aber es ist auch völlig egal. Also, ich finde das letztendlich in Ordnung. Die Gangunit, ich gebe das gerne ab. Ich gebe auch den Assistant Chief Posten gerne ab. Das ist für mich kein Problem. Ja, aber das muss ja nicht so sein. Das Ding ist, so wie Sie sich gefühlt haben, so habe ich mich auch gefühlt. Das haben der Commissioner Weiß, das haben Mr. Kowalski, alle haben das mitbekommen. Lass Sie mal reden, Leute. Ich habe meinen Grund gut kundgetan. Ich habe danach mit Kowalski geredet, habe das Gespräch gesucht und gesagt, dass es nicht gegen ihn geht, sondern gegen die Entscheidung. Ich war genauso frustriert bei dem Gespräch, als alles umgeworfen wurde, wie Sie es jetzt gerade sind. Also, ich verstehe Sie da komplett. Aber ich habe Zeit gehabt, um mich daran zu gewöhnen. Und ja, die ersten 48, 72 Stunden, die waren wirklich doof. Sag ich Ihnen, wie es ist. Da musste ich mich auch erst mal umorientieren, was das Ganze betrifft. Aber Mr. Kowalski, der ordnet sich da Gangunit-technisch aktuell unter. Der lässt sich anlernen. Er ist bereit, eine Prüfung abzulegen, so wie jeder zukünftige Gangunit-Anwärter auch. Er redet uns da nicht rein. Er trifft da keine Entscheidungen über uns. Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Und da sind Sie genauso involviert wie ich oder wie Mr. Kowalski. Herr Ernest, ich kann dir eine Sache sagen. Okay, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich kann das absolut nachvollziehen. Durch die Scheiße ging ich auch durch. Damals, wo ich das bisher so abgegeben habe oder zumindest mich zurückgezogen habe und ich muss auch ansehen, wie plötzlich was anderes entsteht oder was. Das Problem ist, es ist ja nichts anderes. Es ist nichts anderes. Es ist kein anderes Konzept. Es ist gar nichts anderes. Wir wollen das genauso aufziehen, wie du dir das gewünscht hast. Und warum gibt es dann die Veränderung, wenn Sie das genauso aufziehen wollen? Das macht doch keinen Sinn. Weil wir die Eigenständigkeit der Gang-Unit erzielen wollten. Weil es ging entweder alles zu den Detectives, alles zu den Detectives oder die Gang-Unit bleibt für sich sozusagen separat stehen. Eigenständig für sich stehen. Ich habe das Ausrufezeichen 24 aktualisiert, Chef. Ja, also da hatten wir ein Problem und zwar war es so im Gespräch mit Mr. Dupont, hat er auch erwähnt, dass Sie dann Entscheidungen immer den Commissioner zugetragen haben. Aber mich wollte er von Anfang an eben so erzählen, dass ich erst zu Ihnen gehe, also Mr. Dupont und dann den Commissioner. Und da mir Mr. Dupont diese Zwischenetage quasi sich selbst quasi anerzogen hat, während sie abwesend war, war das ja ein bisschen, sag ich jetzt mal, schwieriger. Angekreidet wurde der Gang-Unit aber primär, dass wir keine Mitglieder haben, was ich auch immer und immer wieder verteidigt habe mit der Argumentation, dass unsere Mitglieder nicht als O2 vom Himmel fallen und dass wir eine Gang-Unit-Administration seien, was ich auch damit argumentiert habe, dass ich eben für einen ganz großen Teil der Zeit viel allein gemacht habe und da nicht nur die Gang-Unit-Tätigkeit, sondern auch die leitende Gang-Unit-Tätigkeit oder stellvertretende leitende Gang-Unit-Tätigkeit übernommen habe, die eben mit Bürokratie verbunden ist. Aber das musste geändert werden, leider. Naja, also, dass wir aktiver auf der Straße sein wollten, das ist ja schon länger so. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt, gehen Sie mir raus. Wollten, wollten, wollten. Aber das ist natürlich richtig, da brauchen wir das und das Personal. Das war einfach der Knackpunkt. Ich würde ganz kurz eine Frage an Sie drei stellen. Warum ändert sich das gerade, dass auch immer Personal da ist? Das wollte ich auch gerade fragen. Gibt es dann Herr Kowalski, Miss Purcell, was denken Sie, woher das kommt? Und dann werde ich Ihnen sagen, Herr Hill, warum Sie gerade die falsche Person angreifen, weil Sie wissen über eine Sache gar nicht Bescheid, das können Sie auch nicht wissen. Und ich glaube, das würde Ihnen dann ein bisschen mehr Licht in die Geschichte bringen. Aber machen wir erstmal den Punkt. Was denken Sie, Kai, warum jetzt mehr Personal ist? Darum, warum ein Herr Kramer nun da ist, ein Herrn Sterling, warum die Gangunit nun aus vier Personen oder aus fünf Personen besteht, anstatt vorher aus den beiden? Also ich muss mir meinen Schuhen mal anziehen, den ich dann vermute, dann war ich vielleicht die falsche Besetzung dort und die Leute sind wegen mir nicht gekommen. Das kann ja nur die einzige Erklärung sein, wenn es jetzt auch ohne geht, wo ich nicht da bin. Wäre eine Option? Welche Option hätten wir noch? Und deswegen sage ich ja, dann trete ich da auch gerne zurück, wenn ich da die falsche Besetzung bin. Ich sehe da einen anderen Grund. Ich sehe da auch einen anderen Grund. Ich sehe den anderen Grund, dass die Schwierigkeit, dass man halt über diese Detective-Sache einfach in diese Gangunit-Geschichte kommt. Ja, uns wurden Leute abgeworben. Und das sogar schon, wenn sie es in die Unit geschafft haben, dann auch noch. Wunderbar. Ja, Sie sehen das alle komplett falsch. Herr Kowalski hat einen guten Punkt genannt, aber das ist so semi-richtig. Passen Sie auf. Also das konnten Sie drei nicht wissen. Ich hatte ein Gespräch mit Herrn Krimer. Herr Krimer ist ja, also dieses Gespräch ist, ich sage es Ihnen vorab, sehr mit Vorsicht zu genießen. Okay, sehr mit Vorsicht. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Herr Krimer hat mir mitgeteilt, dass Herr Dupont angeblich die Anweisung gegeben hat, dass Gangunit ausbluten soll. Also Sie, Herr Hill und Sie, Miss Parcell, da man möchte, dass diese Abteilung in der Detective-Sparte komplett integriert wird. Nicht mehr als eigenständige Gruppe sozusagen fungiert. Da man Angst hatte, dass Sie und, also wenn Sie eigenständig arbeiten und dass, wenn Herr Dupont eigenständig arbeitet mit seiner Abteilung, und dass man zwei Detective-Schienen aufbaut und sich dann in Konkurrenz steht. Okay? Man wollte laut Herr Krimer, also Sie bewusst ausbluten lassen. Deshalb haben Sie kein Personal bekommen. Aber warum? Wenn Sie Mitarbeiter in der Gangunit werden wollen, das meint Herr Kowalski, müssen Sie ja erst Detective werden und dann, oder den Detective fragen, und der teilt Sie dann auf diese Position hin. Wenn aber, ja, ja, aber Sie gehen ja eigentlich ganz offiziell, so hat Herr Dupont jetzt zumindest laut meinen Quellen kommuniziert, muss das über die Detektives laufen. So, dadurch wurde Ihnen immer wieder Personal abgeworben. Ja? Oder es stand die Gefahr da. Und es wurde blockiert, laut Herr Krimer. Ich muss jetzt Ihnen aber sagen, warum dieses Gespräch mit Vorsicht zu genießen ist. Herr Krimer und Herr Dupont haben sich getrennt, und es wirkt vielleicht auch so, dass Herr Krimer dem Herrn Dupont, was ich ihm nicht vorwerfen möchte, oder dem Herrn Dupont möchte ich das auch nicht vorwerfen, dass die beiden sich jetzt gerade irgendwie nochmal so ein bisschen Clinch liefern und das auf den Rücken von anderen Leuten. Im Rosenkrieg. Genau. Ich kann das vielleicht, ähm, ich habe ja auch mit Herrn Krimer über die ganze Geschichte gesprochen. Ja, warten Sie, das ist, Herr Kowalski, das ist, warten Sie, das ist nicht so wichtig. Mir geht es so darum. Das ist aber noch ein wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte. Ja, dann sagen Sie. Ich habe eine, ich habe nämlich, bevor, bevor Herr Dupont das Ganze mit ihm gesprochen hat, hatte, habe ich mit Herrn Krimer gesprochen. Und er hat ja den Wunsch geäußert, in die Gang Unit zu kommen. Ja. Also ins Davis Department. Ja. Er wollte, er wollte Richtung Gang Unit. als Herr Dupont das Gespräch mit ihm gesucht hat und sie haben da besprochen und das Konzept sollte um, also, und die waren da zu dem Zeitpunkt, da hatten die, glaube ich, schon, eine Krise. Also nicht schon ihre Probleme gehabt. Hat er mir auch eine SMS geschrieben, als Herr Dupont bei ihm war und sie haben das Konzept mit ihm besprochen. Hat er wieder sein Interesse etwas zurückgezogen, weil er von dem Konzept der Gang Unit sozusagen, also zumindest, dass die Gang Unit aus dem Davis Department abziehen sollte. Also er wollte nach Davis. Genau. Er wollte Officer 3 werden. Er wollte sich erstmal engagieren in der Gang Unit. Aber als die Gang Unit zu den Detectives wieder sollte, hat er sein Interesse etwas zurückgezogen, weil er wollte unbedingt in die Gang Unit. Und ich glaube nicht, weil dann wäre er sogar bereit gewesen, auch nach der Trennung mit unter Herrn Dupont zu arbeiten. Ja, schauen Sie, das ist ein guter Punkt, Kowalski. Gut, gut, dass Sie das ansprechen. Sehr wichtiger Punkt. Denn, Sie müssen das so sehen, Herr Hillen, die Idee von Mr. Dupont war, also das neue Konzept, dass alles in den Detectives eingegliedert wird. Ich habe das auch so verstanden, Sie hierhin versetzt werden alle. Wenn Sie Mitglied der Gang Unit werden wollen, müssen Sie auch in der Schiene des Detectives gehen. Also es würde praktisch komplett unter den Detectives fallen und dessen Hand. Und Sie wiederum als Mitarbeiter, der jetzt da rein möchte, hätten halt das Problem, da reinzukommen. Also Sie müssten sich erstmal sehr viel... Noch mehr erhöhen. Genau, genau. Noch mehr erhöhen. Genau. Und dann habe ich mir das alles angehört. Jetzt komme ich, warum wir hier stehen. Ja? Also ich habe mir das jetzt alles angehört und ich will noch mal ganz kurz sagen, ich glaube, dass Herr Krimer und Herr Dupont gerade ein paar persönliche Differenzen hat. Ich finde, Herr Dupont ist ein sehr professioneller Mitarbeiter, der hat noch nie irgendwelche Vergehen an den Tag gelegt. Deswegen sage ich, das Gespräch sehr mit Vorsicht genießen. Aber er hat dennoch das Konzept vorgestellt, dass die Gangunit bei den Detektives 100% integriert werden. Mir war es wichtig, dass sie eigenständig arbeiten können. Ja? Also wirklich eigenständig. Und Miss Purcell, Sie waren ja auch bei dem Gespräch dabei. So, nur weil Miss Purcell jetzt auch Assistant Chief of Department ist, heißt es nicht, dass Sie es nicht auch sind, Herr Hill. Sie beide haben in letzter Zeit, und das fand ich halt, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, und da muss ich Sie jetzt auch hier bei Ihrer Verantwortung nehmen, Herr Hill, Sie beide haben aufeinander geachtet. Sie sind ein gutes Team. Sie sind nicht Konkurrenten. Wie bei anderen Departments. Da stehen Leute, sie sind Konkurrenten. Sie, Herr Hill, als Miss Purcell angeschossen hat, Sie waren, angeschossen wurde, oder bedroht wurde zu Hause, oder sowas. Sie waren der einzige Officer, der immer wieder zu mir kam, der weiß, wir müssen da irgendwas machen, wir müssen da was machen. Die Frau Purcell, ich muss telefonieren, ich muss telefonieren, meine Kollegin, meine Kollegin, die macht so einen guten Job. Sie haben die Dame immer wieder gelobt. Und ich weiß, dass Sie ihr, Sie, ihr den Rücken stärken, und Miss Purcell würde auch Ihnen den Rücken stärken. Als wir nämlich dieses Gespräch hatten, bei Herrn Kowalski im Büro, im Davis-Department, hat Herr Kowalski zugehört. Er hat nicht gesagt, ich will das so und so haben, sondern im Gegenteil, Miss Purcell hat die ganze Zeit ihre Sachen geäußert und hat sich dem angepasst. Und ich würde mir wünschen, dass Sie folgendes tun, passen Sie auf, eigentlich haben Sie hier nur Positives. Wissen Sie warum? Sie sind jetzt eigenständig. Sie können eigenständig aus Ihrem Department herausarbeiten. Sie haben eine eigenständige Schiene. Es gibt niemanden, der Ihnen außer meine Wenigkeit und der Herr Kowalski, weil er Ihr Departmentleiter ist, der Ihnen übergeordnet ist. Was meine ich mit übergeordnet? Ich erwarte nicht von Herrn Kowalski, dass er sich in die Aktivitäten der Gangunit einmischt, sondern ich erwarte, dass Herr Kowalski von Ihnen beiden geschult wird, damit Sie Ihr Personal ausstocken und Herr Kowalski ein Teil Ihrer Abteilung wird. Aber Herr Kowalski darf jetzt nicht, und das ist ja sehr wichtig, rumlaufen und sagen, ja, ich bin jetzt hier der Chef, bla, bla, bla. So schätze ich ihn auch gar nicht ein. Sondern Herr Kowalski, in der Hinsicht, das ist jetzt wichtig, Sie müssen das jetzt sehr, sehr genau differenzieren. In der Hinsicht, Herr Kowalski, sind Sie dem Herr Hill und der Miss Purcell von Ihrem Know-how, von Ihrem Wissen absolut untergeordnet. Sie können diesen beiden keine Anweisungen oder Ähnliches geben, wie die ihren Job in der Hinsicht zu machen haben. Was Ihr Wissen... Ja, 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 warten Sie, lassen Sie mich ausreden. Das weiß ich, ich will das nur einmal festigen. Das heißt, Sie müssen bei den beiden sehr viel lernen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, wirklich, lernen, zuhören, lernen, zuhören. Aber ich weiß, dass Sie das können. Wiederum Herr Hill und Miss Purcell, Sie müssen den Herrn Kowalski zuarbeiten, damit das Department läuft. Und jetzt komme ich zu einem entscheidenden Punkt. Die Situation war, warum sie auch unter anderem das Davis Department, das Delpero Department und der Norden Personalprobleme hat, ist, weil Lamesa hatte richtige Probleme, was die Ausrichtung angeht. Ich habe heute ein sehr langes Gespräch mit beiden Mitarbeitern dort geführt. Ich werde eine andere Personalie von A nach B schieben und dann wird es so sein, dass Sie bald neue Personalien bekommen, um das Davis Department mehr aufzumachen. Es kommt jetzt ein besserer Flow. Und dadurch bringen Sie auch die Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu bekommen. Wenn Sie den Herrn Kowalski jetzt praktisch Know-how geben in der Gangaktivität, dann haben Sie den Vorteil, Sie gewinnen einen Mitarbeiter und Sie arbeiten als Team zusammen. Und ich weiß, Sie drei können das. Sie müssen nur Ihren Platz finden. Der eine, und jetzt kommen wir zu den Aufgaben. Passen Sie auf, der Herr Kowalski ist jemand, der ein organisatorisches Talent hat und das Menschliche an der richtigen Stelle. Der kann in den Turf gehen und die Leute tun ihm nichts, weil er einfach diese Art und Weise hat. Miss Purcell ist eine unfassbar starke Officerin, was Analyse betrifft. Die kriegt ja alles mit. Ich kann sie irgendwas fragen, die hat eine Auffassungsgabe, das gibt es ja gar nicht, und kann das alles zusammenhalten. Und hey, du bist nun mal, der das alles zusammenhält. Du bist der Schreihals, du bist der Unbequeme, aber du bist auch der, der weiß, was läuft. Versteht ihr? Und diese Kombination sorgt dafür, dass sie ein gutes Team sind. Aber sie müssen einfach jeder seine Aufgabenfeld finden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sagt, ich mache das und das, sondern in ihrem Wissen, das Sie, Herr Hill, wissen, ich kann mich auf Frau Purcell verlassen, die hat das alles übergeordnet und zusammengefasst. Genau. Und ich kann mich auf Herrn Kowalski verlassen, dass er mir den Rücken frei hält und dafür sorgt, dass wir neue Mitarbeiter bekommen, inklusive, dass er sich anlernt. Und einen Kowalski können Sie super als Lockmittel nutzen, um denen ein Turf zu schicken, dass er mit Leuten redet. Denn ich selber habe letztens die Erfahrung gemacht, ich war beim Highlife und da haben die Leute zu mir gedacht, ja, wenn es ein Problem gibt, kann ich ja mit Sheriff Kowalski reden, der hört mir ja zu. Verstehen Sie? Der Typ, und das hat er im Norden geschafft und das hat er dieses Händchen dafür. Sie nicht, Herr Hill. Sie sind ein Schreihals, aber das ist gut so. Sie sind der knallharte Typ, der, wenn jemand scheiße baut und eine Razzia ist, sie stehen da mit ihren Pumpgarn und schreien denen in den Orbit. Aber das ist gut, dass das so ist. Weil, ne? Das hatten wir ja von Anfang an auch so geplant, und dass diese Rolle mir nicht zufällt, mich da beliebt zu machen. Und wenn Sie drei einfach nur mal alles beiseite schieben, Rang hier, da, da, dann würden Sie es hinbekommen, eines der stärksten Departments zu sein. Aber Sie stehen sich gerade selber so im Weg, weil Sie Misskommunikation haben. Und Kowalski, da muss ich eine Sache mal sagen, bitte lerne, dich direkt da auszudrücken. Weil du redest manchmal sehr viel drumherum. Sag straight, was ist. Ja? So, also ich würde mir wünschen, dass Herr Kowalski das Department leitet. Kowalski, Sie werben mit Herrn Koriame, das ist wichtig. Moment. Unbekannter Anrufer. Hallo? Hat aufgelegt. Super. Dann will ich mich wieder mal wieder umbringen oder mein Auto steht in Flammen. Aber egal. Also, passen Sie auf. Herr Kowalski, Ihre Aufgabe ist es, das Department zu leiten und dafür zu sorgen, dass Sie es hinbekommen, neue Leute ranzukriegen. Sie reden mit Herrn Koriame. Ja? Sie machen das Organisatorische. Miss Persell, Sie arbeiten Herrn Hill zu, dass Sie hinbekommen, zu verstehen, also dass Herr Hill auf dem neuesten Stand ist, weil er krank war. Und Sie arbeiten alle drei zusammen, während der Herr Hill das Ganze leitet in der Gangunit. Und dann kann der Herr Hill Sie anleiten mit Persell Kowalski und eines Tages sind Sie da, wenn Sie das Know-how haben, ein Teil dessen und Sie arbeiten in Dreiergespann als Leitung in diesem Department. Finden Sie diesen Mittelweg. Ich sage Ihnen, wenn Sie alles beiseite schieben und Sie würden einfach das straight so sehen, Sie würden sich alle viel mehr in Gefangtum, weil Sie wären ein sehr gutes Team. Alle drei. Jeder von Ihnen hat eine Stärke. Was soll ich sagen? Ich habe das ja damals im Norden haben wir das gemacht. Wir haben ein Gremium gehabt. Wir haben uns besprochen. Es gab eine Ausbildungsabteilung. Ich wundere das weiter, bis heute das steht. Wir haben uns halt immer irgendwo auf Ausgaben. Ach so. Ja, wir haben uns ausgetauscht. Jeder seine Stärken, seine Schwächen und wir haben versucht, uns einfach zu ergänzen in der ganzen Geschichte. Und ich muss auch Frau Purcell einen großen Lob aussprechen. Die hat die Aufgabe des Assistant Chiefs, also ich kann da wirklich nur Applaus, also die hat das wirklich sehr, sehr gut übernommen. Die hat mir unglaublich viel zugearbeitet jetzt in den letzten paar Tagen und hat sehr, sehr viel organisiert. Also die ist da und genauso wie halt Ernest, genauso wie du. Wir brauchen dich da. Du bist, ich kenne mich da nicht aus. Da bin ich auf euch angewiesen. Aber sie müssen den Kowalski mit einbeziehen. Aber nicht in der Hinsicht, Kowalski, dass du dich da querstellst, wenn du sagst, das machen wir nicht so, sondern gib den beiden die freie Hand, ihre Arbeit zu machen und untertudig unterordnen, auch wenn du der vorgesehen, also man muss das so ein bisschen, wie kann man das am besten erklären, so visuell veranschaulichen, ja? Kowalski, du bist zwar deren beiden Boss, aber vom Know-how, vom Wissen her nicht, ja? Das weiß ich ja. Während Hill und Misspassung, ja genau, aber du bist dennoch deren Boss und das heißt, ihr müsst zusammenarbeiten. Hill, wenn du eine Operation planst, zum Beispiel eine Razzia, nimm den Kowalski ruhig mit, ja, aber Kowalski, du tust dich an dem Einsatz unterordnen. Du bist jemand, der mit einer Beanback da steht oder mit einer Schroflinte auch rumscheiß. Hab ich kein Problem. Und wenn ihr das einfach für euch mal ruhig in einer ruhigen Minute mit ein bisschen Schlaf und durchdenken, fest definiert, da braucht es keine Konzepte, da braucht es das, sondern ihr braucht einfach nur menschlich, also sie brauchen menschlich, tatsächlich nur das Wissen, ich kann mich, also das ist das, der Schlüssel zu ihrem Erfolg ist, ich kann mich auf den anderen verlassen, dass er sich an meiner Absprache hält. So, und jetzt Hill noch zu der letzten Sache, bevor ich hier fertig bin mit meinem Monolog, warum wir diese Entscheidung getroffen haben, ja, du warst ja krank, so, da kannst du ja nichts für, du hast dich auch abgemeldet, alles gut. So, ich habe da im Büro gesessen und ich habe mir die Geschichte von Dupont angehört und von Kowalski. Um eure Abteilung zu retten, sage ich mal so, ja, habe ich dann dazu mich entschieden, zu sagen, das ist eine eigenständige Abteilung. Ich wollte nicht, dass ihr in einer sowieso schon aufgefüllten DTU untergeht, weil eure Aufgabe zu wertvoll ist, dafür, dass ihr nur ein Teil von etwas seid. Deswegen ist es mir wichtig, dass ihr oder sie eine Behörde sind, also ein Department sind, was den Fokus auf etwas hat, ganz eigenständig und im Austausch mit anderen Departments steht. Ja, deswegen habe ich Kowalski diese Aufgabe gegeben, ist Percell diese Aufgabe gegeben und mir war immer klar, du wirst ja irgendwann wieder auftauchen, du wirst ja wahrscheinlich da deinen Fernseher am Leergucken, was weiß ich und dann musst du auch mal raus. Die TV wurde leer. Ja, richtig. So, und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Der Kowalski hat nicht gesagt, bitte, bitte gib mir den Posten, sondern er hat sich dafür, also es war eine Option, okay, overall, bitte, nehmt das aus diesem Gespräch, mit, ich will das kurz zusammenfassen, jeder von ihnen dreien hat eine starke Persönlichkeit und eine starke Aufgabe und eine Fähigkeit und diese Fähigkeit kombiniert, bauen sie ein exzellentes Department auf. Ich wünschte, ich hätte diese, gucken Sie mal, hier steht jemand, hier steht ein ehemaliger Assistant Chief, also damals Assistant Chief, hier steht ein ehemaliger Departmentleiter, der jetzt wieder ein Departmentleiter ist, aber der den Norden aufgebaut hat und hier steht Miss Percell, die aus dem Nichts sich sowas angeeignet hat, Sie sind so eine Stärke zu dritt, eine Waffe für die Behörde hier. Nutzen Sie es, schieben Sie alles beiseite, machen Sie einen Neuanfang. Okay? Und Hill, ich akzeptiere das Austreten, ich akzeptiere auch nicht die Degradierung, ich habe dich nicht umsonst auf diese Position gesetzt und ich weiß, dass du kein machtgeiler sonst was bist, ich weiß, dass du der Frau Percell niemals ihre Qualitäten absprechen würdest und ich weiß, dass ihr euch gut ergänzen würdet. Einer der wenigen hier. Ich bin hundertprozentig von den Qualitäten von Frau Percell überzeugt, es ist ja so ein bisschen so, dass ich eine Art Mentor für sie war und bin und als Mentor ist natürlich das Ziel, dass der Schützling einen eines Tages über... Mehr kann ich auch nicht machen, Leute, ich habe gekämpft, hab ich es gut rübergebracht. Sonst ist man ein schlechter Lehrer, glaube ich, wenn nicht das das Ziel ist. Ja, aber ein Lehrer wirft auch nicht die Korn in der Flinte und rennt weg. Das tue ich nicht. Ja. Der Geschmack in meinem Mund, es schmeckt gerade nach Scheiße, aber vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Tagen. Ich glaube, ich glaube, wenn ihr es hinbekommt, ey Hill, ich meine, sonst schickt den Kowalski in den Turf dann ein bisschen Aulo so einfach wäre. Ich komme auch, ich wohne, da stehen wir, glaube ich, gut zu hin beim Little Italy. Wie gesagt, wenn das Ihre Vorstellungen sind, dann probieren wir das gerne aus, aber ich möchte natürlich auch die Freiheit haben, wenn ich irgendwann sage, das funktioniert für mich so nicht, dann müssen wir was anderes finden. machen Sie, also ihr, passen Sie auf, es gibt einen Termin, der 15. März, ja, und da war es so, dass ich einen Kompromiss oder eine Aufgabe dem Herrn Kowalski angesetzt habe. Ich habe gesagt, bis dahin muss der Laden laufen und auch die Gang Unit. ja, also bis dahin, das ist seine Frist unter seiner Führung. Wenn es nicht klappt, wird das dann nochmal überarbeitet. Das Gleiche ist auch mit La Mesa. Der 15. März ist der Stichtag und bis dahin müssen Sie Gas geben. Ich möchte dazu nur sagen, wie gesagt, ich sehe auch, dass ich da vielleicht Fehler gemacht habe und für die stehe ich dann gerade und dann räume ich auch meine Position. Nein, das ist aber Quatsch, Hild, das ist nicht Ihre Schuld, dass da kein Personal kam. Das ist einfach nicht Ihre Schuld. Also sagen Sie, Herr Dupont hat da integriert, oder wie? Nee, ich sage, es wurde nicht schmackhaft gemacht. Also genau das, was ich gesagt habe, was ich nicht machen wollte, bei anderen die Leute abwerben. Nee, es wurden keine Leute abgeworben. Es wurden, es wirkt so, als ob mit der Entscheidung, das Davis Department losgelöst von den Detektivs zu sein, dass ein Knoten geplatzt ist und die Leute da mehr Ambitionen sind. Ich sage es mal so. Also es wäre auch unter Ihre, also es wäre jetzt auch anders, wenn Sie das Department leiten, würden wir das Gleiche. Das hat nichts mit der Personalie zu tun. Es geht darum, dass die Leute nicht unter den Detektivs in so einem Flickenteppich arbeiten wollten, sondern wollten ein eigenständig, übergeordnet, aufgeräumt arbeiten und das haben wir jetzt. Ja, das schmeckt auf jeden Fall auch nicht so gut, was da mit dem Paaren sie da mit ihm drüber gesprochen haben. noch nicht die Möglichkeit gab, werde ich aber, weil ich sage ja, das Gespräch ist mit Vorsicht zu genießen. Ich habe eben auch dem Herrn Creamer direkt gesagt, boah, ich weiß nicht, weil so kenne ich den Herrn Deporn nicht und so schätze ich ihn auch absolut nicht ein. Er war immer, das würde natürlich dann auch erklären, warum ständig diese Personalprobleme waren, weil ich kann mir das nicht anders vorstellen. Aber ich will nochmal warten, Sie ganz kurz. Also mit dem Arschloch, mit Hill kann man sprechen und mit Hill kann man quatschen, genauso wie mit Frau Pesel. Warum wurden ständig, wenn ihr neue Leute hattet, ständig irgendwo abgeworben? Genauso wie Cooper, Sol, immer aus unserem Department, immer Leute, die sich irgendwo in diese Gang-Geschichte engagiert wurden. Aber passen Sie auf, ich muss noch andere Gespräche führen, das klären Sie unter sich, aber passen Sie auf, ich werde mit Deporn nochmal sowieso reden, aber was ich Ihnen sagen wollte ist, abschließend, Herr Hill, der Herr Kowalski ist Ihr Boss, okay, aber, Herr Kowalski, Sie haben, bitte tun Sie mir den Gefallen, auch wenn Ihnen etwas nicht schmeckt, wie die Kollegen hier arbeiten, die wissen, wie Sie arbeiten müssen. Rein hypothetisch können Sie an einem Tatort, wenn Sie die beiden dabei haben, sich hinstellen und sagen, nee Hill, so machen wir das nicht, aber das erwarte ich nicht von Ihnen. Geben Sie die beiden absolut die Freiheit, weil Sie haben nicht das Wissen. Aber ich bin doch kein Anfänger. Ich sage es nur vorab, weil wir haben hier auch andere Kasper, die sowas machen. Ja, ich hatte gerade erst so ein Gespräch. Geben Sie den beiden die Freiheiten und Hill und Persell, Sie briefen Kowalski. Lernen Sie ihn an. Das ist mein Wunsch, okay? Ja, ich habe jetzt direkt ein paar Ja, Nein Fragen. Ja, muss ich dabei sein? Ja, Sie müssen es entscheiden, logisch. Shotgun für Sterling, darf ich Ihnen eine rausgeben, weil das entscheide ich Ihnen. Er ist ja Sergeant, richtig? Er ist Sergeant. Dann können Sie ihm eine geben. Check, werde ich machen, dann brauche ich hier. Dann bräuchten wir zwei Fahrzeuge für die Gangunit. Cypress Warehouse, hinschreiben. Achso, Sie können ja, da kaufen Sie einfach welche. Ich habe schon eins gekauft und ich würde noch eins kaufen. Ich habe auch noch einen Alpen, den kann die Gangunit haben. Okay, dann können wir das ja, dann bezahle ich Ihnen den Einkaufspreis, zumindest das Department und dann können wir das. Können Sie aber das Haushaltsgeld des Departments machen. Okay, dann ist das schon mal nicht. Dann noch Westen für die Gangunit würde ich gerne anfragen. Wo Gangunit draufsteht? Wo einfach nur Gangunit draufsteht, dass die Leute einfach wissen, okay, die Gangunit ist da jetzt am Start. Ja, das war sowieso geplant. Sie sollten auch ein anderes Outfit bekommen. Machen Sie das erstmal mit den Westen an. Genau, die Gangunit wird sich sowieso mit dem Outfit besprechen. Das schicken wir dann Ihnen zu, zu, ob sie das dann halt, also die Outfits. Ja, die Gangunit. Ja. Okay. Wir hatten noch ein Thema. 346, Peter McLennan wechselt ab dem 1. in unser Department, ist O2 und interessiert an der Gangunit. Darf er dieser beitreten? Was haben Sie denn für sich beschlossen und was haben wir beschlossen, Miss Parcell? Dass wir das untereinander, aber ja, in der Vergangenheit Wir brauchen die Freigabe für die zehn Leute. Von sieben auf zehn Leute. Sie können zehn Leute können Sie nehmen und wenn Sie das Gefühl haben, dass er richtig für den Job ist und Sie die Hand für die Person ins Feuer legen, dann gehen Sie zu Ihrem Departmentleiter und zu dritt besprechen das mal, ob Sie ihn da sehen. Dann sagen Sie mir kurz Bescheid und dann ist erledigt. Okay, also wir können auf zehn Leute maximal aufstehen. Ja, zehn ist Ende. Okay. Gut. Aber Sie sollten jetzt erstmal auch wichtig, Herr Kowalski, dringend mit Herrn Koryame ins Gespräch gehen und mit Herrn Kukum. Ja? Wurde schon tatsächlich auch so gemacht. Okay. Gut. Dazu hätte ich auch noch einen Gedankenanstoß, weil es die Sergeants werden ja von Koryame extern geprüft. Warum werden die Rekruten intern im MRPD geprüft von den Leuten, die ein Interesse daran haben, dass die auch weiterkommen und schnell Officer werden? Das habe ich mich vorgestern gefragt und ich habe keine Antwort gefunden. Weil wenn die von Kukum geprüft werden und von dem Commander da, die wollen ja einen Erfolg sehen, die wollen ja schnell Rekruten zu Hause sein. Ja, es ist nicht mehr so einfach tatsächlich. Drücken ja öfter mal ein paar Augen zu. Ja, ja, es ist aber nicht mehr so einfach tatsächlich. Es gibt... Vielleicht ist das ein Denkanstoß, dass vielleicht jemand anders die mal prüft. Ja, ich verstehe schon, aber wir haben aber leider nicht die Möglichkeit dafür aktuell. Weil ich kann Ihnen sagen, wir haben im Lamesa-Department drei ausgebrannte Leute und jetzt müssen wir erst mal... Ja, ja. Wichtig ist, tun Sie mir einen Gefallen. Also ich sage Ihnen, wie es ist, hören Sie mir genau zu. Ich kann Ihren Ansatz verstehen. Aber bitte, das habe ich gerade zu Herrn Koryam und zu Herrn Müller auch gesagt, Lassen Sie das meine Aufgabe sein. Okay? Konzentrieren Sie sich nur auf Ihr Departement und auf Ihr Aufgabenfeld. Ja? Ich weiß, Sie kriegen die Scheiße ab, aber Sie kriegen die Scheiße zweimal gefiltert ab. Einmal durch das Mischero und einmal durch Lamesa. Wenn die Leute... Deswegen gebe ich Ihnen das nur mit und ich... Ja, ja, wenn die Leute... Ja, aber tun Sie mir einen Gefallen und verschwenden Sie absolut keinen Gedanken daran. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Ding. Alles... Lassen Sie alles andere beiseite. Weg, 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 weg. Detektivs, alles weg. Machen Sie nur Ihr Ding. Ich glaube, glauben Sie mir, Sie können so viel schaffen. Ich sehe so viel Potenzial vor mir. Sehen Sie es selbst. Ne. So, jetzt gehen Sie ein bisschen spazieren und schicken Sie mal in den Folie rein, ja? Ja, viel Erfolg. Danke. Viel Erfolg. Vielen Dank. Folie, bitte. Dankeschön. Gerne. Wunderschön. Hallo. So. Folie, also. Erstmal folgende Sache. Sie haben in letzter Zeit, auch wenn mir das aus dem Maul rauskommt und ich mir jetzt überlegen muss, ob mein inneres Ich sich dreimal übergeben muss, haben Sie gute Arbeit gemacht und Sie haben sich in der State Police auch bewährt. Deshalb würde ich folgendes vorschlagen in Absprache mit Herrn Koryame und Herrn Miller. Ich versetze Sie ins Lamesa-Department mit einer Beförderung zum Commander. Sie unterstützen Mr. Gauthier. Ihre Aufgabe wird folgendes sein. Das Gleiche, was Sie im Mission Road-Department getan haben. Sie sind Ausbilder, aber erweiterte Ausbilder für Officer 1 und 2. Sie müssen dafür sorgen, dass unterschiedliche Kollegen, also dass Sie immer mit anderen Leuten, also ich meine, wenn wir Streitverfahren können, können wir auch jemanden mitnehmen, ist kein Thema, aber dass wir unterschiedliche Leute fördern, 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 fördern. Das heißt, Sie sitzen bei dem mal im Auto, bei dem mal im Auto, bei dem mal im Auto, so wie Sie es in der Ausbildung gemacht haben. Nur erweitert auf Officer 1 zu 2. Und wenn Sie der Meinung sind, dass jemand nicht das Zeug hat, Officer zu sein, weil Sie keinen Lernprogress sehen, dann sagen Sie bitte Ihrem Departmentleiter Bescheid, beziehungsweise Herrn Koryame und mir, ja? Ja, check. Okay, nehmen Sie das an? Ich nehme das an und bedanke mich recht herzlich, ja. Gut. Was wir schon als Commander jetzt einstellen. Ich stelle das in den einen. Genau, Sie wissen ja, wie es läuft. Ich bin einmal rüberziehen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt offiziell Commander. Sie verdienen auch mehr Geld. Äh, genau. Genau, ne? Also, Sie haben das sich auch verdient, finde ich. Und konzentrieren Sie sich bitte, das ist sehr, sehr wichtig, auf Ihr Department. Bitte gucken Sie nicht, was in anderen Departments passiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Unterstützen Sie den Herrn Gauthier, unterstützen Sie den Herrn Koryame, den Herrn Miller, den Herrn Barnes, ja? Wir brauchen Sie dort und wirklich 100% Fokus. Wir müssen die Leute fit kriegen. Und dann, wenn die Officer 2 sind, müssen die auf Departments verteilt werden. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, jemand ist zum Beispiel gut, indem er mit Menschen umgeht, können Sie den zum Beispiel nach Delpero setzen. Wenn Sie das Gefühl haben, jemand ist gut, der kann gut mit Leuten aus der, ich sag mal, niedrigen Einkommensschicht umgehen, können Sie den nach Davis schicken. Wenn Sie das Gefühl haben, jemand ist so ein Typ im Norden, dann schicken Sie den dahin. Immer eine Absprache mit Ihrem Departmentleiter. Aber Sie müssen das herauskriegen, ja? Ja, ja, das Prozedere ist mir bekannt. Okay. Auf Zugriff auf die Liste. Gut. Ja, leider wollen da noch Leute was von Ihnen. Ja, ja, ist gut. Danke, dann. Gut, Herr Volley. Wenn Sie das mal umziehen, dann. Danke, ja. Versuchen Sie, in der Koriame zu rechnen, der müsste noch da sein. Und herzlichen Glückwunsch, ja? Ja, ja, danke. Der meinte, ich soll mich nochmal melden, auch wenn er außer Dienst ist, genau. Okay, und bitte informieren Sie den Herrn Kukum. Sagen Sie ihn, wir müssen diese Entscheidung leider treffen und es tut uns Zeit, dass wir ihn jemanden aus dem Department wegnehmen. Ich wäre aber gewollt zu sagen, dass wenn er dringend Leute braucht, dass da behalten Sie sie für sich, würde ich Miss Lewis im Mission Road Department lassen. Also, die hat mich ja damals auch ausgebildet und ich weiß, dass die das tatsächlich sehr gut kann und macht. Okay. Mit Herz und Seele, ne? Check. Alles klar. Wen soll ich als nächstes reinschicken? Schicken Sie mir Williams rein. Ja, check. Alles klar. Danke. Bis später, so und dann noch mal. Gerne. So, Herr Williams, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Gott, sehen Sie aus. Also, kann ich Ihnen helfen? Es geht um die gute Frau Mendez. Ich weiß nicht, ob mit Ihnen Frau Barnes schon geredet hat. Ja, ich weiß, wer das ist, ja. Genau. Und da geht es darum, dass ich mit der Dame jetzt längere Zeit geredet hatte und die auch ein bisschen überzeugt habe, jetzt von unserer Sache, die wir da vorhaben, bezüglich komplett auspacken gegen Evan Anderson. Die hat da von mir den Vorschlag bekommen, der normale Zeugenschutz, der über Herrn Tanaka laufen würde. Mit Neu-Identität. Genau, Neu-Identität. Wollte sie nicht machen, okay. Möchte sie nicht machen, weil sie auch eine beste Freundin hat und sie möchte mich alleine lassen. Ja, ja, bla, bla, bla. Das Typische. Und die Frau Barnes meinte dann, sie hätten dann vorgeschlagen, dass sie ins PD kommt, so wie Jaha Mahler damals. So wie Frau Sorkin, genau. Oder Frau Sorkin, das weiß ich nicht, ich kenne nur den Fall Jaha Mahler. Und da wären halt meine Fragen, was sie von ihr da erwarten, beziehungsweise auf was ich achten soll bei den Aussagen, ob sie irgendwas Bestimmtes brauchen. Die soll so alles auspacken. Alles, alles, alles. 100 Prozent. Und dabei ist wichtig, hören Sie zu, wenn sie das macht, wird das Ganze vertraulich behandelt. Ohne, verstehen Sie, alle Telefone sind im Flugmodus. Ja. Und all das, was Sie sammeln, haben nur Sie. Nur Sie, Herr Williams. Und dann legen Sie mir das vor. Okay, machen wir so. Und je nachdem, wie intensiv das ist und wie umfangreich das ist, entscheide ich dann, was wir mit ihr machen. Okay, check weiter. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ab wann das denn losgehen soll mit diesem Schutz? Also machen wir das, sobald ich alles runtergesprochen habe. Also ihr Job ist es, also nicht ihr Job, Herr Williams, aber ihr Job ist es von der Dame, umso mehr handfeste Infos sie uns gibt, umso mehr wir Überblick haben, umso mehr sie auspackt, umso mehr sie uns Orte gibt, alles. Dann bewerten wir das und wenn wir der Meinung sind, also sie muss uns erst entgegenkommen, weil das, was wir machen, wir geben ihr komplette Einblicke, denn, wissen Sie, ist sie gerade in der Beziehung mit jemandem oder sowas? Die Dame, nicht bekannt. Erfinden Sie das mal in ihr persönliches Umfeld heraus, erst mal, ja? Das dürfte ja nicht wahr sein. Ja. Mit wem die zusammen ist, welche Freunde sie hat, wo sie arbeitet, was sie gearbeitet hat und so weiter und so fort, was für eine kriminelle Hintergrundgeschichte die hat. Ja, genau. Ja, das bekomme ich ja. Ja, wie sieht es mit der besten Freundin aus, wie wir mit dort verfahren? Aber da haben wir doch nichts zu tun. Nö. Ich hätte sagen können, dass ich die irgendwie auch noch, weil ich würde die auch noch irgendwie versuchen, ob die was weiß. Ja, können sie ja mal, können sie mal versuchen, aber, ja. Aber wir fokussieren uns erst mal komplett auf die Dame, würde ich schon so sagen. Ja. Okay. Gut, da hätte ich das Thema tatsächlich schon fertig, jetzt habe ich ein anderes Kopfschmerz-Thema für Sie. Ich habe eine Supervisorakte über Herrn Müller und Herrn Creamer. Ja. Weil da geht es um Shooting Green Planet Tankstelle, wo die Frau Edda Moriarty oder Sie kennen sie vielleicht unter Edda Jenkins auf die beiden Officer geschossen hat, die dann verstorben ist, daraufhin. Ich kläre sie jetzt schon mal auf, wir müssen dann noch auf die Forensik warten, weil Herr Dupont hat heute die Forensik da gemacht und dem ist da etwas aufgefallen, dass da aber nochmal von der Frau Williams überprüft werden, ob das wirklich so stimmt. Aber es könnte durchaus möglich sein, dass Herr Creamer Herrn Müller nicht da geschossen hat. Aus ungeklärten Gründen, wie das funktionieren hätte können, weil eigentlich standen die gar nicht nebeneinander und noch nicht in einer Schusslinie, nachdem es ausgesagt wurde. Aber da würde ich die Forensik erst nachfragen und dann nochmal auf sie zukommen. Aber dass sie da schon mal zugehört haben. Ja, weiß ich, da füllen wir die Worte. Ja, dieser Herr Dupont hat heute leicht angezweifelt, weil beide sagen, was komplett anderes da aus und mal gucken, was meine Frau jetzt dazu nochmal sagt. Aber da werde ich Ihnen nochmal eine SMS zukommen lassen, dass wir da wahrscheinlich nochmal reden müssen. Okay, alles klar. Genau, das waren die und dann hätte ich ein letztes Thema. Sie sind meines Wissens nach der am längsten amtierenden der Officer hier im Department und die ganzen alten Detekte sind nicht mehr da oder wissen nicht mehr wie Herr Kukum oder Herr Hill. Wissen Sie etwas von einem Hinterzimmer in der Italie? Ja. Weil es gibt keine DTU-Aufzeichnung darüber. Die alten DTU-Aufzeichnung Sie gehen hoch, Sie gehen rechts, da wo der Tisch ist. Wissen Sie, wo der Tisch ist? Das VIP-Zimmer? Ja, genau. Also eine Etage hoch rechts und da ist gegenüber von der Couch ist eine Wand und die können Sie verschieben lassen. Okay, perfekt. Ich meine aber, die führt Sie boah, das ist so lange her. Ich meine, es führt Sie dorthin, wenn Sie hinter dem Little Italy gehen, ist eine Tür mit einem Kuckloch. Kennen Sie das? Ja, das hat uns Herr Hilmer damals gezeigt. Ja, und das führt dahin, das ist ein Connector sozusagen. Wenn Sie also die Tür unten aufgehen, kommen Sie in das Hinterzimmer. Das ist das. Das ist eine Bar und da sind alle Schränke und so weiter. Aber ich, ja, das ist lange her. Ja, weil ich habe nur noch eine Aussage von Herrn Harper damals gehabt, der meinte, dass es da mal eine Untersuchung gab. Ja. Ja, ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Okay, weil ich hatte dann auch, ich habe nicht unser ganzes Archiv bei den Detectives nur aufgeräumt, da wurde halt nichts niedergeschrieben, gar nicht. Na klar. Und Herr Moskera ist jetzt leider nicht mehr ein PTI, Herr Hill, und uns muss noch die Hintertür sagen und Herr Kuckum wusste überhaupt nichts mehr. Ja. Und das war es ja schon, schon alteingesessen am Detectives. Ja, sehen Sie mal, was ich für ein Archiv bin, ne? Jo. Gut, Herr Williams, gehen Sie mal mit Ihren Beinen jetzt spazieren, ne? So, bringen Sie mal die, wo ist denn Frau Kater, die war doch auch gerade da. Die ist bloß Bekleidung von Folie gewesen. Okay, dann bringen Sie den Finsch einmal rein. Mensch, Sie kommen mal kurz mit mir mit, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Kommen Sie. Kommen Sie, Finsch, laufen Sie. Kommen Sie bei dem ehemaliges Piazza Rossa, fährt jetzt wieder auf den Freeway in Fahrtrichtung Norden. Hallo. Hallo. Weiter funken. Ja, weiterhin Fahrtrichtung Norden, passieren gleich das Diamond Casino, gleich das Diamond Casino. Was verfolgen wir? Fahrtrichtung Diamond Casino ab. Ich werde keines Fahrzeug, ähm, hat sich die 1926 entzogen. Wir versuchen Sie mal die Infos rauszukriegen. Diamond Casino. Und dann können Sie mir Ihre Frage stellen. Diamond Casino. Ja. Die 612 mit einer Nachfrage, was wird gefahndet und warum und welcher Standort? Aktuell am Roadblock. Was? In Richtung Einbruch der Boulevard, ein schwarzes Fahrzeug. Ja. In Richtung Süden. Was wird dem Fahrer vorgelaufen? Rektorlaufer sind vorbei. Überfall auf Pennis. Ja, weiter funken Sie weiter. Negativ, der Alarm. Weiter funken. Ja, sind nun Freimburg-Gaden auf der Südseite Sichtkontakt verloren. Was? Wie haben die denn jetzt den Sichtkontakt verloren? Also, ein schwarzes Fahrzeug gefahndet? Ja, Sichtkontakt verloren, Weinburg-Gaden auf der Südseite. Was für ein Fahrzeug Typen? Da gebe ich die Zeit. Was? Ja, wie ist der Funk gerade? EDP-D99, können Sie den Funk verstehen? Komm. Check. Was für ein Fahrzeug wird gesucht? Wo haben Sie es zuletzt gesehen? Und wie viele Insassen? Es wird gefahren hat ein schwarzer Kassenwagen, mindestens drei Insassen. Grund war ein Schildalarm in Rockford Hills. Check. Haben Sie das Fahrzeug das Kennzeichen überprüft? Komm. Negativ, konnten kein Speedcam-Ausdruck machen, da wir anfangs über eine kurvige Strecke gefahren sind und mit dem Alarm-Ofa was leer kam. Check. Also haben Sie das Fahrzeug aus den Augen verloren, kein Anhaltspunkt, korrekt? So, aktuell, positiv. 1060 einstellen, fahren Sie regulär Streife. So. Ja, bitte. Okay. Ich habe eigentlich nur eine schnelle Frage. Leitstelle für die Fahrzeuge ankommen? Das ist eine Ja-Nein-Frage und eine Information für sich. Das Video zu Weihnachten konnte nicht hochgeladen werden, da es bei Venture gerade Probleme gibt. Ich habe heute mit Venture telefoniert, weil von denen kam nichts. Die meinten, die haben technische Probleme, Ancheck Trennung. Das kann halt sich noch ziehen ohne Ende. Genau, jetzt darauf die Alleinfrage, sollen wir das Video noch veröffentlichen? Das hat eigentlich gar keinen Sinn mehr, sobald die Anlage ist. Hat keinen Sinn mehr. Bei Venture. Ja. Deswegen melde ich mich bei Venture, dass die bitte das Video runternehmen, sobald bei denen alles wieder funktioniert. Okay. Wer wollte ich gar nicht? Gut. Jetzt sitzen sie hier drin, Finch. Ich gehe gleich in Feier. Das werden wir jetzt nochmal sehen. Ich steuere das Fahrzeug. Ich komme hier nie wieder raus. Ich sehe das schon. Ne, wir gucken einfach erstmal, was hier so ein bisschen los ist und dann fahre ich gleich. Welches Department? Del Peron, ne? Äh, da steht noch Fahrzeug von mir. Achso, okay. Dann alles gut. Machen wir in Ruhe. Hab noch Zeit. Hab alles erledigt. Hab selbes eine Liste geschrieben. Was denn für ein Auto? Schaut interessant aus mit vorne. Ah, das ist für die Kollegen, die anfangen. Wir befinden uns eben ein Gebäude. Er hat so ein lila und ein schwarz. Ja, das ist ein 422, kurz Häusersperl. Haben wir gewissen, was das für ein Auto ist? Ich habe das Modell noch nie gesehen. Check. Den halten wir mal da vorne an. Ist das nicht sogar der Kastenwagen? Ist das ein Kastenwagen? Ne. Ne, ne, ne. 441, 1020. Stille Alarm, was vertilgt. Spurensicherung. Ah, ne. Der fährt zu artig. Wie viele Leute sitzen da drin? 2, ne. Das ist kein... 2 maximal. Die Musik läuft bei mir in meinem Kopf, wenn ich mir irgendwelche Gespräche anhören muss. 6, 0, 0, 1020 hier, Westpulci Police Department. Check. Durch mit den Gesprächen heute? Ja, war sehr lange. Sie leiten jetzt die MPU abgehört, ja? Ja, aktuell ja. Ist ja auch gerade ein bisschen Quatsch bei den Wetterbedingungen, oder? Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Das geht bei dem Wetter. Wir haben ein Tauchmodul. Tauchmodul bei dem Wetter? Ist auf Eis gelegt. Alles gut. Aber das hat auch einen Vorteil, weil da wächst der Pimmel, kommt nicht... Also, wir haben keine... Wir haben keine... Ja, egal. 612 für die Leitstil, komm. 612, komm. Frage Besatzung, komm. Ja, der Kollege Finch und die PD99, komm. Ja, check the match, Leitstil, ne? Ne, okay. Ne, ja. Ich habe es eigentlich eingetragen. Also, Friedrichson ist so ein Kandidat, aber er macht sich langsam. Geben Sie Zeit. Er war... Ne, ne, alles gut. Das ist ja immer... Wenn 30 Leute am System, am Leitstellen System rumschwinnen, dann ist ja... Das ist ja... Ja, 4.2 wieder cool. Ja, Friedrichson macht sich langsam. Das war ja unser Problemkandidat damals in der Perron. Ja, genau. Das war ja auch... Check. Aber der Perron wird ja gerade ein bisschen weniger. Hi. Der Perron wird weniger? Ja, ja. Wir verlieren ja immer wieder mehr. Na gut, sie haben Carter, Davis, Sie. Wen haben sie noch? Äh, Martin, Davis. Dann, ähm, Redding, Penner, Quest und McLennon. Nocrest und McLennon sind ja jetzt, ähm, am ersten raus. Warum? Und gehen nach Davis. Achso. Und dafür kriegen wir einen neuen. Oder eine neue. Sie werden jetzt aber bald viel mehr neu kriegen. Ich hab da heute mal ein Machtwort gesprochen. Ja, das ist auch ganz praktisch. Bei uns ist das gerade ein bisschen... Geht so unter. Ich verstehe auch mal die Leute nicht. Die denken halt, sobald man in der Perron kommt, dass alle irgendwie was mit der Presse zu tun haben. Nee, nee, nee. Das ist halt schwachsinnig. Ich kann auch normal Steife fahren. Ja, das ist halt, also das glauben die Leute immer. Und ich verstehe nicht, wo der Gedanke herkommt. Die fahren eh, also um die ganzen Pressensachen kümmert sich eh nur Vorgesetzte. Weil man kann halt keinen Officer 1 auf eine Presse loslassen, so doof es klingt. Warten Sie kurz, warten Sie kurz. Mir fällt was ein. 402, wieder aktiv. Moment, warten Sie kurz. Check. Ja? Frau Barnes, ich hatte gerade ein Gespräch mit Herrn Williams. Ja? Bezüglich der Geschichte um Herrn Andersson und seiner Partnerin. Ich bitte Sie um Folgendes. Sie müssen sich dort, auch wenn es Ihnen etwas schwer fällt, jetzt komplett raushalten. Weil wir machen das, wie kann man es ja am besten erklären, wir machen das unter absolutem Verschluss, wenn Sie verstehen. Verstehe. Ja? Ich, ähm, kann man ihr, äh, können Sie ihr Bescheid sagen? Ja, ein oder ein. Dann, äh, würde ich auch die Gespräche dann nicht annehmen, nur dass sie Bescheid weiß. Und ich denke, jetzt... Rufen Sie einfach Herrn Williams an und sagen Sie ihm, also ich habe ihm das gerade auch gesagt, ich hätte mit Herrn Williams gerade deshalb ein Gespräch und informieren Sie ihn einfach darüber, ja? Dass wir, dass Sie ihn da beschreiben... Ich verstehe das. Okay. Ja, Herr Weiß, ich habe gerade, äh, ein Problem. Ich überlege auch, ob ich mich jetzt, ob ich mich jetzt erstmal ausstempe, weil ich hier warte und warte und warte. Ähm, die Frau Cortez, ähm, die sollte ich mich ja jetzt kümmern, der Herr Larsson ist ja nicht da. Sie wird gerade sehr nervös, weil sie jetzt irgendwie zwei Stunden oder so auf mich wartet. Äh, ich habe auch jetzt Klamotten für Sie dabei. Wo sind Sie denn? Ich wollte hier einfach umsetzen, Sie zieht dort um. Ähm, ich bin in Herrn Larssens Büro, aber Herr Kowalski, äh, sollte laut Frau Nieberg, äh, sie hat gesagt, fragen Sie Herr Kowalski, er will auch kommen. Aber er ist gerade jetzt die ganze Zeit in dem Gespräch und sie wird nervös. Ja, okay, passen Sie auf. Ich komme, äh, ich muss sowieso einen Kollegen rauslassen. Ich komme, äh, ich komme kurz zum VPD, kommen Sie einfach mit den Sachen runter, ich weiß ja, wo sie wohnt und so weiter. Äh, dann komme ich einfach mit der 612 vorm VPD und dann stellen Sie sie da ein und bringen die Sachen mit, ja? Okay, sie meinte auch, dass Sie einer von denen sind, denen sie vertraut hat. Die Liste war sehr, sehr klein und, äh, da waren Sie mit dabei. Okay, alles klar. Dann bin ich in der Minute da, ja? Okay, bis gleich. Bis gleich. Gab Winsch, kommen Sie doch nach Hause. Äh, nee, was wollte ich sagen, da haben Sie absolut recht, also das muss sich jeder Officer, der da stationiert ist, äh, muss sich ein Mitarbeiter der Presse werden. Da können auch ganz normale Officer tätig sein, ne? Das ist so, ja, es ist so schade, dass die Leute das senden, aber jetzt versuchen wir, den wenigstens stationär sind, schon einzubrennen, da ist das Problem, aber jeder Neue denkt das. Ja, die Leute sind... Deine Frage an den Funk, ist etwas über den Dispatch in Vespucci am Vespucci-Laden bekannt? Was ist denn Vespucci? Achso. Äh, ich guck grad auf die Liste. Ne, das ist nicht der, ja, das ist, äh, nee, das ist, äh, das ist Supermax, das ist Pucci-Supermax. Ah ja. Ist jetzt erstmal so, wenn Sie meinen, wir kriegen welche, bin ich sehr froh darüber nach. Ja, ich bemühe mich. Ja, alles gut. Ich sag dazu nicht, äh, Herr Davis hat eh Aufgabenliste von mir bekommen. Bin jetzt im Urlaub, für ne, für ne Woche. Ja. Und ich hab ja täglich Dailies mit, ähm, Herrn Davis, und die hab ich heute für ihn schonmal vorbereitet, damit die ganze nächste Woche nicht langweilig wird. Was haben Sie, äh, was haben Sie Dailies, was sind Dailies? Ähm, ich treff mich einmal am Tag mit Herrn Davis, wenn er da ist. Und ich briefe Ihnen, was in letzter Zeit passiert ist. Achso, Meetings meinen Sie? Ja, ja, einfach, so Dailies mit einmal am Tag. Ja, jetzt halt verstanden. Was machen Sie denn hier? Wir warten auf den Staatsanwalt. Achso. Miss Louis! Ja? Wie läuft's bei, kommen Sie mal, äh, Miss Louis, springen Sie mal aus dem Auto und stecken Sie mal kurz bei mir hinten rein. Oh! So, Miss Louis, hören Sie, äh, wie läuft's bei Ihnen gerade mit der ganzen Geschichte rund um, äh, Mission Row? Ähm, ja wunderbar, ich bin ein Rekruter und ich habe ein entspanntes Leben. Ja, es wird sich bald wahrscheinlich ändern. Okay, inwiefern? Ähm, wie sieht's denn bei Ihnen aus, wann haben Sie denn die Ambition, Officer einzuwerden mit Ihrer nicht vorhandenen Leistung? Die haben Sie ja, die Leistung. Ja, Sie haben das, das ist ja, Sie können das ja, das meint ich damit. Ach, ich finde das auch schön, dass mir die ganzen Module nochmal vorgelesen werden. Mhm. Vorgelesen? Check, Leitschleländer. Ja, zum Teil werden Sie sehr akkurat, äh, des Leitfadens beigebracht. Okay, das ist aber gut so. Passen Sie auf, ähm, wenn Sie Officer 1 sind, ja, wechseln Sie, ja, nach Lamesa, ja. Wenn Sie dort fertig sind, dann werden Sie von mir wieder zurück ins Mission Road Department versetzt mit der, äh, Aussicht, dass Sie den, dass Sie den Herrn Kukum dort, äh, unterstützen können in der aktiven Ausbildung. Okay? Mhm. Wie lange bin ich dann in Lamesa? Das kommt darauf an, wie Sie sich machen. Bis die Officer 2 sind. Erst ab Officer 2 darf ich wieder nachher, äh, ins MRBD zurück. Richtig. Okay. Aber Sie wissen ja schon, was das Lamesa Department macht, oder? Das, äh, bildet die Officer 1 fort. Genau. Ja, das sollte ja für Sie ja kein Problem sein. Ja, ist es auch nicht. Ich hab Sie im Auge und wenn Sie das gut machen und ich nichts höre, dann kann das auch beschleunigt werden, okay? Okay. Gut. Alles klar und schön, dass Sie wieder da sind. Jetzt nehmen Sie Ihre weißen Haare, äh, Gerald und steigen Sie wieder vorne ins Auto ein. 411 mit der Punktfahrt zum BPD. Sie auch. Oh, schön. Check. So, wünschen Sie, Sie gehen jetzt hier noch rein mit mir und wir holen noch kurz was für Essen. Für jemanden, äh, aus dem Zeugenschutzprogramm und dann, ähm, können Sie jeden Feierabend, okay? 441 zur Leitstelle, komm. 441, hört Sie, komm. Ihr Auftrag im MAPD, komm. Ja. Aber ich hol kurz was beim Genki, brauchen Sie irgendwas? So, 60, lustig aus der 441, komm. Äh, ich bringe Ihr Essen mit, also wenn Sie da noch was für die Damen mitbringen wollen, Ich bringe einfach ein paar Sandwiches und sowas mit, ja? Oder was auch immer die haben, lass gleich. Nee, Sandwiches gibt schon Karage, aber das ist extrem scharf. Ich weiß. 441, so mit, 441, 1020, MAPD. 612, aktiv und Standby beim Genki und gleich Überführungsfahrt Westpucci Police Department. Check. So schön, dass der Laden läuft. Ja, freu mich auch. Oh ja, gutes Essen, bei dem bestell ich auch für zu Hause. Wir kennen ja auch schon abgestürzt hier links, äh, den wollte ich mal anrufen. Vergesst das immer wieder. Weißen Sie, ob der inzwischen einen Anwalt hat oder sowas? Wer? McKinney? McKinney. Der geht nicht an. Ob der einen Anwalt hat, McKinney? Ob der Herr McKinney... Jetzt weiß ich. Ich hab gerade überlegt, wie sie auf McKinney kam, jetzt weiß ich auch wie. Ich hab den Herr McKinney... Achso. Dann hab ich den Herrn da drüben. Hallo. Sehr vorbildlich, Sir, mit der Maske auch Hygiene und so. Ja, was will ich dir sagen? Jo, what up. Hallo. Hallo. Hier warten Sie mal, Sir. Hier ist die Schlange. Warten Sie bitte, ja? Ja, ja, ich muss nur auf Klau fahren. Achso. Leck mir mal. Sind Sie so einer, der... Warten Sie mal, Sir, warten Sie kurz. Kommen Sie nochmal her kurz, ich hab eine Frage. Kommen Sie mal her, ich hab eine Frage, nichts Schlimmes. Ja, check. So, mit sonst, soweit alles zu Coach 4 am Benni. So, sind Sie so einer... Warum gehen Sie immer so auf Abstand? Ja, I don't know, shit. Ich mach nix, keine Sorge. Ja, check. Sind Sie auch so jemand, der immer in so einem Fastfood-Laden geht und eigentlich nur auf Toilette geht und gar nichts kauft und dann wieder geht? Ja, doch. Ich wollte da pisten gehen und dann hol ich mir was, Bro. War schon sehr gute Hände, ne? Ja, das ist gut. Ich muss doch nicht pissen. Das ging aber schnell. Ja, ja. Ja, und was mit dem Essen? Ja, ich hab keinen Cash. Was? Ich hab keinen Cash dabei. Soll ich Ihnen was geben, Sir, damit Sie sich was holen können? Aber Sie müssen das vor meinen Augen aber auch kaufen. Ja, ja, ist das schön, ist das schön. Okay. Ich hab ihn sowieso ab, ich weiß es doch jetzt schon. Na, ich hol nicht ab. Ich... Warten Sie, wir sind gleich da. Guten Tag. Hi. Da ist die Tür, du kannst gehen. Na, ich hab echt Hunger voll. Okay. Hallo. Guten Abend, guten Abend. Hey, what up. Hast du hier was für 20 Dollar, Bro? Natürlich. Ist das so? Ja, machen Sie erst den Herrn. Wir haben... Wir warten kurz. Äh... Ja, natürlich. Ich kann... Ich kann euch zwei Onigiri machen. Ah je, das nehm ich zweimal. Okay. Ich hab nämlich gerade auch welche dabei. Ja, Holmes, was willst du haben? Bro, wie bist du? Das ist nicht durch. Das sind wir bei 14 Dollar. Ah, sind die frisch, Bro? Natürlich. Ich hab mehrere nach vorne mitgeholt. Okay, okay. Irgendwas stimmt hier nicht, sag ich euch, Leute. Der kommt hier rein, der spioniert was und geht wieder. Irgendwas ist hier, Leute. Jo, vielen, vielen Dank. Dann gibt's noch einmal 6 Dollar zurück. Ah je. Dem sind der Mann, wie ist ein Dollar Trinkgeld. Und ich hab selber kein Cash, Mann. Okay. BD 158, 50, 100 Euro. Nee, nee, nee. Wie geil, ich zisch, Mann. 43. Wie ein Dollar Brot davon? Check. Bro, gib mir nur meinen Tail. Ah, wieder ein Tail, Bro. Die 441, ich glaube, die 404. Guten Appetit. Hallo, Sir. Ja, guten Abend. Haben Sie sowas wie... Wir würden einmal dieses scharfes Sandwich nehmen. Gerne. Ja. Einmal, zweimal. Einmal. Kurzer Tipp, ich hab ne Waffe. Das war halt immer noch hier. Und wenn Sie so nah an mich rangehen... Ja, ja, ich weiß, nein. Ich wollte mich nur bedeuten. Gerne, Sir. Gerne, Sir. Mach ich gerne. Wie? Auf ne PD-Nummer oder so'n Chip? PD 99. Ay, damn. Cool, 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 cool. Cool. Ja, ja, dann denk's. Man ist gut, ne? Ja, man sieht sich, Bro. Man sieht sich. Alles klar. So, Sir. War mir schön geliebt. Also. Einmal das Sandwich, genau. Ja, genau. Ich hab hier ein ganz doofes Gefühl, aber egal. Ja, ja, ich guck auch schon. So, folgende Sache. Einmal das scharfe Sandwich, bitte. Und haben Sie irgendwie so Boxen oder sowas, was man mitnehmen kann? Nudelboxen, ja. Ja, dann nehmen wir dann drei Stück von und einfach ne Sprunk oder sowas, wenn Sie haben drei Stück. Dreimal Sprunk und dreimal Nudelbox mit Chicken, Ente oder nur Gemüse? Ja, Chicken, machen Sie Chicken. Nur Gemüse ist am besten. Machen Sie Gemüse. Was kostet das? Okay, ich schau mal gerade, insgesamt sind wir bei 71 Dollar. Ey, gucken Sie mal hier. Ja, da ist das für Sie. Ja, wenn Sie informiert, ein grauer Tod ist, ist gerade zu jedem Vaterrichtung. Alles klar. Was wollten Sie denn am Wünsch? Gar nichts, alles gut, ich bin versorgt. Also entweder wollen die hier Drogen dealen und warten, bis wir weg sind. Entweder haben die, ich habe ja gefühlt, 20 Morddrogen, warten die, bis ich hier rausgehe und schießen auf uns. Ja, darauf hatte ich auch gerade. Ich überlege auch schon, den 10-10 zu holen. Dafür einfach mal. Okay, wir lassen, wir haben einfach mal, wir haben einfach mal das Gute im Menschen, okay? Was tippen Sie? Nee, ich denke heute positiv, da passiert nichts. Da passiert nichts, ne? Das Gute im Menschen. Zwei Jahre Weihnachten, die Leute sind nett und gut drauf, die machen nichts. Ich habe gerade Essen ausgegeben bekommen. Ja. Der geht sogar. Der geht, der hat die Waffe schon mal auf dem Klo gelassen. Dann geht gleich ein anderer aufs Klo und dann knallt er uns von der Seite ab. Nein, das ist gut im Menschen, nicht vergessen. Apropos Klo, ich gehe mal kurz auf die Toilette. Ja, okay. Wirklich auf die Toilette. Leute, es geht sofort weiter mit GDR Play auf dem besten Server der Welt, Lucky5.de. Und Leute, wir haben unser Sub-Goal aktualisiert. Wir machen es jetzt anders. Bei 5000 Subs gibt es den 24er Rainbow. Bei 6000 Subs gibt es den 24er GDR RP. Und bei 4500 Subs machen wir morgen einen 12 Stunden GTA Roleplay Stream. If you want, you can do it. If you really want. Chat, ich bin sofort da, ne? Ich bin sofort wieder da, Chat. Ich bin sofort wieder da. Please wait. Ich bin sofort wieder da, Chat. Ich bin sofort wieder da, Chat. 158, Abmeldung Funkkreis. Ich bin sofort wieder da, Chat. Kann ich jetzt noch einen Clem? USMS 43 aktiv. Check. Die 1560 laut weiteren Aussagen des Zeugen hier vor Ort bei Bennys soll sich dabei um einen grauen Yuga Classic gehandelt haben. Ob das Fahrzeug die Farben wieder gewechselt hat, ist noch unklar. Das war die letzte Meldung von dem letzten Raubüberfall 1560 hin. Vielen Dank. Vielen Dank. Bei Ihnen alles in Ordnung kommen? Alles festens kommen? Check. Jetzt stell Ende. 6-0-0 für die Leitsche. 6-0-0 für die Leitstelle kommen. PD 111 für die Leitstelle kommen. Clement 2 für das ist für die Leitstelle. Ende. Was würdest du sagen? Die Paletten sind jetzt schon wieder leer. Wir haben vier bestellt. Oder mehr. Wir können eigentlich wieder bestellen. So viele? Leitstelle für die USMS 43 kommen. Leitstelle hört sie kommen. In der Nachfrage der des Pitch östlich von Dynastie irgendwas Relevantes kommen. Von der Leitstelle keine Informationen hierzu kommen. Ja, Check USMS 43 Ende. Und dann ist das bei Circa. Genau. Entschuldigung. Entschuldigung. Genau. Entschuldigung. Und dann ist das Vielen Dank. Nee, ist schon okay. Achso! Ja, können wir machen. Müssen wir gucken, dass wir nicht zu viel machen. Aber ja, das ist eine gute Idee. 4-0-2-10-20 Mountain-Hand-Style Community Policing Check 4-0-4 für Leitstelle KOM 4-0-4 hat KOM Einmal das VPD anfahren und zum Leitstellen Tresen kommen Hat die 4-0-4 zu mitkommen? Ich stelle Ende 4-1-10-20 Mountain-Hand-Style Community Policing 4-0-4-1-10-80 Mountain-Hand-Style Community Policing 5-0-4-1-10-80 Mountain-Hand-Style Community Policing 4-0-4-1-10-80 Mountain-Hand-Style Community Policing 4-0-4-1-10-80 Mountain-Hand-Style Community Policing 5-0-4-1-10-80 Mountain-Hand-Style Community Policing 422, Überführungsfahrt, Lamesa PD. Check. USMS 431020, Lohnenmarket. Check. Haben Sie alles? Ja klaro. Los geht's. Jetzt? Ayo, Walter Weiss, Bro. Bitte? Ich hab noch kurze Frage, Homs. Dann fragen Sie. Geht aber schnell. Oh meine, 1010 beim Ganky. Halt, motherfucker, nimm die Hände hoch. Hände hoch, motherfucker, ich schütt dich. 1090. Händerte 1090. War beim Ganky. 422, verdammt. Stätigung, auswandform. USMS 43, verdammt. Schott, feiert. Schott, feiert. 115, nicht erreichbar. Wurde getroffen. 115 auf dem Weg. Prüfen wir, komisch, ne? Viertel vier auf dem Weg Zwei Personen, eine Person ist hinter das Gänkeen gerannt, komisch, auch hinter das Gänkeen Ein durchvoll, ähm, Finsch Ja, zuletzt der Warmste ist gemein, der Pick-up-Truck kommt in der Wagenkopf Bei dem FDG ist erreichbar Wir brauchen noch Kollegen... Ja, Check, wir brauchen hier noch vor Ort Personen bei dem verletzten Beamts Machen wir als erste Hilfe einmal, wir brauchen noch einen weiteren Kollegen, der mit mir in die Gänse geht Ähm, kümmern Sie sich hier um die beiden Beamten? Kümmern Sie sich hier um die beiden Beamten? Kollegen, haben wir zur Seite, dass ich... Wollen Sie beschreiben? Haben Sie die Flucht verzeiht oder eine Beschreibung von dem Traffverdächtigen? Ich muss, ähm, also ganz kurz, Leute Er hat eigentlich gedribbelt, habt ihr gesehen Das erklärt gleich Er hat die Animation des Waffenziehen, hat er geskippt Einer der Kollegen haben das Handy kontaktiert Er hat, äh, das Waffenziehen geskippt Habt ihr das gesehen? Da ist er hier Ich überprüfen Sie die Gegend Glückliche Entführungen, wir überprüfen das Kollege, holen Sie den ersten... Wir haben einen Fahrtenkreuz Wir haben einen Fahrtenkreuz Ey, du hast was Recht Mir ist gestern was aufgefallen Ich hab auch eine GTA Online-Benachrichtigung bekommen Oder nicht? Ich würde jetzt vermuten, ja Es sieht zumindest sehr ähnlich aus Finde ich ansprechbar? Ist doch der Kommission Kommissioner, können Sie mich hören? Halt, stopp Jetzt erst mal Nummer eins Für die Information Nummer eins bitte rausbauen Also ich hab schon einen Asylverkasten verwendet Die Information ist der Kommissioner Nein, Leute, nicht flame Also der Kommissioner wurde gefunden Korrekt? Ich hätte... Ich hätte die Person Ich hätte die Entführung ausgespielt All das hätte ich ausgespielt Hätte ich alles gemacht Aber da er, das finde ich nicht cool Die Waffe gezogen hat Direkt mit Animation beendet hat Direkt mit Animation beendet hat Hab ich für mich beschlossen das nicht zu machen Sorry Leute Und wenn Walter jetzt im Koma ist Ist das meine Konsequenz Check Guckt euch die Szenen Kann das jemand mal klicken? Kann das jemand mal klicken? Einmal im Kommission Einmal um fünf Schnelltmöglichen Abtransport Alle restlichen Einheiten Nachbereitsfahndung durchführen Nach den beschriebenen Personen Personenbeschreibungen Nochmal durchgeben Im Punkt sofort Sieht man wo die Schlusswunde ist? Ich leider nicht Nee Es ist auch relativ dunkel hier gerade Das ist schwierig Kurze Nachfrage wurde bereits Wir haben hier eine Person mit mehreren Flugrunden Kann man die Animation skippen? Kann man die Animation skippen? Null Taste drücken Rufen Sie das MD an Piegen Sie es zum Genki Abfahren Bleibt schon Hätte sofort passieren müssen Naja Okay Kollege dann Gucken Sie mal in die Tasche Nicht dass der noch Pistole oder sowas Ich spiel's aus dass Walter bewusstlos ist Weil Ich mach die Fettbände einfach mal darum wo ich Halt jemand den Clip einmal von den Mods für mich und kann das in den Chat posten Ich drück dagegen, ich halte mal die Kompressor drauf Ja Also laut des Games haben wir schwere Schusshunde Becken und Gas Können wir noch eine zweite geben, die saugt sich voll Geht die einmal weg, die neue drauf Ja sie können auch einfach die neue nochmal zusätzlich drauf machen Guck mal wo er die Waffe zieht Boah Digga Ich wär doch stehen geblieben Und ist auf Anfahrt Haben Sie die Priorität durchge- äh Gäben Das MD Informiert über den äh Zustand der Person Check MD Info anrufen Wenn erreichbar Bescheid geben Dass es sich hier um zwei VIPs handelt Sollten Sie über Nacht bleiben Sollten Sie über Nacht bleiben sollen Die besprechendste Dötter vorstehen Ja wenn nicht sollen Sie das FD anrufen Also Sorry Das FD ist abgemeldet Das FD ist abgemeldet Sollten Sie den Takt an die Hände Sie sind schon mehrfach vorbeigefahren Sie hier gerade vor uns zählt Einfach vielleicht die Streit Drei 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 Oder eine Nacht ins MD muss. Habe ich kaum unter die Wächte mit der Hand, das passt. Ich gucke, ob ich sie in den Club finde, warum, Leute? Ich glaube, er hat eben unterer Rücken. Ich muss das den Support melden. Das kommt ungefähr hin. Ich gucke mal ins MD. Da bin ich auf Toilette. Ich weiß nicht, eine Ambulance ist so Richtung Westen, Richtung BPD. Hier sieht man es, warte mal. Aber wir haben noch einen Kollegen da auch getroffen, oder? Der liegt auch hinten. Hier, pass auf, jetzt. Haben wir das MD jetzt schon hier vor Ort? Ja, ich bin dabei. MD ist vor Ort. Noch eine weitere verletzte Person mit einer Schutzverletzung. Schickt mal bitte noch einen vom MD her. Officer oder andere Person kommt. Seht ihr? Welcher Officer liegt da? Guck mal, Leute, eine Sekunde. Weitere MD-Einheit anfordern. MD-Mitarbeiter vor Ort Bescheid sagen. Priorität eins, unsere Officer hier wegbekommen. Es ist fucking kalt. Priorität zwei, Personenversetzen die Verdächtigste. Ich hole meine Rettungsdecker aus. Ja, ich bleibe ihm alles gut. Ich bleibe ihm alles gut. Ich bleibe ihm alles gut. Es ist schon ordentlich kalt, wenn ich auf dem Boden lege. Das ist nicht so. Arbeiten Sie konzentriert. Machen Sie das relativ gut. Oh, okay. Die Herrschaften vom MD-PT hier wurde nur erst versorgt. Wir haben Multiple Schüsse. Ich habe, so gut wie es geht, Druckverbände angelegt und eine Rettungsdecke übergelegt, weil es so Arschneid ist. Sie wissen, was sie zu tun haben. Sie haben auch gelernt in ihrer Ausbildung. Ja, so Positivpersonen wird mit ins MD da mehrere Schussverletzungen bekommen. Was soll ich denn die Schürzschüsse mal? Falls du deine Waffe jetzt direkt geschlagen haben. Und durch Schrift. So, jetzt achtet hier. Und einmal. Ich habe einmal unter die Weste gekriegt. Die hintere Seite ist relativ nass. Die Hand von mir ist auch örtlich. Also es ist Blut drauf. Undrüssig dick. Also man müsste unter der Weste sein. Hat er mal raus. Liegt du zu dem anderen Patienten, oder? Schmauchspurntest bei der Person. Er war undurchsichtig. Für mich sah es so aus, als ob er die Animation geskippt hat. Sollten wir nicht tauschen, dass in jedem Patient ein Arzt ist? Können wir mal die Tiefs tauschen, dass wir da oben ein Arzt haben? Wir brauchen einen Rettungsdruck. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Der kam noch in die Animation. Ja, kann sein. Der kam noch in die Animation. Ja, kann sein. Okay, so Positivpersonen sind wir schon genägt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein ingred call. Was? Ja, wie ich bin. Man hat einen знаете, ich habe Nein, ich habe mehrmals versucht, den anzusprechen, keine Reaktion gezeigt. Ja, den haben wir nur 20 Dollar gegeben, ja, ja. Ja, die haben die Mission-Kommer-Türkauf, bei jeweiligen Reisen zu machen, wo das Office auf Boden legen, falls sie dort hier Hülsen ETC finden. Somit kann man eine Blutkonserve an. Oh, der Kurs ist aber der Raster. Ja, schon bei 122 mit der Kursung. Aber der Blutdruck, ich remesse mal. Außergewöhnlich, ein hoher Puls. Einsatzleiter für die 224 kommt. Und der Blutdruck? Ja, das ist ein Missverständnis. Ja, das ist ja nervig. Negativ kommt. Ja, Check, 224 Ende. Oh, die ist. Druck mal weiter ab und durchlebt er ziemlich stark raus. Ja, wir haben schon die dritte Muldbunde verwendet. Die ersten zwei sind durchgeblutet. Ja, wir müssen jetzt so schnell wie möglich ins MD, ich verabreiche, mache ich im RTW, dann in der Immolenz den Rest verabreichen, damit wir die Zeit nutzen können. Mit einer Lege oder wollen Sie ihn dann stützend? Äh, nee. Äh, guck mal Tim, mir ist das mit dem Fadenkreuz auch aufgefallen. Ich hatte gestern, ich hab anscheinend, also guck mal, gestern, wo ich gestreamt hab, könnt ihr auch mein VOD gucken. Dann hab ich sogar eine Anzeige von GTA Online bekommen auf einmal in mein Game. Ja, die Kollegin holt die Trage, wir versuchen relativ... Also ich hab keine Ahnung, was das ist, ich weiß nicht, ob das von NVE kommt. Aber davon mal ab, hätte ich ihn sowieso getroffen, er ist ein Meter neben meinem Auto hergelaufen, ne? Also so oder so. Ich weiß nicht, wie welches ein betroffen ist, ich sie es grad so schlecht. Die Seite, ich glaube, dass es unterer Rücken ist, also über, also Hüfte. Mhm. Den sagt irgendwie Hüfte und ähm, Bein. Ja, das müsste hinkommen, aber das Problem ist, durch die Weste ist das Blut verrindt, ich seh nicht, wo's herkommt. Ja, okay, dann schau ich mir das gleich nochmal genauer an. Ah, hast du die Trage? Ja, die BD-131. Okay. Ähm, dann... Da. Ja. Äh, sie hier ein bisschen kurz zur Seite gehen, das wär hervorragend. Ja, und jetzt... Ah, nee, ab. Okay, prima. Ich will mal richtig drauflegen. Der rutscht ja hier fast runter. Einmal den Namen der verletzten Offensee, ich weiß von weiß und fünsch, wer ist der dritte. Okay, äh, wir müssen da lang. Alter. Wir fahren hin. Wir fahren hin. Vorsicht, heiße Ware. Ich wiederhole, wer ist der dritte verletzte Officer, der vorhin gemeldet wurde? Ja. Ähm, kommst du durch? Wie? Äh, no. Bis jetzt noch nicht, aber krass es jetzt dann. Ah, verstehe. Macht Sinn. Sie fragt mich, wie die da einkommen können, ne? Ich konnte noch nicht mal in eine Parkluke einpacken, was sind wir hier durch? Ah, gerade so. Ich begleite sie mal kurz mit, vielleicht ist es besser so. Ja, sieht, wie hat die Prozent passt schon, ne? Ich weiß ja, eher einer der wenigen, der damit denkt. Kannst du geben den Lock machen? Ja. Und dann schieben wir den mal hier rein. Check. Check. Mary, du fährst hinten mit, richtig? Ja, genau. Sie fahren bitte vorne mit. Alles klar. Ja, hat sich erledigt, selber Meldung wie Kowalski. Check. Ähm, dementsprechend sobald hier alle Verletzten abtransportiert wurden, nur noch eine Heidung Ich hab das jetzt nicht verstanden, warum hat der das gemacht? Und jetzt den Patienten hier im Auge haben und digital werden? Nein, natürlich. Das sieht ja auch, meine Damen. Was ist das für ein Korb? No! Hab das nicht verstanden, warum er das gemacht hat? Ja. Waren sie so schnell es geht? Die Ammonenzen 2, Trio 1 benötigen OP. Für mich sah das für ein Hinrichtungsversuch aus. Nee, das glaub ich nicht. Wie schwer ist es? Ja, schon ordentlich, ne? Sind Schussverletzungen, kann man immer von einer schweren Verletzung auskrieren, ne? Nein, 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 das hat dann angefangen, welche war das? Und wenn die dann auch noch in die Becken gehen? Weil du weggelaufen bist, hatte einen Eich vergessen. Nee, nee, er hat ja mich angesprochen und ich frag mich dann, was dann passiert ist. Hashtag ist hier die Action, ey? Dankeschön. Die erste Anfahrt und Einheit sich jetzt hier selbstständig meldet. Ja, die 65, die ersten Kollegen, die wir vor Ort eingekommen haben, war unter anderem... Aber ich check gar nichts mehr. Ich check nur, dass Subs aktuell 25% günstiger sind, Leute, ne? Auch Subs gibt's. Warte mal, wir packen den nochmal richtig hin, so. Kurva, Walter, was hast du gemacht? Gar nichts hab ich gemacht. Gar nichts hab ich gemacht. Ich bin aber noch nicht ansprechbar, so richtig. Welche Nubi kriegen wir? Ich hab erst dann, weil der Tod ist, Alter. Guck mal, da stecken sogar ein paar Schuss-Patronen in die Weste. Ja. Warst du schon mal in einem OP dabei? Ja. Also haben wir doch zusammen... Ich wusste nicht, aber wir haben immer zusammen eine Barriete, ne? Ja, ich glaub, das war dein erster richtiger OP, oder? Ja. Okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin, würde ich sagen, ne? Oh Gott. Wurde ein bisschen eng, ja. Oh, ja, das passt schon. Alle drin? Jo. Ja. Also, als die Feedback, gell? Check. Waren sie mal nicht so viel Parfum draus, ne? Ja, die 30.30 mit einer... Ich zieh mich schon mal um. Ich schließe ihn an und achte auf die Betreuung. Ach, perfekt. Richtig. Also, ein Officer kannst mir gerne helfen, ne? Ja, komm. Angehörigkeit, Coleman kommt. Die BSC vermutlich noch nicht... Jetzt kommt doch noch keiner. Check. Hola, ein Officer darf mir helfen. Sein Patientin rüberlegen. Sein großer Mann. Die ist aber auch nicht, wenn man sie braucht, hm? Okay, dann halt so irgendwie schieben. Oh, Dears. Check. Freundin Funk hieß es. Drei Personen. Da müssen wir nochmal nachprüfen. Das gerichtet mich, kleine Frau. Da bringt mir meine Dickens. Das ging auch nicht. Einmal versuchen, so weit Informationen zu bekommen wie möglich. Bei einem Verhör, Mr. Coleman, zu der Druck setzen. Und da hast du vielleicht andere Namen bekommen. Zweck seiner Hausbesuchung in dem Bereich... Oh Gott, wo gibt's ohne Rast? Hoffentlich explodiert da nichts, wenn ich da jetzt irgendwas aufmache, hm? Na, check. 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 Oh, man. Geh die Weste irgendwie hier rüberlegen. Und die ist alles gesichert, hm? So, hast du ihn schon an die, ähm... Check. Also, Mildes sind bei angeschlossen. Ja, ich spiel grad dabei hinaus. So, ich hab' nicht versorgen, was explodiert. Guck dir da mal die Weste an, ne? Da steckt gar nichts drin. Ja. Der Note, die Gute, Lapp und die Hose. Ja, komm. Für Sie zur Information, Troy Coleman wird direkt ins M-D-Überfahren. Geht runter in den EP. Wird heute nicht mehr vernehmungsfähig sein. Check. So, mit. Ich hab' aber... Keine Frage, warum ich GTA Online-Anzeigen habe und warum ich ein Fadenkreuz hab. Aber... Ich bin ehrlich... Ich hätte ihn aber auch ohne Fadenkreuz getroffen. In die Hufdecken hin, das ist alles so. Also Leute, ich installiere mir da nichts, um einen Vorteil zu haben. Ich hoffe, das wisst ihr mal. Mir ist das scheißegal. Okay. Ich bin gleich mit mir den Norden. Ja, dann müssen wir den noch umdrehen. Ich war froh, dass ich die neue Gewehr hier rüber betrachte. Ich werd' mir jetzt Notvermedikamente alles vorbereiten. Ähm... Du kannst schon mal... Genau. Und Sauerstoffe abbrechen. Ah, wild, ey. Damit hab' ich einfach... Ich hab' damit gerechnet... Ich hab', als er uns angesprochen hat, gedacht, er will nochmal mit uns sich bedanken. Einmal nur... Ich hab' jetzt ja, ähm... Kowalski aktuell am Telefonieren... Oder wir zusammen. Was hat er gesagt? Ähm... Grundsätzlich müssen wir jetzt schauen, dass wir zumindest... Oh... Herr Officer... Jetzt gibt's die volle Dosis. Und die guten Sauerstoffel. die dort im MD entwendet werden. So mitkommen. Ja, hat die PD 103 so mitkommen. Check. Die Besatzung der 411 wird jeweils zwei Rucksäcke besorgen und dies dann... Oh... Passt schon. Na gut. Ich geh' mich mal umziehen, ne? Monitor ist dran, Mann. Das sag' ich auch oft einmal. Gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielleicht noch vom Kopf-Mode. Dann darfst Leitung für Leitstelle kommen. Nee, dann hält... Nee, nee, ich hab' nichts an. Siehst du? Haben Sie eine Einheit, diese, äh... Dann werde ich schon mal inkribieren. Sie haben die beste Übersicht, dass ich, ähm... Da ich hinten im Fahrzeug sitze. Machen wir's so, gibt's eine verfügbare Einheit gerade kommen. Ich denke nicht, worum geht's denn Leitstelle? Ja, wir wurden auch heute unbekannt angerufen, ne? Äh, zwei Personen eventuell, äh, lebensgefährlich im Abhang, äh, hängend im, ähm... Ähm, West Highway. Ja, 141, West Highway, abhängender Person. Hast du Reshade? Ja, aber hab' ich schon immer. Alles. Hab' ich immer, hab' ich schon immer, das war noch nie drin. Aber man muss aber sagen, Leute, ich hätte ihn sowieso auf ihn geschossen, ne? Also, er stand ein Meter neben meinem Auto, ne? Ja, Leute, ich entscheide, also ich hab' dem Support auch gesagt, ich entscheide, dass mein Charakter einen Tag ins Koma muss, auf jeden Fall. Äh, weil ich hätte nicht wegrennen sollen, das war mein Fehler. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass er die Animation geskippt hat und das wollte ich nicht mitmachen. Das war aber allerdings eine Fehle Einschätzung von mir. Deshalb werd' ich, äh, meinen Charakter ins Koma schicken lassen. Also, äh, bis morgen. Das heißt, äh, ich wollte eigentlich bis 3 Uhr RP spielen heute. Toll, äh, äh, wir gucken, wie's morgen weitergeht. Aber, ähm... Sie sind ja auch eine starke Frau. Ja, bei was geholfen? Nee, den Patienten auf die Tisch zu kriegen, das war ja nackt, sag' ich dir. Ja. Oh. Ja, aber du warst allein, stimmt. Also, aus meiner Perspektive sah's komisch aus. Da die Animation geskippt hat. Ich hab' keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. ... in der Schussfeste gelandet, ne? Ja, sie hab' ich schon gesehen, als sie... Mann, ey, ich hätte das sonst... Aber meint ihr, er hätte uns safe abgeknallt? Ich hoffe, der Spieler klärt das mal auf, was er machen wollte. Ja. Auf wen hat er ihn gefragt? Die 21, Colin. Ah. Oh, ich hab' 57 gesagt vorhin im Versch. Er hat uns safe abgeknallt, ne? So oder so. Ja, im Grunde macht's keinen Unterschied. Problematisch, dass ich immer noch als intern im System stehe, naja. Ähm. Ja, und... Du bist erst hin und du machst das gut da. Wir kriegen das schon hin, egal wer hier liegt. Ich kann dir das Gesicht abdecken, wenn es dir hilft, ja. Aber lieber Chat, was ich euch sagen wollte, ist, aktuell kostet der Sub 25% weniger. Auch aufs Sub gibt's. Wenn ihr denn Onkel Denno und Lucky5 supporten wollt, könnt ihr das gerne tun. Außer wohl sein 24er. Ja, wie sieht es hier aber alles soweit in Ordnung im Atomen... Nee, erst in Führung waren mehrere Fahrzeuge abfahrbereit. Ah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lord McMoney, gibt's da ne Sicht, oder was? Leitsteller, hört sie, komm. Ist das FD oder MD schon probiert, komm. Das ist so. Oh, das wäre eine Sauerei. Das FD ist nicht erreichbar. Oh, ja. Oh, hörst du dir vor, die Kommission, damit so ein Pipi-Potter, vor den Rest seines Lebens... ...durch die Bauchdeck so ein Pipi-Katteter. Check, fang bei den geschädigten Autaner ab. Oh. Ja, check. Und jetzt wird nie ein Spieler weiter töten können. Na klar kann er das. Wir haben eine komplizierte Situation. Das Fahrzeug hängt halb am Anfang runter. Und dann kommt ja dieser Katheter, der wird ja so draufgeklebt und dann unterm Hemd sieht man das schon gar nicht mehr. Aber stell dir mal vor, der wird gesuppst und dann geht der Beutel kaputt. Aber so kann er vielleicht irgendwelche, was soll ich sagen, Gangsterverschrecke, ne? Vielleicht. Der zieht nicht die Waffe, der zieht das Hemd hoch und sagt eine Bewegung oder ich lass die Beutel... Ja. Wir haben einfach noch am Genki. Wir suchen jetzt einmal eine ganz Kerze schnell nach Huldu. Wollen auch sonstige Spuren... Stimmt, die Entführung wäre gar nicht geklappt, Leute. Da finde ich ja auch ein Funkgerät hat hin. Ich war noch nie in so einem Gangster-Moment dabei, ne? Ich weiß nicht, wie Gangster so drauf sind. Aber ich glaube, manche Gangster werden wahrscheinlich mehr angst vor die Pipi als vor die Waffe, ne? Das ist aber echt so, was die sagt. Okay. Ich werde jetzt... Die... Und... Ich glaube auch, dass das ein Attentat war. Ach so, ob das ein Steckschuss... Also ich habe Ihnen so nichts gekauft, können Sie ja dann? Mhm. Ich auch nicht. Das kleine Ding muss dann auch irgendwo drinnen sein, ne? Ja. Ein Streifschuss, das ist auch ein bisschen an der... Blutet das zu sehr. Okay. Dann würde ich jetzt, ähm, die Wunder mit dem Skalpell erweitern. Nein. Du kannst schon mal Tücher bereitlegen. Ahhhh. Und dann den Absaugern die Hand nehmen. Si. Bäh. Nur so zu jeden vor, ha? Der wird ein bisschen schnell mit die Puls. Äh, wie bitte? Was hast du gesagt? Der wird ein bisschen schnell mit die Puls im Mannerer. Der war vorhin bei 122, jetzt ist er bei 130 mit die Puls. Ja. Was würde passieren, wenn Wally Schipp ein neuer Charakter? Aber nicht so, Leute. Also der stirbt schon anders, aber nicht so. Okay. Ähm, ja. Ich werde nämlich jetzt ein bisschen nachbluten. Also bitte, ähm, absaugen. Wie? Wie? Damit ich da gut drankomme. Oh. Oh. Ich steige den Saugermal ein bisschen stärker. Mhm. Okay. Ja, da ist auch das Projekt hier. Krass, wie das da drin steckt, oder? Wie bitte? Krass, wie das da drinnen steckt. Mhm. Das wird auch hier ein bisschen knifflig. Ich habe heute noch gedacht, Leute, ne? Wir haben so einen guten, produktiven Arbeitstag gehabt. Kann ich mal mit dem Spreizer ein bisschen weiter aufspreizern? Kannst du besser gucken? Ähm, ja. Ja. Wir werden die gedinkte drinnen laufen. Dann müssen wir aufpassen, dass das, ähm, ziemlich nah an der Blase. Oh, wie bitte. Dass wir da nicht so viel rumstochern. Oh, ich steh'n ein bisschen mal in die andere Richtung, ne? Ich möchte nicht verklagt werden. Ich glaube, also, ich hoffe, der Patient ist erst mal froh. Ja. Überleben? Genau. Denk dran, Mary, du bist die Beste. Ja, doch, ich hätt's geile gefunden, zu warten. Mich ärgert das. Und dann schaffst du schon. Ich hätte warten sollen, Chat. Äh, ich meine, natürlich. Im Nachhinein hätte man es cooler ausspielen können. Den Punkt zieh' ich mir an. Ja, definitiv. Morning Alive, haut fünf Subgifts in den Stream. Einmal Hype rein. Ich finde da jetzt das Projektilversorgung zu empfehlen. Heute sehen wir mal das Gute im Menschen-Chat, oder? Ich geh mir schon mal die Niederschale dahin. Da hat man lange nicht mehr das Walter niedergeschossen wurde. So mal absaugen und die Tücher noch mal reinstoffen. Aber währenddem ich das Protein, also wenn ich die Pinzette hole, um das Projektil entferne, bin gespannt, ob der andere das schafft. Raus, damit mir die nicht noch irgendwo hinfällt oder so. Wer weiß. Okay. Wir werden es nie erfahren. Es sei denn, der Spieler erklärt das mal selbst. Oh, mach dich vorsichtiger. Ja, ja, ich bin ganz vorsichtig. Mhm. Wir hatten letztens ein Herz in der Hand. Das war noch... Oh, du meinst, Ute. Noch mehr Trilie, ja. Interessant. Mhm. Er hat halt... Er hat die Knarre gezogen und dann gesagt, ich soll stehen bleiben, sonst shootet er, ne? Ich hab's. So. Okay, okay. Oho. In... In Ihren Schale. Ey. Und ich hab dir Penner noch 20 Dollar gegeben. Dann würde ich jetzt... Stopf mal hier rein, die Bauch tut. Das Putschtkin schon hinterher, das blutet da. Ja. Aber... So, es blutet stark nach, aber es spritzt nicht. Das ist schon mal gut. Mhm. Ich würde jetzt mal mit Zephyroxin spülen. Wild. Im Körper, dass es nicht zu einer Blutvergiftung führt, also zu einer Sepsis. Mhm. Wild. Und dann muss ich mich mal hier um die Nachblutung kümmern. Lock du mal weiter ab und stopf mit den Tüchern, ich bereite mir hier alles vor. Wie eine Weihnachtsgänze. Mich hat's schon gewundert, einfach alles. Ich hab gleich gesagt, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Scheiße, man. Hätten wir die 10 Zeh mal geholt. Sag mir noch nicht, dass du auch Hunger bekommst. Ah. Hätten wir mal die 10 Zeh geholt. Shit. Gut. Es gab Kollegen, die haben davon Hunger bekommen. Oh, ich hab doch gesagt, wenn ich ein Killer wäre, dann wäre ich Michael Myers. Oder einfach so ganz gechillt hinterher gehen und dann immer... Ah, die 56. Information, wir überprüfen noch einmal ein Fahrzeug vor Ort, was getroffen wurde. Da bin ich nicht so gut mit so Fantasiemördern aus. Ich guck mir lieber mal True Crime an. Check. Oh, sieh, das ist bestimmt auch interessanter. Ah, dann ist so gut, warum Menschen so Dinge tun, die sie tun. Wir haben Probleme, dass Fahrzeug nach Freunden sind, bis sie zu fast gerade auf Erdabstabunternehmen. Das Problem, ich glaub, da gibt's keine Grenzen, ne? Ja. Positiv sehen, findest du jetzt willst im Feierabend. Naja, also die, was ich in Fantasie so habe, denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, manche Filme, also keine Ahnung, sowieso, oder Hostel oder so, ich glaube, das animiert manche Mörder noch oder inspiriert manche Mörder noch, glaub ich, ja. Er hatte schon im Genki seine Waffe dabei, ne? Guck mir sowas. Deswegen ist er auch auf Abstand gegangen. Und ich bin auch keine Mörderin. Ah. Ich bin von Vorteil. Wir hätten das selber lösen können. Wir hatten so viele Hinweise. Ja, schon. Das selber herauszufinden, haben wir es einfach nicht gesehen, Leute. Wurde Finch auch angeschossen? Das sind zwei angeschossene Officer. Was genau, also wie die das anstellen oder warum die das machen? Ja. Ich finde es interessant, wie manche Menschen einfach vom Erdboden verschwinden können und nie wieder auftauchen. So. Und vor allem, wenn dann mal so ein Fall gelöst ist, dann finde ich immer den Hintergrund interessant und was alles passiert ist. Und dann finde ich auch interessant, wie sie so handeln, wie sie handeln. Dann die, 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 die... Weiß nicht mal von wem er war und so weiter, ne? Die Gangs von den Grenzen. Ja. Das Wort finde ich auch interessant, aber nicht ganz so interessant, weil das ist manchmal echt... Bild, ey. Nicht so toll. Alter Schwede. ... was ich da so in Geschichten höre. ... vor allen Dingen, die gründen meistens, wo die ist es einfach voll nicht klar. Alter Schwede, Leute. Keine Ahnung, wenn... Das hatten wir lange nicht mehr. Weil sie, keine Ahnung, mal nicht zugelächelt hat doch. Also ich habe mir jetzt mit dem Support abgesprochen, Leute, weil ich mit meinem RP selber nicht zufrieden war, werde ich den Charakter Walter Weiß jetzt morgen im Koma lassen und den dann wieder praktisch wach werden lassen, weil, ähm, ja. Er ärgert mich selber, weil ich wollte ja heute bis drei Uhr RP spielen, weil ich so einen perfekten Schlafrhythmus habe. Da kann ich jetzt nichts machen. Ähm, ja. Aber eigentlich, das ist hier die fälligere Schusswunde, ne? Deswegen wundert mich, dass der Blutdruck immer noch... Ah. Wir müssen in Zukunft vorsichtiger werden, Leute. Soll ich mal noch eine Blutkanzler werden? Wir müssen halt bedenken, was wir für einen Charakter da haben, ne? Ja, können wir mal machen. So, dann, äh... Freitag kommt er aus dem Koma wieder raus, also morgen. Martin. Nein. Ergert mich. Weil ich fand, jetzt war ich grad so, ich hatte auch die Zeit und das ärgert mich sehr. Puls ist auch immer nach oben. Puls? Ey. Puls. Dann schaue ich mal, ob ich, ähm... 4, 1, 6. Vielleicht schaue ich mal, ob ich, ähm... 4, 1, 6. Vielleicht schaue ich mal, ob ich... Ja, also die Konsequenz aus der Tat ist, dass Walter weiß, natürlich jetzt eine sehr hohe Abneigung entwickelt und nicht immer an solche Orte alleine gehen, ne? So eine blutenden Krankheit, dass man so schnell blutet. Und der Schoflin-Thema mitnimmt. Also, wir müssen halt natürlich... Ähm, du meinst... Ja. Irgend so ein Faktor, irgendwas Krankheit. Ja. Danach sah es jetzt aber nicht aus. Ich glaub, dann hätte er noch mehr geblutet. Hm. Okay, ich hab das hier... Nee. Ähm... Kannst du einen Profi-Jod-Verband vorbereiten und den anlegen? Nein, natürlich. Dann würde ich nämlich... Ist das wild heute. Nicht von, äh... Von vor Ort hier. Kann es sein, dass die Leute im M, die gerade sind, äh... Überführen das Fahrzeug gleich zurück. Er ärgert mich so. Aaaaaah! Wie er schon auf dem Weg zur Toilette so gezögert hat. Dann würde ich da erstmal... Das Hosenbein ein bisschen ab, damit ich Platz hab. Ist ja auch alles nur Menschen, Leute, ne? Fehler passieren. Da... Aber das ist auch das Gute an RP, dass das einfach nicht planbar ist und nicht geskriptet ist, sondern es kommt, wie es kommt. Manchmal auch mit einer Schussverletzung im Koma. Das stimmt. Gut, Verband ist fertig. Sieht doch schon mal gut aus. Wo sind die reingegangen? Nova Senkel, richtig? Ja, sie. Jetzt guckt euch nochmal die ganze Szene mit Genkis, wo ihr aufgetaucht ist, von vorne an, Leute. Was für ein Vaterbeigeschmack. Steril bleibt. Mhm. Guckt euch die Szene nochmal an. Und dann erweitere ich auch... Ey, guck mal, Leute, ich red mich über so. Ich hab mich Feiersau. Endlich hat das jemand mal gemacht. Voll geil. Kannst du die dann gerne nochmal spreizen? Nee. Ganz vorsichtig. Das... 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 Das sorgt einfach wieder dafür... Guck mal, da sieht man sich schon ganz gut. Dass man RP... Dass man seinen Charakter nicht so selbstverständlich sehen darf. Das ist gut so. Das sind die Bücher. Wie? Das ist gut. Das sind die Bücher. Sie? Hauptschlag, der ist nicht getroffen. Dann... Gott sei Dank. Sie stecken. Ist schon mal nicht drin, dann noch. Leck mir mal. Titan! Danke schön für 19... Danke, 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 danke. Hier auf jeden Fall auch ordentlich. Da sind auf jeden Fall auch einige kleinere Gefäße betroffen. Aber das muss ich mir gleich anschauen. Okay. Ich bin mal gespannt, wie lange wir Ihnen dieses bekommen. Alles bereitgelegt für den Zweifel. Ist der RP noch Notfallkontakt? Ja, ja. Haben wir noch gar nichts geändert. Die Polizisten draußen vor die Tour wollten ungefähr wissen, wie so es geht. Kann man schon was sagen? Also ich gehe jetzt hier nicht vom Tisch wecker. Also generell. Naja, wir müssen auf jeden Fall die... Gucken, dass wir die Blutung hier stoppen und... Naja, dass der Blutrock irgendwie nochmal hochgeht. Der ist ganz schön niedrig immer noch. Macht mir Sorge, ne? Ja. Wir haben noch ein bisschen abgestrutscht vorhin. 1980 zu 50. Jetzt sind es irgendwie 70 zu 40. Okay. Und nicht besser. Pulst weiterhin sehr hoch. Es könnte sein... ...dass die Gefäßentil getroffen ist. Oh, scheiße. Und wir eine Kräse brauchen. Ähm... Kannst du... Kapo, bist du es gewesen? Ich habe zwei Prothesen. Was du? Ich habe das nicht gecheckt. Ne, ne, pass auf. Kapo, ich habe gedacht, aus meiner Perspektive, du hättest die Animation abgebrochen. Weil das sah so aus, da du die Waffe in der Hand hattest. Ja. Und dann, ähm, habe ich, äh, bin ich gerankt. Ich werde jetzt erstmal nochmal spielen. Ich habe es ja auch erklärt, ne? Aber was war denn deine Mission, du Hund? Digga, was war denn deine Mission? Mir nicht ins Gesicht spritzt danach. Wolltest du, wolltet ihr Walter Weiß entführen, oder was? Und dann kriegst du noch 20 Dollar vor mir, du Arschloch! Ja, dieser war schon leichter zu entfernen. Aber wenn man sich das im Nachhinein anguckt, alleine wie dieser Charakter in die, äh, auf die Toilette so Abstand gehalten hat, wusste ich, da stimmt irgendwas nicht, ne? Aber ich habe gedacht, ach, der will einfach... Keine Ahnung. War zu wenig Geld. Ne, was wolltet ihr denn machen? Kannst ja mal den Plan erzählen. Weil wir sind hier am überlegen, was ihr machen wolltet. Ich habe gar keine Ahnung, ne? Sag nicht, wer dein Charakter ist und so, das würde ich gar nicht wissen. Ich weiß auch nicht, zu welcher Gruppe der gehört. Gar nichts. Ich würde nur gerne wissen, was wolltet ihr machen? Also wolltet ihr Walter Weiß entführen, oder was? Was hattet ihr denn vor? Weil... Ich glaube, die ist zu groß. Würde mich einfach interessieren. Gib mir grad mal die Nummer kleiner. Vielleicht hätte die... Tatsächlich hatte ich gar kein Geld mehr dabei. Ich hatte nur noch 20 Cent dabei oder so, ne? Wir haben ja alles dem Genki-Mitarbeiter gegeben. Die RP wird einfach nie langweilig, ne? Ging um die Sache bei uns am Block. Wollten dich einfach nur einpacken und mit dir reden. Waren echt nicht aufs Schießen raus. Ach man, ey. Ist der Blutdruck schon ein bisschen gestiegen? Ja, schade. Wäre geil gewesen. Ich wollte sowas immer haben, dass das jemand macht. Dann war das mein Fehler. Sorry. Sorry, sorry. Das war mein Fehler. Ich hab das nicht so gecheckt. Ach man, wie ehrlich nice gefunden. Ärgert mich. Das wär endlich mal... Das ist das, was ich mir immer gewünscht hab, dass das jemand mal macht. Aber das war so... Hast du kurz Zeit? Ich hab gedacht, jetzt ist halt... Der ganze Chat wartet immer auf eine Entführung, ne? Ah! Ah! Ich mein, der ist ja auch die ganze Zeit bewusstlos gewesen, als wir da waren. Der ist ja kein bisschen zu dem Bewusstsein gekommen, doch das Medikament ist trotz Blut. Mann ey! Wäre geil gewesen. Ärgerlich. Ich mein... Guck mal kurz die Slimehäute an hier oben. Aber die sind auch alle käseweißer. Also... Ich mein, haben es extra dumm gemacht. Aber die 20 Dollar habt ihr noch bekommen, ne? Ich hab jetzt nur 8 vier Mal so gestört. Moin Chat. Albrecht, danke schon für 20 Monate. Ich bin hier so angesetzt. Es sieht sonst soweit in Ordnung aus. Ja, ich tu sogar ein Fugenden inszenieren vor den Cops. Weil ich mir das immer wünsche. Ich find ja immer, Charaktertod ist so low. Ich find's geil, wenn man einen entfühlt und so. Viel geilere Strafe. Ich mach so ne OP, ne Patientin ins Koma. Mann ey. Ärger mich. Ich hab gedacht, jetzt... Ja, wir können davor sein, dass es zumindest bis jetzt immer noch keine richtigen Probleme ist. Aber man muss sagen, wenn man das rückwirkend, sich das Genki nochmal anguckt, die ganze Szene, es war alles so fishy. Alles war fishy und ich hab's... Ich hab schon noch gesagt, so irgendwas stimmte nicht. Aber ich hab gedacht, komm, wir glauben an das Gute im Menschen, ne? Aber zu viel des Guten, ne? Ist ja auch noch jung, so wie es aussieht. Ja, weil die ist jung. Sieht nicht aus wie ein Opa, aber ich bin nicht gut umschätzen. Keine Ahnung, vielleicht wutzig. Du kannst vielleicht mal schauen, ob du noch einen Ausweis bei ihm findest, das wär sowieso gut. Ja, sieh stimmt. Und da hab ich irgendwas. Ich guck mal rein. Oh, scheiße. Der ist gar keine Furze. Das erzählst du ihm einfach nicht, ja? Ja, Gott sei Dank ist ein Narkose. Wie alt ist er denn? Ich guck's mal hier hin, äh... 32, gleich 33 oder so. Nee, 33, bei 34. Auch alter. Das ist ja fast 40. Was? Wie aufgerundeter. Ähm, Frage an die anderen. Über die Falten ist bei jemandem schon ein bisschen so aus. Was? Vielleicht mal 403 geben. Team, Support. Ich glaub, es ist ja auch ein bisschen grau in die Haare. Was? Ich weiß jetzt nicht. Dann können wir ihn vielleicht schon wieder kommen. Shit! Hört ihr das? Damit dann der Blutdruck besser wird. Hätten wir uns doch lieber mal entführen lassen. Ähm... Wart man ewig wieder reingeschoben. Du bist mein Zeuge, hm? Ich hatte aber auch schon einige Nachrichten. Guck mal, hm? Der hat eine ordentliche Geschichte zu erzählen. Oh, die Chicas... Wienchen, danke für das Subgift. Wienchen, einfach 2640 Subs hier, ne? Oh, das war Gangster Nummer eins. Das war Bad Boy Nummer zwei, hm? Ich glaub nicht. Und da bin ich aus einem fliegenden Flugzeug gesprungen, hm? Da hab ich mit einer Kugel den Helikopter niedergeknallt. Oh, ho, ho, ho! Der wollte, dass... Leute, setz jetzt einfach auf! Ich erzähle, dass er vom Bären eingefallen wurde und er den Bären umgebracht hat. Und er fand ihn auch gekauft. Ich hab ihn Gott sei Dank noch nicht privat getroffen. Okay. Aber ich glaube, dass der Herr hier, ähm, nicht so viel Zeit hat für Ladies, oder? Ja, in seinem Job. Ich mein... Oh, keine Ahnung. Der kann sich hier auf sein Zimmer bestellen, äh, aus seinem Büro bestellen, hm? Ähm. Wir können nicht wissen, was er in seinem Büro macht. Whisky trinken wahrscheinlich, ja. Oh, das anregende Fantasie. Ah, die... Das sagen die Merle, hm? Du kannst mir schon mal einen Poveot-Verband vorbereiten, ja? Ich muss mich jetzt echt auf das Nähen konzentrieren, also... Sieh, ich kann nicht schon mal... Du weißt, ich werde schnell nervös bei so Sachen. Oh, ich konzentriere dich mal auf das Nähen, ne? Ja, bitte, sonst hat er da später einen Smiley oder so, und, äh... Ein Dollarzeichen, ne? Uh, damit konnte er angehen bei den Chica, so. Oh, Chica, guck mal tiefer, da hab ich noch ordentliche Dollar, das wurde ich versteckt. Lass mich mich auf das Nähen konzentrieren, bitte. Sieh, 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 sieh. Äh, ich funke mal kurz nebenher noch die Leitstelle an, wegen Zimmer. Ähm... Leitstelle für Hubrit-OP kommen. Wir brauchen für unseren VIP-Patienten noch ein Einzelzimmer kommen. Büro mit Glastuen, Leute, ist kein Hindernis. Hubrit-OP so mit und Hubrit-OP Ende. Beide, zwei, zwei, drei, fünf, zwei, zehn. Wie ist das denn mit drin, irgendwie? Zehn oder neun war doch VIP, oder? Aber in der Zehn ist da, glaub ich, immer noch ein VIP-Patient drinnen, oder? Ist der Daniels nicht da drin? Daniels? Das ist ungünstig. Okay. Hast du den Poviot verwandt? Daniel, natürlich, guck mal hier. Dann kannst du den gerne, ähm, einmal verbinden. Leitstelle für 413 kommt. Ja, 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 Leitstelle für 413 kommt. 413 benötige eine Abholung am Highway bei der Einheitswerte. Oh, ich muss mich ein bisschen fieser. Leute, ich hab gleich noch ein Highlight für euch, was mir zugespielt wurde. Die Klamotten kann er eh nicht mehr anziehen. Check, Händung in den Funk ist eine aktive Streife dafür. Ich hab noch ein Highlight für euch gleich, Leute. Ich hab ein Highlight für euch, Leute. Bleibt bitte dran. Ein RP-Highlight im PX-Salons hab ich wieder für euch, Leute. Ja, Check wird so gemacht. Und dann sind wir vermutlich ins Koma versetzt. Komm. Dann kommt er aber zum Startwort der 411. Und die Klamotten wartet noch kurz hier mit mir zusammen. Ja, Check. Check? Jetzt auch überlegt, was soll ich jetzt noch sagen? So, okay, ist zu. Ich hab mal ein hübsches Schleifchen gemacht. Also. Gut. Du kannst schon mal die Trage holen. Ich, ähm, bereite dir alles für die... Aber kannst du mir diesmal helfen, die dann draufzukriegen, na? Ja, ich helfe dir. Ich bereite nur schon mal alles für die, ähm... Dann seid ihr bereit. Ja, ähm, Fortbildungsstörungen, weißt du, hab ich manchmal. Sie. Kann ich verstehen. 402 für Leitstelle kommen. Ja, sie kommen. Status Standort gekommen. Für das Koma. Ich wollte sagen, für das Koma bereite ich alles. Wir warten immer noch auf die Staatsanwälte. Nee. Legen wir dir um die Sierra und die Beatmung. Jetzt reicht's. Okay, Check. Zeitstelle Ende. Jetzt reicht's auch. Jetzt reicht's auch. Jetzt reicht's auch. Oh, das wird ein Haufenzeug, was wir hier drauf klatschen müssen. Jetzt reicht's auch. Warum? Warum hat dieser Mann... Warum hat dieser Mann... ...und dann... ...transferieren wir ihn einmal. Eine Anziehungskraft. 10-3. Eine Anziehungskraft für Wasser, Leute. Ist ja gut, dann werde ich alles... Warte. Ey, das ist so ein Dulli-Kopf, ne? Das ist so ein Dulli-Kopf, ne? So. Ja, man muss sagen, er hatte halt einen Ruckler, ihr habt's gesehen, ne? Also, ich finde, Nachi musste jetzt gar nichts ausspielen. Und dann? Ob das so ein Brull-Chef ist oder? Hybrid-OP verlegt in Einzelzimmer 3. Legt mir am Arsch. Oder sind die Lieber? Schauen wir mal. Verlatsch. Hallo. Hallo. Äh... Wie? Also... Ähm... Wie ist jetzt denn sagt was dazu, oder? Wir haben den Patienten jetzt ins Koma versetzen müssen, weil die Blutwerte, ähm... die Blutwerte nicht gestiegen sind. Guck mal, jetzt voll seriös, aber gerade richtig scheiße gewesen. Wir haben alle gestillt haben. Ähm... Wir konnten die Wunden soweit versorgen. 4-2-2-10-20... Dirk Dreisler spielt noch nicht so ganz mit. Deswegen haben wir ihn erstmal ins Koma versetzt und werden ihn jetzt noch aufs Ansatz zu machen. Gut, ich... Wenn Sie mochen, können Sie auch mitkommen, oder? Ja, ich werde auch die Nacht da verbringen. Ernest, das ist er! Das ist mein Mann, ne? Äh... Ja, ich bleib auch da. Ähm... Wir haben nur die Anweisung wegen Dienst-Equipment, dass wir das mal abnehmen, wenn er hier übernacht bleibt. Ja, verfügbar. Was sagst du, Miri? Du sollst ihn schon mal reinschieben. Äh... 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 So. So. Dann fahr ich einmal raus. Äh... Und Kowalski sollen wir lieber gleich Rainbow kommen. Ja, David, ich weiß, hab ich schon gesagt. Aus meiner Perspektive sah das ein bisschen anders aus, weißt du? Ich hab das schon erklärt. Ich hab das ja gesagt, das war... Ich hab das ja gesagt, das war... Aus meiner Sicht sah das ein bisschen komisch aus, aber deswegen hab ich dem Support auch gesagt, dass mein Charakter im Koma muss. Weil das war... Das war so ein bisschen mein Fehler. So, ich hab das richtig aus, das ist immer drei. Ne, wenn es die letzte Stelle sagt, ist an Ordnung erst mal. Ja, klar, ist an Ordnung. Oh, tut mir voll leid, der weiß hier. Wir gehen mal hier rein. Genau. Dann packe ich den mal hier drauf. Hilfst du mir beim Robert? Ja, 14, 30 für seine Stadtpark. Aber es ist gut, dass ich die OP gemacht hab. Wer ist das? Die beiden, wer sind die beiden hier, ne? Wenn ihr das seht, die ihr zwei, ne? Ich hab dann alles gehört, ne? Wir müssen gleich noch eben die Dienstwaffen mitnehmen, dass die hier vor Ort bleiben von Ihnen. Genau, durch meinen Kollegen, ich bleibe hier. Aber zu, die Vorsicht, ich meine, so eine hübsche Nanzu kann jeder anziehen, haben Sie eine Dienstnummer für mich? Natürlich. Ja, Sie, wenn ich gleich mal gucken, ob Sie die poliert haben. Ja, ich denke schon. Wie sieht's denn aus? Müssen wir irgendwas beachten, wenn wir hier über Nacht bleiben? Und welche Anweisungen? Na, der Kowalski und ich bleiben hier. Also, Zweite zu Zweite. Hier auch niemand unbefugter sich zutritt verschafft. 94 kurz, Sie kommen. Ruf Sie gleich zurück, bitte. Ja. Gut, ich würde dann einmal nur die Dienstwaffe und den Teson abnehmen. Ich bring den dann ins PD. Ja, das mit Korayame dann ab. Ja. Ja, das können Sie machen. Ja, eine Person kann sich vielleicht die Stühle hier zusammenschieben. Gut von Sky, dass er daran denkt, stark. Ja, wir wechseln uns dann mit dem Schlafen ab. Das eine schlafen kann, der andere ist wahr. Das reicht schon aus. Würde ich vielleicht noch gucken, ob wir noch ein Bett auf dem Flur haben, dass wir dazu schieben. Wir bleiben ja, wie gesagt, auch für die Sicherheit hier, dass sich hier niemand unbefugtes Zutritt verschafft. Dann macht das wenig Sinn, wenn wir beide uns gemütlich hinlegen. Das wäre ja Quatsch. Genau. Ne, das passt schon. Ja, wenn die Stühle so reichen, okay, in Ordnung. Ja, ja, klar. Wir wissen ja, wenn was ist, dann ich ja auch. Von einem Arzt gibt es einen Hinweis, sie müssen ihre Bassstimme ein bisschen runterschrauben. Das wirkt sich negativ auf die Wunden aus. Komm ich schon nach, gute Besserung, gute Genesung. Durch den Schall. Dann rede ich heute ein wenig höher. David. Ich mochte dir auch. Tag. Wir bleiben hier und wenn die Maschinen da irgendwie piepen oder irgendwas... Wir müssen echt mal Natschi, Kowalski, Ernie und ich müssen mal Event-Charaktere spielen, Leute, ne? Gut, aber der, er weiß, wird jetzt erstmal schlafen oder... Er kann nicht, ja. Genau. Ah, er kann, okay. Ne, ne, er ist, ähm, in... Keine Sorge, wir versorgen ihn, wir ziehen ihn aus. Haben Sie einen Kittel? Sie können wir ihn besorgen, ja. Du ziehst gar nichts aus, Kowalski! Jedenfalls ein neues, ähm... Haben Sie einen Samo-Meter im Mund? No! Ich hab großen Hunger und das einzige, was ich in meiner Tasche hatte, war Lolli. Ach, okay. Jedenfalls, ähm... Dann bringe ich ihn direkt... Das Überlegen, weil die Uniform musste ich zerschneiden, damit ich operieren konnte. Aber will Kowalski alles immer ausziehen? Was ist denn mit dem? Was ist, wie sieht denn das Verletzungsmuster überhaupt aus? Ja. War jetzt Schusswunde, aber... Genau, Motive Schusswunden. Motive, okay. Eine, ähm, unterhalb des Rückens, also da, wo die Schusswände, äh, Schussweste quasi geändert hat, ähm, in der Nähe der Plaza war ein Steckschuss. Eieieiei. Und der zweite Steckschuss war am, ähm, welchen Oberschenkel. Okay. Aber dann kann er schon noch alleine auf Klo in der Zukunft, oder ist das... Ähm, ja. Die Blase ist Gott sei Dank nicht betroffen. Einer von denen ist ja gestorben durch einen Kopf. Ach, es war die DBC. Ah, okay, okay. Wir haben jetzt auch noch mal in einen Katheter gelegt, also da muss jetzt heute Nacht nicht winkeln, ne? Das läuft alles im Nieslauch rein. Genau, über Nacht. Ähm, ja, also ist jetzt aufgrund des niedrigen Blutdrucks erstmal im Koma. Ähm, ja, das müssen wir jetzt weiter beobachten. Also zwei Schusswunden, einer der Arschblase und der andere im Bein, oder? Genau, richtig. Okay. Das war Herrschaft, ne? Das müssen wir alles gut versorgen. Oh, der Kreislauf spielt jetzt aktuell eben nicht. Ja, richtig. Da muss man halt ein bisschen googeln, dass es sich erholt in den nächsten Tagen. Aber wir sind einfach mal optimistisch. Ich habe die ganzen Narben gesehen. Ich glaube, das ist nicht der Nächste. Da kriegt das bestimmt den, der Check da hin. Das ist in Ordnung, wenn Notfallkontakte, die da sind, ihn jetzt noch mal kurz für ihn können. Ich denke schon, ne? Das ist ja auch... ...notfallkontakte eingetragen, ne? Richtig, es ist ja auch Notfallkontakte aus dem P.D. sind da. Ach so, ich denke mal, das ist ein Kollege. Wie gesagt, das ist kein Problem. Okay, dann würde ich das noch mal klären. Würdest du noch eine OP-Kette holen? Natürlich. Okay, gut. Alles klar. Dann sind wir erst mal weg und kommen noch mal in die OP-Kette. Und, ähm, genau, eventuell bringen wir dann noch Notfallkontakte. Also halten wir fest, Walter Weiß wurde heute niedergeschossen und Natschi Kokuma hat mal wieder ein Instrument ins Wasser versorgt, äh, reingeballert. Ihm wird dann schon was einfallen. Das war ein Zap. Ja, danke vielmals, ja. Wunderbar. Alles für nix. Dankeschön! Hat der auch Chefarzt, äh, Versorgung hier? Natschi hat mal wieder ein Schneebubbel versenkt. Also wieder ein... Premium, Premium, äh, Ärzte. Ich kann das auch bezahlen, das ist kein Problem. Also nicht den Billo-Scheiß, den man dann von der Krankenkasse bekommt, ja. Ich suche den Hubschüssen-Patienten-Kittel raus, der noch nie gewaschen wurde, okay? Weil er so neu ist. Sollte da eine Rechnung irgendwie... Dann kann ich das auch übernehmen. Kurze Information der Leitstelle. Wir fahren aktuell nach einem... Okay, danke vielmals, ja. ...wahrscheinlich violetten Tulip-Fahrtrichtung, äh, der Staatsanwaltschaft Richtung Norden. Wild, ey. Der Auffälligkeiten sofort anhalten. Wild, 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 wild. Überfall beteiligt. Boah. 6-0-4 mit einer Überführungsparte, BPD. Kann man ihn nicht allein lassen, den Walter. Ja, ich weiß nicht, er war ja nicht allein, der war ja mit Finch. Finch hat, äh, einen Schuss in die Hand bekommen, aber... In die Hand, aber der muss doch den Körper vor sich werfen. Hat er nicht... Meinen Sie, er ist nicht so vor ihn gesprungen, sondern hat nur die Hand ausgestreckt? Ja, nur die Hand. Ja, das funktioniert nicht, das stimmt. Ne, weiß ich auch, ich weiß auch nicht, was da so genau jetzt los war vor euch. Weitere Informationen zu dem, äh, Fall mit dem violetten Schuhlip. Ja, so kann man sich... Alter, aus Fairnessgründen würde ich Folgendes machen, weil ich finde, es war nicht gegenüber korrekt, dass ich weggelaufen bin und so. Ich würde sagen, dass Walter Weiß sich nicht an den, an den Täter erinnern kann. Und dann hat sich die Sache... Also, weil... Ich habe da nicht das beste RP an den Tag gelegt und ich will jetzt nicht, dass der Spieler dafür bestraft wird, indem er Stay Prison bekommt und lebenslang und bla bla bla. Deswegen würde ich das so ausspielen, dass der Charakter Walter Weiß sich nicht daran erinnern kann und, äh, alles nur schwarz geworden ist. Und dann finde ich, ist das eigentlich fair. Ja, dann läuft der Fall im Sande und, äh, ich finde das eigentlich fair so, weil mich ärgert, dass ich hätte da stehen bleiben sollen. Und dann ist das eigentlich ganz nice. Da sind beide Seiten, also, habe ich mal die Konsequenz bekommen. Ist auch okay. Äh, ja, erinnert sich doch sowieso auch nie was als Maul. Aber das ist okay. Also, ich sag, ich kann mich an nichts erinnern. Was die anderen Cops daraus machen, ist ja deren Sache. Alter, ihr steht doch, ich krieg das hin, ja. Auch bei Männern? Ohne Kitzel, ja klar. 6 0 4 10 20 BPD. Check. Warte mal, wir warten bis die Krankenschwestern da sind, dann machen wir das. Dann kommen die Stiefel erstmal ab. Ja, können wir dann das Regal da hinten aufstellen? Ja, das ist ja offen. Und dann, äh, ja, wir bleiben hier, wir können uns ja abwechselnd auf den... Ja, ich hab aber meinen Booms dick nicht dabei. Ja, ich hab aber meinen Booms dick nicht dabei. Ach, das brauchen wir heute nicht. Ja, alle. Aber es wäre gut, dass, äh, dass wir vielleicht, äh, den sagen, dass es ein Code aufgeben soll für die Tür. Dass man klopfen muss unter einem gewissen Code-Wort. Und wenn nicht, dann, äh, verteilen wir halt paar Körner, der unangemeldet hier reinkommt. Naja. Let's shoot! Schaffen wir die 4300 heute noch? Was für irre! Was steht hier eigentlich für eine Zahl? Also, ich würde sagen, so... Was war Ihre Dienstnummer? 1,81. 1,81. Pass auf, so... 1,08 und 1,81 melden sich soweit ab, äh, wir bleiben vor Ort bei der Kommission, äh, im Krankenzimmer und nächtigen auch hier. Aber wir sind soweit erstmal abgemeldet und stehen nicht mehr zur Verfügung. Code-Wort. Pause. 2-mal. 1-mal. 3, 2, 1, ich komme. Decorational 13 Subgifts in den Stream! Danke, 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 danke. So, jetzt machen wir noch die 700 voll, Leute. 700 noch. Jeder ein Subgift, dann haben wir's. Dann haben wir den 24er Nummer 1 freigeschaltet. Genesungswünsche da lassen, also die kommen, wo ich nochmal... Ich hab auch einen Zettel für ihn. Aber den muss ich holen. OSMS 43 überführungsfahrt BPD. Du hast mir auch einen Zettel geschrieben, oder? Irgendwie gar nicht mehr bei Subs, doch. Ab 15 Subs. So, Chat. 700 machen wir doch jetzt voll. Subgift 2,90. Los, Leute, komm. Ich hab auch deine Füße gesehen. Regen die denn da? Hab ich meine Füße gesehen. Wie? In deinem Träumen, oder? Nee, du lagst da. Wo? Ja, auf dem Bett. Ich hab... Meist hab ich Latschen an. Er war nicht da. Du hast so einen Kittel angehabt, und... So? Ja. Scheiße, Mann, ey, ganz ehrlich. Wie viel vorträgt denn ein Körpermann? Also... Probocop. Aber er hatte ja zum Glück seine Weste an. Gingen alles in die Weste, oder was? Nee, er hat aber was in der Hüfte gesagt. Ich hoffe nicht, sein Genitalbereich. Oh, nein. Oh, nein. Wie gesagt. Ja, ja. Ich hab mir gedacht, dass Frau Marshall da jetzt irgendwie nicht mehr aus Klobe gehalten muss oder so. Ja, blasen wir, glaube ich, auch nicht gut. Wenn die kaputt ist, stellen wir mal so ein... Ah, no. Check. Ich glaub, da ist ein Durchlauf, oder? Oder wie läuft das dann? Weiß ich nicht, wie das von... Da muss man... Müssen die Klonarmee wieder aktivieren, Leute. Ja, und dann so ein Beutel. Ja. Dann läuft man mit einem Beutel. Eigentlich praktisch, weil du musst nie auf Klon, ne? Du musst... Stell mal vor, der sitzt da oben auf der 5 und feuert irgendwen, und dann mit so einem Diabolischen Grinsen läuft dann so die Flüssigkeit, die Wallisbrause von oben wieder unten raus. Jeder ist ein Klack. Der hat schon so werden, der feiert. Also... Wäre ja auch nicht schön. Ich bin für alle beteiligt für mich. Ich wusste, ich hab irgendwie so das Gefühl, wenn ich mit einer kaputten Stimme irgendwas wird passieren. Irgendwie geht jemand kaputt. Na ja. Oh, Tuna! Das war ein Zack! Das war schon, dass du wieder da bist, auch Janis, ne? Oh nein, jetzt geht Bro Bang Mountain los. Da. Hallo. Ist vorbei mit der Stelle, hm? Witzes in Juli, danke für den Filmstab gibt's! Chat, come on, let's go, let's go, let's go! Chat, come on, let's go, let's go! Also ganz vorsichtig. Ja, alles. Ich hab einen Patienten mitgebracht und dann, äh, sie. Weil ich hab keinen Platz. Aber die Unterhose bleibt. Also, der hat keine Unterhose an, aber bei die Penis gucken sie gefälligst weg, hm? Ich hab auch einen. Wir können nach ihrem eigenen Chef nicht mehr ernst nehmen. Doch klar, wir duschen auch normal nach dem Dienst, ist ja auch kein Problem. Sammeln nackt? Logisch. Klar. Sammeldusche. Trotzdem gucken sie dann weg, hm? Warum duschen sie mit Badehose? Oh, ich gucke einfach, dass keiner da ist, wenn ich dusche. Ja, aber was ist, wenn plötzlich jemand reinkommt? Also, dann können sie es auch nicht verhindern. Wissen Sie, was ein Türen im Schloss ist? Können man absließen, ne? Ja, aber sie können doch nicht die anderen Kolleginnen und Kollegen einfach... Partula! Danke für den Filmstab gibt! 690 noch, Leute! Let's go, Chat! Wenn sie es genießen wollen, dann müssen sie zuhause duschen. Doch, sie können doch 10 Minuten warten, ich meine, wenn ich hier auf den Klo bin, muss und die auch warten, ne? Ja klar, aber Klo ist ja was anderes. Sie können ja nicht zu zweit den Klo benutzen. Dann sag ich einfach, ich bin auf Klo und geh dabei duschen, ne? Also, wir müssen hier einen Code für die Tür vereinbaren, okay? Ananas Saft. Ne, ne, ne. Check. Klopfen. Dreimal kurz. Also, so. Ich klopf mal. Warten sie mal. Sie, 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 klopf mal. Auf die Scheibe, ich mach auf die Scheibe. Pause. Aber das, ja, sie. Pause. Und eins. Also, drei, zwei, eins. Das ist doch kein Mensch mehr. Das dauert einfach viel zu lange, oder? Drei, zwei, eins, kann sich keiner merken. Wenn ich sagen würde, drei, vier, drei, acht. Ja, dann kann sich das keiner... Drei, zwei, eins, das ist runterzählen. Aber wenn wir jetzt hier reinrennen, weil irgendwas ist, weil wir irgendwas brauchen, dann wenn wir dann knarren in die Fresse? Das kann sein. Aber ich schla... Ich klopf aber nicht vorher. Wir können auch so ein... Keine Ahnung. Wenn es ein Notfall ist, dann kommen sie angeschrien. Notfall. Warte, es geht auch. Alarm. Man kann auch ein Tonsignal machen, ne? Keine Ahnung. Ja, aber die Leute wollen ja hier schlafen. Ne, es geht wirklich... Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da... Wie gesagt, die Leute sollen sich halt auch ankündigen. Ja, richtig. Können sie auch mit Sprechgesang oder so. Das ist halt hier nicht irgendwie... Ja? 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 Sehen? Das ist, äh... Vergessen Sie es gleich zu Ende. Helfen Sie mir mal, ich muss Ihnen mal ein bisschen nach oben, damit wir hinten das Hemd ausziehen können. Ja, natürlich. Oh, richtig. Nehmen Sie das auf jeden Fall. Gucken Sie mal, da liegt noch die Weste nicht, dass da was hochgeht. Ich hab die ganze Angst da. Ja, klar. Ja. Ich bin vorsichtig, ja. So. Leute, wir werden jetzt sexuell geschändigt. Dann sehen wir oben rum schon mal das Hemdchen, ja? Ja, klar. So machen wir das am besten, ne? Ja. Mit einem Tuch geht auch. Mit so einem Lappen. Mit einem großen Lappen natürlich, ja. Also, so ein richtiges Handtuch brauchen wir. Ja, dann gehen Sie mal ins Bad und holen ein Handtuch, ja? Machen Sie das mal vor Ihren Chef. Schack. Ja. Das ist der Fälle nochmal hier. Also, ich hol das Handtuch. Nehmen Sie das Badehandtuch, ne? Kann man doch entfalten. Das Badehandtuch, ja. Das ist das große für den Strand, ja. So. Moment, weg und gucke nicht. Macht das schon, ne? Ja, machen Sie. Ja, ich gucke ihm schon nichts ab. Ja, ich gucke ihm schon nichts ab. Ja, ich gucke ihm schon nichts ab. Bitte? Auch weggucken. Es geht hier um das Gemächte Ihres Chefs, ne? Ja, Mächte, also... Ja. So ist gut, so ist gut, ja. Gut. Und jetzt ziehen wir vorsichtig die Hose runter, ne? Ja, ich gucke hin, weil ich... Nicht, dass sie da vielleicht irgendwo... Was soll ich denn machen? Am Knie, ja? Ja, sie haben Skalpell, ne? Schnipp, schnapp. Ich habe keinen Skalpell bei mir, ne? Das Ding ist ab und dann war es wieder keiner. Was? Das Ding, das weiß ich nicht, Anna. Gut. Dann noch die... So, die können Sie selber machen, ne? Ich fass keine Füße an. Ja, klar. Ja, Herr Kowalski ist Experte im Füßeanfall. Auf jeden Fall. Wirklich? Sind Sie so... Ich hab ne Fußmassage drauf ohne Kitzel. Wirklich? Ja. Ja. Auch für Männer. Ja, unterschätzt sich das bei Männern und Frauen? Naja, schon. Ja, vielleicht die Große, ja. Aktiv. Check. Und vielleicht die Farbe von die Fußnägel oder so. Ja, das ist ja immer meine Füße gesehen, das geht ihm nicht aus dem Kopf. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur... Sind die so schrecklich? Also wir können auch was tun davor. Was wollen sie denn tun? Sehnsnägel, Snydel zum Beispiel. Ich mein, Sie haben so einen stressigen Job, Sie kommen wahrscheinlich nicht mehr dazu, oder? Ungepflegter Mann, sehen Sie doch. So, die Schuhe sind ab. Ja, da kann ich nicht für das Bleich in der Stunde. 411 mit seiner Beführungsfahrtunnen am Mitterpd. Zumindest die Kopfe. Check. Chat! Habe ich nicht genug gelitten. Ich glaube, es sollten auch Besucher kommen. Was ist mit denen? Ja, wir waren vorne, da war keiner mehr da. War keiner mehr da? Da waren schon ein Haufen Leute, aber keiner mehr für ihn, ne? Die waren dann halt für andere Personen, da ist noch der... Ja, okay. Ich glaube, mein Kollege Kukum ist auch noch unten, aber der hatte auch selber noch irgendwie welche, musste noch behandelt werden. Oh, sieh. Also irgendwie ein scharfes Date und... Ein scharfes Date? Das ist schief gelaufen, oder was? Ja. Dann ist da irgendwas nicht so gut gelaufen, ja. Oh, das kann U-blenden, ne? Ja. Dann muss er sich irgendwie noch behandeln lassen und danach... Er hätte sich mal besser ins Zeug gelegt, ne? Ja. Ich glaube, der braucht ja ein bisschen Hilfe, also... Ja, vor allen Dingen braucht er einen guten Freund, bei dem er sich ausweinen kann, ne? Hm. Hm. Ja, und am besten jemanden mit so'n Knopf im Ohr, wo dann Leute ihm sagen, was zu tun ist. Richtig. Also vielleicht hat er... Wissen Sie, in meinem Horoskop stand auch schon mal drin, ist er mehr Flotte, ne? Hab ich probiert. Vielleicht hat er das gleiche Problem wie ich, das geht einfach nicht gut. Ja, das wurde 25 an dieser Tankstelle. Könnte er nicht? Ja, ich kann das nicht. Na, Herr Kowalski, der ist, äh... Check. Blattmeister 5000. Wirklich? Geben Sie mir mal einen Tipp, Frau. Gibt er Ihnen Nachhilfe? Ja. 2,108 für meinen Schlapp. Für was, also... Also eigentlich hab ich immer den, ähm... Also ich hab gehört, man muss einfach das Aussehen loben, ne? Also, Herr Kowalski, das ist jetzt eine Vorführung, gell? Für was? Also Lobe? Für Aussehen, den Mann, oder was? No, eine Vorführung von meinen Flottkunsten, ne? Ja. Wenn Sie ein Flottmeister sind, dann müssen Sie ja wissen, ob das funktioniert, ne? Ja, klar. Legen Sie los. Sie haben einen wunderschönen Stern, ne? Interessiert keinen. Okay. Pass auf, ich hab noch einen besseren Tipp, ne? Schauen Sie mal. Das ist mein Flottrick Nummer eins, ne? Eieiei, jetzt sind Sie körperlich. Geben Sie mir mal Ihre Hand. Ja. 4,11, 10,20... Hier, schauen Sie mal. Was ist das Liebste für Sie auf der Welt, ne? Was ist das Liebste was auf der Welt? Für Sie, ja. Was ist das Liebste für Sie auf der Welt, ne? Pfff... Sag Ihnen mal, der Commissioner hier, ne? Sie sind der Daumen. Ja, der ist schon sehr wichtig und sehr guter Freund, ja. Sie sind der Daumen und da drüben ist der Herr Commissioner, ne? Ja. Und das Wuscheln ist ein Ozean. Wir sind keine Transportschiffe, keine Flugzeuge, gar nix, ne? Wie kommen Sie zu dem Herr Commissioner? Ja, wir... Also man... Man spürt sich ja... Man ist ja verrunden. Aber Sie muss denn hin, der Sand geschossen, wie kommen Sie hin, ne? Was ist in dem Ozean, nicht so auf den Ozean weg? Nein, schaffen Sie nicht, aber wie kommen Sie hin? Habe ich ja schon gesagt. Geht nicht. No, Sie muss uns... Damit der Flottrick klappt, muss uns sagen, keine Ahnung. 4,12, 10,20... Ach so, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte nur mal Ihre Hand halten, ne? Okay, passen Sie auf. Ist der gut oder ist das nicht? Ich kann zaubern. Dann muss ich weiter halten? Ziehen Sie an meinen Finger, ich kann die Luft zum Stinken bringen. No, das ist äglich, ja. Okay. Sehen Sie? Dann gehe ich aber... Das ist ein... Das klappt bei dem... Anti-Flirt. Das ist ein guter Flirt? Nein, das ist kein guter Flirt. Wir müssen einfach ehrlich sein und... Ja, ja. Und das mit ein bisschen Fummeln ist schon gar nicht schlecht mit der Hand, glaube ich. Ja, so zum Beispiel irgendwas so wegschnitten. Na auch, die haben irgendwas am Kragen, sowas. Ich hatte doch mal das mit dem... Die Anspruch mit dem Handy, den wir mal hatten. Das ist ja auch. 4,89 meldet sich nochmals ab. Hast du vorhin einen Spruch mit dem Handy, jetzt will ich den aber wissen genau? Ja, man hat sich dann irgendwie so... Dann geht man auch zum Anderen und dann macht man irgendwie... Äh... Macht man so. Okay. Und äh, sagt äh... Hey, hey. Oh, hallo. Ähm, mitten der wichtigsten Besprechung, oder? Hallo, hallo. Ich hab hier noch was, was ich vor einem Kollegen hinlegen kann. Ich leg's mal dem komischen Ei auf den Tisch. Oh mein Gott, ich dachte, die ist von der Presse. Das ist von äh... Herr Foley. Okay. Der sah so aus. Der sah so, ey. Der sah so, ey. Der sah so aus. Ja, ich bin wieder unten, wenn irgendwas ist. Ich glaub, ein paar Kollegen sind noch da. Ja. Ansonsten, äh... Können Sie bestimmt ruhig noch mal reinlassen, wenn Sie wollen. Äh... In der Zeit vor seinem Großen und seinem Alter. Und seiner Großen und seiner Großen und seinem Alter, würde ich sagen, perfekt ist die 130er. Ja, ja, das ist ein ruhiger Pulsmensch, glaub ich auch eigentlich. Ja, der Puls. Und der Blutdruck ist das Problem, ja. Also, wir haben noch schon Probleme... Ähm, Herr Upp, schon mal. Äh... Okay. Zeit für mich zu gehen. Ich wünsche gute Besserung und passen Sie auf sich auf. Ich will es. Dankeschön. Wir haben ja schon Medikamente gegeben, hat aber nicht geholfen. Also die haben wir nicht richtig angeschlagen. Das heißt, der Körper muss ein bisschen, wie soll ich sagen, zur Ruhe kommen. Er hat jetzt da auch ganz viele Perfußer laufen. Medikamente, die langsam in seinen Körper reingehen, über einen Mechanismus, der das steuert, damit wir nicht den ganzen Tag hier stehen müssen, sondern um die Spritze bedienen. Ich fände es gut, wenn hier einer steht auch die ganze Zeit dabei. Das fände ich gut. Ich stehe die ganze Zeit dabei. Ich bleibe hier. Der Flot muss nur Nummer 1 und 2 stehen dann hier. Ich habe auch ein Klopzeichen. Habe sie sich das gemerkt? Ja, dreimal, zweimal, einmal. Und wenn ich komme, darf ich rufen Notfall. Notfall, ja, wenn es Notfall ist. Ja, klar. Und wenn ich irgendwo noch hinkommen möchte? Scheiße, Walter. Jetzt sagen Sie mir jetzt noch, wie es weitergeht. Ja, machen wir gleich. Gut. Aber der kriegt das mit jetzt hier, wenn man kurz hier irgendwie die Hand hält, kriegt der auch mit. Ja, aber bitte nicht unter das Hemdchen gucken, da ist nur noch ein Handtuch, was ich trenne. Ich will ja nicht unter sein Hemd gucken, ich will für ihn da sein auch jetzt gerade in dieser Zeit. Das konnten Sie lachen, ne? Ich warne Sie nur. Hier ist jemand auch, wir sind da. Das möchte ich das. Man spürt das, man spürt das. Man muss anfassen, man muss die Energie übergeben. Sie wollen dann auch gerne Handmassagen machen. Ja, jetzt wird, ne? Machen Sie, wenn er wach ist, dann vielleicht Handmassagen. Es muss auch schön weich und geschmeidig werden, die Hände. Ja, Sie mit die Handcreme. Gucken Sie mal, wie wartet es auch so? Einmal Seifen und einmal Handcreme. Ja, da... Creme ist sein Ding, ja. Da kennt der Kollege sich aus. Machen Sie auch ab und zu mal Labello drauf. Die werden trocken, die Lippen drauf. Ach so, da habe ich aber jetzt keinen dabei. Keine Lippenpflege dabei? Haben Sie irgendwie was hier dabei? Haben Sie was? Dass wir dann auch mal so alle paar Stunden dem was drauf schmieren können. Ja, richtig. Gucken Sie mal da drüber. Das sind immer so kleine Probchen. Da können Sie einen nehmen, ne? Da sind Sie immer drauf schmieren. Gibt es ja auch mit Feindlein. Hey, das mache ich. Eine Crime-Land, die hat mich geschossen hat. Ich hoffe, die Schmurste da nicht. Das ist ihm doch scheißig. Hauptsache Feuchtigkeit jetzt hier auf der Lippe. Das ist wichtig. Wenn der wach wird und aufgesprüde Lippen hat, da ist was los. Das mag niemand auch, ne? Wenn man dann so auch gähnt und dann reißt das, zack. Nee, das ist doch nicht. Scheiße, muss ich gecremt werden. Ich glaube, ich habe die größte Strafe von allen bekommen. Ja, ich muss nur kurz auf. Das war noch einmal so langsam der Moment, oder? Wenn ich einmal nicht da, dann passiert hier so eine Scheiße, ganz ehrlich. Ja, da kann er aber leider nichts für. Das ist halt, ähm, ist egal. Ich sage da jetzt nichts zu. Oh ja, das war schon komisch, die Situation. Er wird das schon schaffen, ne? Seien sie einfach vorhin da und, ähm, wir pflegen ihn ja super. Sie auch, ne? Ja, dann tut ich. Sonst würde ich hier nicht stehlen, sonst wäre ich schon nichts weg. Ey, wie wichtig ist auch, ich habe das Essen retten können. Essen? Ja, wir waren ja bei Genki, wir haben ja Essen geholt. Und so. Das interessiert ihn jetzt bestimmt, ne? Pff, das Essen. Sie hätten sich vorhin schmeißen sollen. Ja, und nicht nur die Hand dazwischen. Das war ein bisschen schwierig. Auch mal den Körper mit Westen direkt dazwischen schmeißen. Da war noch ein Auto dazwischen. Das ist ihr Chef, verdammte Scheiße. Ja, ich habe doch alles gegeben und versucht... Die Hand ist alles? Sie waren Kevin Costner und er war Whitney Houston. Haben die mal was gemacht zusammen? Ja, Bodyguard, Bodyguard, ja sicher. Und er hat sich davor geschmissen. Der eine wollte sie wegsnipern von der Bühne. Es war seine Bühne, er war bei Genki, ist auf der Bühne. Und sie haben es einfach zugelassen. Und er hat mal schön schicktes Gewissen machen. Er hat seine Hand kurz mal dahingeschoben. Ja, anscheinend. Ne, ich meine jetzt hier, der Kevin Spacey, wollte ich sagen. Sein ganzer Körper, der hat das in den Körper bekommen. Ja eben. Und filmst du? Hand tut mir. Ja, also Hufte und Obersicht. Haben Sie das Projektil nicht, dass er sich die Schüsse selber zugeführt hat? Als Scheiße, ich habe nichts abbekommen, lieber. Komm, Scheiße, ich schieße mir die Hand, bevor das irgendwie rauskommt. Bevor das ganz scheiße aussieht. Er wird ermittelt auch, Herr Pint. Ja, ja. Haben Sie den Schuss abgegeben? Ja, habe ich. Ne, ich habe keine Ahnung wie viel. Man sieht das, ob auch so eine Waffe aufgesetzt wurde an die Hand oder irgendwas alles. Das sieht man alles, das müssen Sie eigentlich auch wissen. Ja, na klar. Kommen Sie doch. Wollen Sie meine Waffe überprüfen? Glauben Sie mir nicht? Der war auch Klo dort. Ich glaube es dann. Es wird immer schlimmer. Das ist einfach, weil er das wusste, dass man das sieht, da. Hier vor 12, 20. Ich hatte ein Date. Aber das ist besser. Das ist der Moment für mich, wo ich gehe. Da erzählen Sie ruhig über Ihre Frauengeschichte, ne. Aber nicht so viel, nicht so detailliert. Nicht, dass die Herze auf einmal noch schneller schlägt da. Ich weiß aber, dass Ihnen das auch interessiert, wie es mir geht. Ja, dann bist du schon bereit. Das kann ja sein, aber lassen Sie die Details weggehen mit die Bett und so. Ja, aber du bist beziehungsweise ein zweites Date, da war nichts mit, das war alles entspannt. Sie machen das schon, ne. Ich hoffe, es hier nur gewandt. Ja. Alles klar, gute Nacht. Alles klar, man kann man hier aufs Winkel, ne. Wenn er jetzt die ganze Nacht dann so stehen will, ne? Ja klar, aber ich zähle nicht, ne? Aber ich zähle nicht, aber ich zähle nicht. Ich komme gleich mit runter. Sie verschoben Sie mich hier vor die Waffe. Die waren schon nichts. Auf jeden Fall, gute Besserung. War eine interessante Streifenfahrt. Mensch, ey, gute Besserung, Mann. Ey, danke. Auf jeden Fall, ihm hier gute Besserung. Das ist schlimmer als meine Hand. Boah, ist aber schwer jetzt, ey, wirklich stimmt. Okay. Er passt auf mich auf. Schönen Abend, euch. Mach ich. Danke. Hey, wie geht's hier? Ja, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Jetzt kommt man hier wieder an und dann liegt der Chef hier gleich offen. Ja. Er ist einmal nicht da, ne? Da denkt man, die Leute haben's im Griff. Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab aber keine Ahnung, was da genau passiert ist. Den Rücken geschossen wurde. Das ist alleine das. Es gibt auch ein Venture-Post dazu. Also die, das war eine Absicht, eine absichtliche Aktion. Also das war Rache für irgendwas. Richard hat noch gesagt, Essen ausgetan haben sie denen noch und so und dann so eine Scheiße. Okay. Ne, die wollten, wollten den wohl absichtlich ans Leder. Ich weiß nicht, wem er da was getan hat, aber, oder wer sich da auf den Schlips getreten fühlt. Ah, das ist die BC halt. Welche sind das genau? Die BC ist Chamberlain. Chamberlain. Ja. Ach, genau, also die in den Block. Die... Ja, das Problem ist, von denen ist letztens einer gestorben. Ah, das ist ja genau die ganze Geschichte. Ja, aber meinst du, wer ist in den Commission an? Das ist ja krass. Scheißegal, wer. Aber das ist halt eine Person, mit der du natürlich uns wehtun, ist klar. Naja, aber normal versuchen die sich irgendeinen kleinen Officer an, dem sie die Schuld geben und gehen nicht an den Commission. Also der muss irgendwas persönlich... Ja, aber die schreiben schon seit Tagen, ne? Police, Brutality und alles, die ganze Zeit. Ja. Da weiß ich nicht, was da genau passiert ist, aber... Kannst du lesen, auf Adventure oder bei uns. Wir haben Stellungnahme gemacht, was passiert ist. Ja, bleibst du auch hier, oder was, Natschi? Ja. Ich glaube schon. Ja, wir haben da die beiden Stühle, wo wir uns... Kann ja immer einer pennen. Ja, ich bleib erst mal so stehen, ne halbe Stunde. Und dann wechseln wir uns ab. Dann macht der andere die Tür. Find's auch schön, dass Walli sich anschließen lässt, damit Kowalski und Hils sich wieder näher kommen. Das war die Mission, Leute! Ja, ich... Vor drei Stunden ist schon viel, zwei Stunden wäre besser. Du musst da auch nicht genau so stehen. Kann man denn so ne Liege besorgen? Also so ne... so ne tragbare Liege, wo man wenigstens pennen kann? Die kann man hier reinstellen, die kann man ja fragen. Ja, Boden ist schon mies. Warum erzähl... Warum erzähl Natschi denn nicht, warum er da ist? Wir können ja eh nicht richtig schlafen. Wie, wir können hier nicht richtig... Klar, kannst du richtig schlafen. Lass dir was gehen. zu, zu weiterlegen. Ja, weiß nicht. 4-0-4-0-4-0-5-D-P-R-O-P-D. Ja, das kriegen wir schon. 4-0-4-0-4-0-5-D-P-D. Ja, so ne Liege können wir... Die können wir wirklich hier einstellen. Ja, wir haben... Du hast Herrn Hill nicht zugehört. Er hat abgesagt. Die Liege, die kommen... Geht gemacht. Okay, pass auf. Wenn du jetzt... Wenn du eine Liege zur Möglichkeit hast, oder Boden, ist die Liege wirklich... Ich nehme mir Wetten an, wer der Erste von den Dreien ist, der bei Walter betont, und dass er die ganze Zeit im PD am Bett war. Ja. Jesse Keks. Hat Jesse Keks 20ern Sub geschenkt. Okay. Singen soll helfen. Singen? Sind wir heute bei fast 500 Subs heute? Walter. Ach so. Also von Barry Light würde ich mir jetzt irgendwas wünschen von dir. Ja, ich kann... Ihr seid völlig mit der Welt. Oh. Nee, das reicht. Du musst einfach irgendwas chilliges anmachen. Und einfach... Oh. Mmh. Oh. Ja, ich weiß nicht. Oh. Ich weiß nicht, ob er mich stöhnen wollen möchte. Nee, das nicht... Vielleicht... Ja, aber was willst du für Träume haben? Willst du lieber... Wow. Von einem stöhnen... Der träumt dann von... Nee, dein Vater, dann hat er vielleicht angenehme Träume im Koma und nicht irgendein Arschloch Traum. Ja, vielleicht hat er irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht liegt er auf dem Strand. Ein paar Ladies. Wart weiß ich was. Oder... Du kannst... Dann soll ich dann stöhnen? Wenn du die aussuchen kannst. Ladies... Ein sexuellen Traum oder ein Scheiß Traum. Was würdest du nehmen? Also ich würde... Feuchte Träume oder Scheiß Träume? Ein Scheiß Traum würde ich dem sexuellen Traum mit weiter bevorzugen. Sag ich dir, wie es ist. Ja, dann bestimmen doch. Ein bisschen. Wo jetzt geht's? Manchmal frage ich mich Sachen. Es ist das wahre Leben. Ihr fragt euch Sachen und ich beantworte sie euch. Das ist nun mal so. Hast du noch nie einen feuchten Traum gehabt? Ja, aber doch nicht... Ich will doch jetzt nicht, dass Walter hier einen feuchten Traum hat. Und vor allen Dingen nicht, wo ich drin vorkomme. Ich will gesund werden auch jetzt. Leitstelle für 430 kommen. Wird mich erregt. Das sind Pult und so. Die haben doch gesagt, Pult soll runtergehen. Ja, aber das sind ja Träume. Da geht gar nichts mehr. 430 in der Führung zum Lamesa BD vom WPD aus. Kommt pläten gleichbleibenden zu. Check, wird das organisiert kommen? Dankeschön. 430 Ende. Es ist auch so anging. Es ist da in Bewegung. 420 wieder geht. Check. Das ist ein Daisy. Kinn, angesprochen wurde ich. Ja. Ganz nett auf den Schneeball. Die 342 löst sich aus der 4-0-4-Balle. Es gab einen Schneeball, ja. Okay. Ich habe nichts mehr zu essen. Hat eine Kinn jemanden erschossen beim Schneeball? Wurde mir so... 4-0-4, ist er leider gekommen. So. Aber ich klop mich jetzt hier aus, Leute. Wally schläft jetzt, während die 3 da weiter zählen. Und die Date-Geschichte kennen wir ja schon. So. Und wir haben ja gesehen, was Nachi gemacht hat. Er ist mit dem Koma... Äh, mit dem Koma. Er ist mit dem Schneebubi weggeflogen. Ohne auf dem Bett ausgelockt. Ja, für mich ist das doch kein Problem. Ich kann ja einfach in den Flugmodus gehen und dann wieder da rein. Äh... Ja, war wild. Also, ne. Das war ein richtig wilder RP-Tag, Chat. Ich weiß auch nicht, was abgegangen ist. Ultra heftig. Äh... Aber es war spannend. Es war spannend. Kannst du nichts gegen sagen? Alter, ey. Hat es euch gefallen, Leute, heute? Hat es euch gefallen? Das ist auch die Hauptsache. Wer... Ja, ihr commerce... Wie gealter... WP-Tag. Is das auch dicem ... Also, wirbaderschen.